Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1, ich kann es nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat. Nach 1950, 1952 und 1984 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt ist Berger! Er kommt! Kedira! 2 zu 1! Führung! Und jetzt ist das Spiel raus! Der VfB ist Deutscher Meister! Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem Grill in die Ecke gekommen! Und er ist nicht! Und er ist nicht! Herzlich willkommen bei STR! Mein Name ist Ricky Palm und weil mein genialer Podcast-Partner immer noch im Urlaub verweilt, habe ich mir heute erneut einen Gast eingeladen. Ich glaube, die meisten von euch haben ihn bereits erkannt. Wenn nicht, das ist euer Präsident. Herzlich willkommen, Klaus Vogt! Grüß dich, Ricky! Hallo! Ja, wenige Tage vor der wichtigen und richtungsweisenden Mitgliederversammlung will ich mit dir heute über die letzten durchaus turbulenten Monate sprechen. Es gibt viele Themenwälder, die ich heute adressieren möchte und ich verfüge über eine gesunde Selbsteinschätzung. Deswegen will ich gar nicht so viel Zeit verlieren, weil ich weiß, dass meine Podcast-Folgen mit Gästen gerne mal auszuufern. Deswegen will ich eigentlich direkt loslegen, Klaus. Aber eine Frage muss ich natürlich erst mal stellen. Wie geht's dir denn? Richtig gut! Wirklich gut! Ich freue mich auf Sonntag! Wir sind gut vorbereitet! Ich hoffe, es wird eine schöne, ruhige, gute, harmonische Mitgliederversammlung! Das wünsche ich mir auch. Zwei Dinge möchte ich noch ganz kurz vorher adressieren, die sind wichtig, denn eigentlich wollte ich morgen noch eine weitere Podcast-Folge veröffentlichen mit Vereinsbeiratsmitglied Marc-Nikolai Schlecht. Diese Folge wird es nicht geben, denn ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass wir heute ein bisschen länger reden. Wir werden nächste Woche Mittwoch mit Marc-Nikolai Schlecht über die MV, die Entscheidungen etc. sprechen. Wir werden über Mainz sprechen. Wir werden so ein bisschen das NEZ-Streifen, natürlich die Torwart-Diskussion, die es ja durchaus auch gibt beim VfB Stuttgart. Wie geht es weiter mit Dennis Simon? Wie gut ist eigentlich Alexander Nübel? Kann man ja auch mal drüber reden. All das werden wir mit Marc-Nikolai Schlecht am kommenden Mittwoch besprechen. Das heißt, wir verlegen unseren Aufnahmetag einen Tag nach vorne. Das war der Wunsch unserer Hörer und dem kommen wir natürlich nach. Außerdem wollte ich mich noch bei euch bedanken, denn ich habe am Montag dazu aufgerufen, über Instagram mir Fragen für das heutige Gespräch mit dir, Klaus, zu schicken. Und es kamen wirklich zahlreiche sehr gute Einsendungen hier bei mir an und es war ein richtig guter Input. Ich werde heute viele von euren Fragen an den Präsidenten weiterreichen und hoffe natürlich, dass er dann auch gute Antworten parat hat. Lass uns vielleicht mal gleich mit einer Frage beginnen vom Lasse. Der fragt nämlich, wie seid ihr auf die geniale Idee gekommen, vor den Heimspielen, wie der Stuttgart kommt, im Stadion zu spielen? Also nicht nur an Lasse, aber vor allem die Info. Also diese Initialzündung, die kommt eigentlich eher aus der Kurve. Das heißt, die Fans haben das eigentlich begonnen zu singen. Im Fanausschuss haben wir mal drüber gesprochen und das Thema, das Lied Stuttgart kommt als Hymne zu spielen, unterstützen wir natürlich. Und wir freuen uns, dass es so gut ankommt und singen ja wirklich mittlerweile fast das ganze Stadion mit. Ja, absolut. Also ich meine, ich habe mich immer danach gesehnt, dass wir im Stadion eine Hymne haben, die wirklich alle mitsingen können. Man hat das ja mit unterschiedlichen Liedern schon probiert. Ich finde, jetzt mit Stuttgart kommt ist halt wirklich etwas gelungen, was lang gefehlt hat. Nämlich, dass man nochmal vor dem eigentlichen Anstoß sich nochmal zusammen einschwört auf die schweren Aufgaben, die dann oft auf dem Platz anstehen. Und du spürst richtig den Zusammenhalt. Das ist einfach großartig, wenn dann die ganze Kurve, das ganze Stadion, dieses Lied singt. Und was ich noch geiler finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wenn während dem Spiel das dann einfach angestimmt wird. Also vor der Halbzeit oder kurz vor Ende des Spiels. Das ist einfach genial. Das ist für mich eigentlich einer der schönsten Momente an jedem Heimspieltag. Und natürlich auch außerhalb, muss man sagen. Also auch gegen Leipzig, ich weiß nicht, war es so in Leipzig? Nein. Also auch da hat man es halt über die Außenmikrofone gehört. Ich habe es auch nur im Fernsehen gesehen. Aber das fand ich auch beachtlich, dass unsere Fans bei einem 1 zu 5 lauter zu hören sind als die Heimfans, die ja eigentlich deutlich mehr Grund zum Jubeln hätten. Also da haben wir schon ganz besondere Fans. Absolut. Und was ich überragend finde, ist, dass es gar nicht von uns als Verein oder von den Offiziellen organisiert wurde, sondern es wirklich aus der Kurve kommt, dort entstanden ist, sich dort etabliert hat. Und wir das natürlich gerne unterstützen und stolz darauf sind, dass wir so eine bunte Fankultur haben, dass sowas entstehen kann und sich auch in so kurzer Zeit so schnell etabliert. Am Samstag besiegte der VfB den SC Freiburg mit 5 zu 0. Wie schon gegen Bochum zeigte der VfB eine herausragende Leistung, muss man sagen. Bis auf die ersten Minuten hatte man eigentlich immer die Kontrolle und dominierte eine Mannschaft, die aus meiner Sicht sonst wirklich durch Widerstandsfähigkeit und Effizienz glänzt. Aber diesmal war es eher der VfB, der die Tugenden auf den Platz brachte, die man sonst den Freiburgern zuschreibt. Also das heißt Resilienz, Zweikampfstärke, Aggressivität, Passsicherheit, gnadenlos im Torabschluss. Das ging uns ja auch viele Jahre lang ab, hat man so das Gefühl gehabt. Du warst auch im Stadion. Was ging dir durch den Kopf, als der VfB nach 19 Minuten mit 3 zu 0 führte? Das war echt der Wahnsinn. Also ich kann mich gut daran erinnern. Ich habe dann mehrmals auf die Anzeigetafel geschaut und dachte, das gibt es nicht. Tatsächlich fast 20 Minuten, 3 zu 0. Habe dann noch bei mir im Handy im Netz nachgeschaut und dachte, ja, das stimmt tatsächlich. Aber habe dann auch versucht, ruhig zu bleiben, weil ich wusste, das Spiel ging noch lang. Und das stimmt, am Anfang hatte Freiburg dann ein, zwei gute Chancen. Aber dann waren wir so gut drin. Und da muss man ehrlich auch sagen, dann haben wir es bis zum Schluss wirklich klasse und gut durchgespielt. Und selbst gegen Freiburg in der Höhe verdient gewonnen. Und das war einfach ein schönes Gefühl. Aber ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten schon andere Spiele in Stuttgart. Da lagen wir auch nach kurzer Zeit 3 zu 0 zurück gegen Freiburg und haben uns da wieder rangekämpft. Und da hatte ich ein bisschen Angst davor, dass es vielleicht auch mit Freiburg passieren kann, dass die sich wieder rankämpfen. Aber als ich dann gesehen habe, wie wir da aus der Halbzeit rausgekommen sind und dann das 4 zu 0 gemacht haben, da wusste ich, also heute brennt gar nichts an. Aber du gehörtest auch zu den Skeptikern, die zur Halbzeit noch gesagt haben, das Ding ist noch nicht durch. Ja, ich habe einfach immer nur gehofft, dass es möglichst lang dauert, wenn wir überhaupt ein Gegentor bekommen, dass es möglichst spät fällt. Wenn man weiß ja, wenn dann so mal ein 3-1 fällt und dann kriegt die andere Mannschaft Luft und selber klappt da mal was nicht und dann passiert noch ein Unglückes 3-2 und auf einmal ist das wieder ein ganz anderes Spiel. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Aber ich weiß, dass es im Fußball oft passieren kann. Es ist uns auch schon häufig passiert, dass wir gut spielen und dann mit einer Chance des Gegners in Rückstand geraten sind und auch verloren haben. Deshalb versuche ich da immer ruhig zu bleiben, auf die Uhr zu gucken und denke, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zeit noch was passiert. Und ich war dann einfach froh, als es vorbei war. Also ich hatte ehrlich gesagt keine Zweifel nach dem 3-0. Also da war mir klar, das Ding ist hier heute gegessen. Von Freiburg kommt gar nichts. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, wie schon gegen Bochum, hatten wir zu Beginn durchaus ein paar brenzlige Situationen zu überstehen. Michael Grigoritsch hat relativ früh eine große Chance. Da landet der Ball, glaube ich, auf der Latte. Dann hat Matthias Ginter nochmal eine Möglichkeit. Der Ball breit irgendwie ab, landet bei Lienhardt, und der das dann auch irgendwie nicht verwerten konnte. Man muss sagen, dank unseres Torhüters Alexander Nübel, der aus meiner Sicht eine herausragende Leistung gezeigt hat. Vielleicht kannst du mal so kurz deine Einschätzung abgeben zu Alexander Nübel. Wie froh bist du, dass der jetzt bei uns im Kasten steht und herausragende Leistungen zeigt bislang. Das hat schon eine absolute Bereicherung, muss man ehrlich sagen. Es klammern wir mal die eine Situation in Leipzig aus, die auch unglücklich war. Meinst du jetzt das 1-1? Ja, genau. Also für mich, das muss ich jetzt direkt reingrätschen, für mich ist das wirklich kein Nübel-Fehler. Ist auch vorher der Rückpass, meinst du? Erstens finde ich, dass Ito den Ball hätte langschlagen können. Das war das Erste. Er spielte ihn dann zurück auf Daxo. Und Daxo hätte eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, entweder schärfer zu spielen oder den Ball halt wegzuschlagen. Aber aus meiner Sicht war die Passschärfe ein Problem. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er hat ihn auch nicht perfekt auf Nübels richtigen Fuß gespielt, sozusagen. Ich will auch gar nicht, Riggi, gar nicht sagen, dass das ein Fehler war. Das war einfach eine unglückliche Situation. Ich glaube wahrscheinlich, von 100 Bällen, die er dort raushaut, dann genau den Fuß so zu treffen, dass er dann im Tor landet und nicht im Aus oder irgendwo anders oder nur abgefälscht wird, das ist unglücklich. Aber das passiert im Fußball. Das kann man gar nicht angreifen, ob die Situation dann vorher oder später war. Die Tore passieren meistens durch Fehler. Aber ansonsten muss ich sagen, das Nübel, das bei uns echt Weltklasse macht. Man sieht es auch, was er für eine Ruhe ausstrahlt hinten drin. Das hilft der Abwehr, das stabilisiert alle. Und ich glaube, da haben auch die Fans bei uns ein ganz gutes Gespür dafür. Und das merkt man auch, wie er da unterstützt wird. Das finde ich auch schon echt klasse. Vor allem nach der Situation in Leipzig, dann beim Heimspiel zu Hause gegen Freiburg. Da war ich schon echt mächtig stolz auf unsere Fans. Ja, also die Fans haben das richtig gespürt, haben Nübel-Sprechchöre angestimmt. Also das habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass ein Torwart so umjubelt wurde. Zu Recht, muss man sagen. Richtig, nach so einer kurzen Zeit. Ja. Wir sprechen von ein paar Spielen. Aber das ist für mich ganz entscheidend, dass wir halt unsere eigenen Spieler supporten, auch wenn es mal scheiße läuft. Weil sowas passiert nun mal, dass ein Spieler auch mal einen schlechten Tag hat. Und umso wichtiger ist es, ihn dann aufzubauen, weil in der Regel werden die Leute dir das dann auch mit guten Leistungen zurückzahlen. Und bei Nübel hatte ich das Gefühl, er wollte sich beweisen gegen Freiburg, hat dann gleich eine gute Situation in den ersten zwei, drei Minuten. Das gibt ihm natürlich auch nochmal Sicherheit. Aber wenn du ihn aus dem Blog hörst, wie 15.000 aus der Cannstatter Kurve deinen Namen skandieren, dann, das ist für ihn, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Weil qualitativ ist das für mich ein herausragender Torhüter. Und wenn der Sicherheit gewinnt, haben wir da, glaube ich, einen guten Rückhalt für die nächsten Spiele. Absolut, der hilft uns absolut. Und vor allem auch schön, wirklich, dass wir zwei Spiele zu Hause hatten, die toll waren mit einem tollen Publikum, mit fünf Toren, jedes Mal zu null. Das tut der Abwehr, das tut dem Torwart gut. Also da muss ich sagen, da bin ich echt stolz drauf. Und wenn es so weitergeht, dann ja, Weltklasse. Wie bewertest du denn so grundsätzlich den bisherigen Saisonstart? Überragend, muss man ganz ehrlich sagen. Also natürlich habe ich gehofft auch in Leipzig, dass wir dann vielleicht so mit dem Unentschieden, nachdem wir zur Halbzeit geführt haben, mit dem Unentschieden vom Platz gehen. Aber dann hat kurz nach Leipzig mal so 20 Minuten gehabt, das war nachher absolute erste Sahne. Da waren wir dann auch ein bisschen unglücklich oder verunsichert. Das haben die gnadenlos ausgenutzt. Aber ansonsten habe ich gegen Bochum souverän bis auf die ersten paar Minuten, gegen Freiburg souverän bis auf die ersten paar Minuten. In Leipzig die erste Halbzeit für mich klasse gespielt, ganz ehrlich. Also muss ich sagen, jetzt von sechs Halbzeiten, fünf, sehr gut. Also da kann ich mich dran gewöhnen, wenn es so weitergeht, dann bin ich mehr als zufrieden. Ja, und wenn man die Spiele der vergangenen Saison unter Sebastian Höldes noch mit dazurechnet, muss man halt einfach sagen, dass seitdem er hier Trainer ist beim VfB Stuttgart, man einfach erkennt, dass die Mannschaft von Spiel zu Spiel besser wird, Tugenden an den Tag legt, die wir ein Stück weit vermisst haben. Und was ich beachtlich finde, er entwickelt wirklich einzelne Spieler weiter. El Sumio ist da für mich so ein Beispiel. Du hast momentan Lee Egloff, der auf einmal Startelf-Kandidat ist. Das sind alles Entwicklungen, die hat man so nicht unbedingt kommen sehen. Also das sah im Winter ganz anders aus. Also das muss man schon sagen. Hat sich eigentlich deine Perspektive auf Spieltage jetzt vom normalen Fan hin zum Präsidenten des VfB Stuttgart irgendwie verändert? Nimmst du die anders wahr? Es hat sich schon verändert. Natürlich, man weiß genau, dass man anders im Fokus steht, dass man mal eingeblendet werden kann. Und natürlich alles auch drumherum um das Spiel. Es geht ja dann oft schon, wenn es am Samstag stattfindet, Samstag morgens los mit irgendwelchen Ehrungen, mit Treffen, mit Veranstaltungen, mit Sponsorentreffen, Ehren von lebenslangen Mitgliedern. Dann gibt es ganz oft ja noch die Interviewsituation bei uns im Zelt jetzt momentan noch. Oder dann auch mal im Freundeskreis, wo man dann noch Rede und Antwort steht. Das sind eher so dann die 90 Minuten Spielzeit, die Zeit, in der ich für mich dann durchschnaufen kann, mich aufs Spiel freue und genau weiß, dass es dann im Anschluss dann wieder weitergeht, auch mit Verpflichtungen im Präsidentenamt. Da muss man dann auch anschließend, wenn Mitglieder und Fans oder auch im Zelt dann auch Rede und Antwort stehen. Das macht man ja dann auch gerne. Aber das hat sich einfach in der Position ausgeweitet. Das sind nicht nur die 90 Minuten, das ist dann wirklich schon die Vorwoche, das ist dann der ganze Samstag und das ist dann schon meistens auch der Spieltag, dann ein anstrengender Tag. Aber ich freue mich jedes Mal, ich genieße die Spiele natürlich, wenn es so läuft, doppelt und dreifach. Wie oft bist du noch in der Kurve? Hast du überhaupt noch Zeit? Ja, doch, doch, doch. Also ich versuche schon mal regelmäßig in die Kurve zu gehen. Ich habe es jetzt vor der Mitgliederversammlung bewusst nicht gemacht, weil dann gibt es ja dann immer wieder Stimmen, die sagen, ja, es geht ja wieder vor der Mitgliederversammlung in die Kurve. Ich mache es immer so ein bisschen abhängig, meistens vom Sohnemann. Das heißt, wenn mein Moritz sagt, Papa, ich werde mal wieder mit dir in die Kurve gehen, dann sage ich, komm, geh mit der erste Halbzeit. Komplettes Spiel ist oft schwer, weil, wie gesagt, du hast ja dann auch Verpflichtungen im Zelt oder dann auch, wenn wir Gäste haben, vor allem die Gäste dann aus Freiburg, wenn man dann mit denen gemeinsam sich vor dem Spiel trifft, dann gemeinsam was essen geht, dann möchte man dann auch nicht in der Kurve dann so ein bisschen abtrünnig sein. Was sich komischerweise bei mir so ein bisschen eingebürgert hat, ich weiß gar nicht warum, ich habe ein paar gute Freunde in Bochum, die natürlich für FB-Fans sind und das habe ich eigentlich, seit wir in Bochum spielen, bin ich in Bochum immer in der ersten Halbzeit im Bochum-Auswärtsblock bei uns, bei unseren Stuttgart-Fans und dort mir total egal, ob wir 17er-Tabellenplatz sind oder wo auch immer. Das kommt jedes Mal gut an und da freue ich mich auch und das sind immer gute Gespräche, schöne Stimmung und das ist nah dran und das nimmt man dann in Bochum beim Auswärtsspiel auch keiner übel. Also an der Stelle nochmal Grüße nach Freiburg aus der Landeshauptstadt, ähnlich wie es Waldemar Anton getan hat. Ich will ehrlich sein, ich war nicht so zufrieden mit der Transferperiode, da will ich jetzt auch mit dir kurz drüber sprechen. Wir haben absolute Leistungsträger für viel Geld abgegeben und nur einen Bruchteil der Transfererlöse reinvestiert. Wieso steht der VfB trotz hoher Transfereinnahmen finanziell so schlecht da? Wo geht das ganze Geld hin? Herr Riggi, lass mich sagen, da muss ich dir leider widersprechen. Also ich bin mit unserer Transferpolitik, was Fabian gemacht hat, mit Sebastian und Alex zusammen sehr zufrieden. Wir haben, muss man auch sehen, wenn man sich das anschaut, Chirassi fest verpflichtet, ohne dass wir Transfereinnahmen hatten. Ist auch ein gutes Zeichen für uns als VfB Stuttgart und es wird uns immer wieder passieren, und das ist im Fußball ganz normal, dass Spieler, egal wie Endo, Dinos oder auch Borna bei uns, spielen, ihren Weg machen, sich entwickeln und dann wechseln. Wechseln wollen in andere Ligen, in andere Länder, in andere Vereine. Das wird uns immer wieder passieren. Und dann liegt es an uns natürlich, dass wir wieder gute Spieler nachholen, die wieder bei uns den Weg und die Entwicklung machen können. Und das ist uns, das passiert uns beim VfB Stuttgart seit Zeiten von Karl-Hans Verster, Jürgen Klinsmann, Semmy Ghedira, Philipp Lahm, Mario Gomez. Das sind alle Spieler, die bei uns groß geworden sind, alle Spieler, die wir dann weiterverkauft haben und zum Thema Finanzsituation sieht das natürlich so aus, dass wir jetzt unheimlich viel Geld von Porsche haben, aber da muss man wissen, wir kriegen das Geld ja nicht sofort von heute auf morgen. Da ist ein Teil für die Anteile drin, da ist ein Teil für Stadien, ein Teil für Sponsoring und andere Sachen mit drin und das dann auch noch über zehn Jahre gestreckt. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass wir zwei Situationen haben, die uns natürlich auch treffen. Wir haben bei Corona fast 90 Millionen Euro Umsatz verloren. Das Geld ist weg, das ist nicht mehr zu holen. Und natürlich auch ein Stadionumbau mit fast 130 Millionen, der bei uns auch aktuell nach dem Zeitpunkt, nach Corona und der sportlichen Situation auch nicht zum besten Zeitpunkt kam. Aber einfach wichtig ist, dass sie das machen für den Verein, für die Stadt und für unsere Fans und Mitglieder. Und deshalb glaube ich, kann man nicht nur gucken, welche Spiele haben wir verkauft, welches Geld haben wir eingenommen, sondern ich glaube, wir haben auch gute, talentierte Spieler bekommen, die auch bei uns ihren Weg machen, Entwicklung. Und es wird uns immer wieder passieren, dass Spieler gehen. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Da darf uns keiner böse sein, da darf auch dem Spieler keiner böse sein. Auch beim Endo. Wenn ein Spieler immer und lang den Traum hat, in der Premier League zu spielen und dann bei so einem Verein, bei so einem Trainer in dem Alter so viel für den Verein geleistet hat, dann glaube ich, ist es nur recht und billig, dass man als Verein da keine Steine einem in den Weg legt, sondern sich bedankt für alles, was er von VfB Stuttgart gemacht hat und ihm dann in England alles erdenklich Gute wünscht, gute Spiele, keine Verletzung, anders wie bei Sascha Kalajdzic, der Arme, der auch seinen Traum gelebt hat und gleich sich verletzt hat. Ja, und wir haben gute Spieler, die nachrügen, egal ob das ein Entführer ist, Schirazi sowieso, auch in Enzo und so, muss ich sagen, da bin ich total zufrieden. Da haben wir wirklich noch unheimlich viel Potenzial und das Schöne ist ja zu sehen, wir haben gegen Bochum tolle Spiele gemacht, ohne die drei. Wir haben erste Halbzeit Leipzig ein tolles Spiel abgelegt, ohne die drei. Wir haben jetzt gegen Freiburg verdient gewonnen, tolles Spiel gemacht, ohne die drei. Und das zeigt selbst, dass so wichtige Spieler vielleicht doch dann relativ schnell auf dem Platz zu ersetzen sind. Und das finde ich klasse und das ist eine gute Planung, was der Fabian da gemacht hat, mit dem Alex und dem Sebastian zusammen, da war die Hochachtung davor. Also ich möchte mich da auch nochmal korrigieren. Also es ist nicht so, dass ich die verpflichteten Spieler irgendwie schlecht finde. Ich möchte es auch nochmal anders probieren. Also wenn man jetzt Transfermarkt nimmt, ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn man die Zahlen nimmt, die man auf Transfermarkt findet, dann erzielt der VfB in dieser Transferperiode im Plus von 28,25 Millionen Euro. 22,23 waren es sogar 37,61 Millionen Euro. 21,22 waren es gut 26 Millionen Euro. 19,20 waren es knapp 54 Millionen Euro. Lediglich 2020, 2021 musste man ins Risiko gehen, das war nach dem Aufstieg. Da hat man dann einen Verlust von 7,45 Millionen Euro geschrieben. Nimmt man jetzt nur diese Zahlen, addiert die zusammen, kommt man in deiner Amtszeit auf einen Transferplus von 138,67 Millionen Euro. Und trotzdem wird immer wieder darauf verwiesen, dass die Lage grundsätzlich prekär ist. Das hast du ja jetzt auch getan, hast gesagt, hier Stadionumbau, Corona, das verstehen glaube ich auch viele. Jetzt lass mich mal so fragen, als Aufsichtsratsvorsitzender hast du ja mit Sicherheit auch Einblick in den Finanzhaushalt der AG. Ein Einnahmenproblem scheint der VfB ja nicht zu haben. Wie sieht es denn bei den Ausgaben aus? Bei den Ausgaben gucken wir natürlich immer schwäbisch genau drauf. Natürlich auf jeden Euro. Aber es sind viele Sachen, die uns auch getroffen haben nach Corona. Ich meine, wir hatten den Ukraine-Krieg, wir haben Stadionumbau, das wurde dann aufgrund von Rohstoffmangel teurer, als wir dachten, oder als geplant war. Und dann natürlich auch die Energiepreise, die auch bei uns durchschlagen. Im Stadionbetrieb natürlich, muss man ehrlich sagen. Und ansonsten gucken wir natürlich sehr genau aufs Geld. Aber man darf auch nicht nur einseitig, sag ich mal, die Sichtweise anschauen, was haben wir eingenommen durch Transfers. Da muss man auch mal dagegen halten, was haben wir ausgegeben für Transfers. Und da weiß ich, dass wir in diesem Jahr da fast die Waage haben. Wir haben auch viel Geld ausgegeben für gute Spieler, Schirassi oder jetzt für unseren Stiller und, und, und. Also das ist so, wenn man das dann entgegenrechnet, dann ist die Differenz gar nicht mehr so groß. Und wenn du sagst, prekäre Lage beim VfB, also die haben wir nicht. Also wir sind wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen Bundesliga-Vereinen, die auch Corona und alles haben und keinen Stadionsumbau macht, da sind wir, glaube ich, sogar noch gesegnet. Ich glaube, da gibt es unheimlich viele, die gerne mit uns tauschen würden. Kannst du da schon was der Mitgliederversammlung vorwegnehmen? Also wir werden natürlich, ich möchte es nicht vorne wegnehmen, weil dann brauchen wir am Sonntag nicht mehr kommen. Doch, ihr müsst natürlich alle kommen. Ich wollte gerade sagen, ich soll gerade Werbung machen vor Sonntag. Also ich lade natürlich alle ein, am Sonntag ganz herzlich zur Mitgliederversammlung zu kommen, weil das ist natürlich unser höchster, sage ich mal, EV-demokratischer Feiertag, bei dem jedes Mitglied seine Meinung sagen kann, bei dem wir alle Mitglieder informieren. Es wird dummerweise relativ warm am Sonntag, das heißt, wir haben fast bis zu 30 Grad. Wir haben uns die Gegenrate ausgesucht bei uns im Stadion, das heißt, auch dort ist die Sonneneinstrahlung sehr stark, vor allem am Mittag. Die Sitzung wird relativ lang gehen, also wir gehen momentan davon aus, wenn es ein normaler Verlauf wird, also irgendwo zwischen 20 und 21 Uhr zu Ende sind, also wirklich eine lange Sitzung. Also da bitte ich jetzt schon, sich dann vernünftig anzudecken, was Mützen anbelangt, Sonnenbrillen, vielleicht Sonnencreme und Trinken davon mitbringen. Wir haben bei den Getränken, haben wir extra drauf geschaut und auch bei den Lebensmitteln, die wir verkaufen, dass wir diesmal auch Mitglieder adäquate Preise anbieten. Das heißt, wir werden beim Wasser deutlich günstiger sein als normalerweise und auch bei verschiedenen anderen Sachen, die zum Essen da sind, deutlich günstiger sein als bisher, um da unseren Mitgliedern auch ein bisschen entgegenzukommen. Aber wir wissen, dass es eine lange Veranstaltung wird und freuen uns natürlich trotzdem über jedes Mitglied, das da kommt, weil, wie gesagt, das höchste Organ ist die Mitgliederversammlung einmal im Jahr und wir stecken da unheimlich viel Energie und Zeit und Mitarbeiter rein, eine tolle Mitgliederversammlung zu organisieren. und da wäre es schade, wenn da einfach nur wenig Mitglieder kommen. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass die Mitglieder zahlreich erscheinen. Ich muss trotzdem nochmal bei dieser Finanzsituation bleiben, weil ich frage mich natürlich schon, wie sieht denn dein oder euer Plan aus, um in Zukunft etwaigen Substanzverlust ausgleichen beziehungsweise abwehren zu können? Denn auf Dauer, muss man ja sagen, wenn du immer die besten Spieler abgibst, aber auf der Zugangsseite musst du dich dann zwei, drei Regale tiefer bedienen, kannst du eigentlich nie was aufbauen. Also welche Pläne gibt es da, um in Zukunft vielleicht nicht mehr diesen Substanzverlust ganz so signifikant zu halten? Boah, Rigi, da muss ich eigentlich enttäuschen, weil das können wir gar nicht verhindern. Das passiert, glaube ich, es bleiben wir nur mal in der Bundesliga, vielleicht mal ausgenommen im FC Bayern München, passiert es allen Mannschaften, dass sie jedes Jahr Leistungsträger verlieren. Also selbst Borussia Dortmund verliert Leistungsträger. Richtig, aber die kaufen dann ja, sage ich mal, ein Regal tiefer wieder ein, entwickelt dann weiter. Bei uns habe ich das Gefühl, jetzt mit Ausnahme von Stille und Nübel, dass du eigentlich dann immer erst mal Spieler holst, die, sage ich mal, zwei Jahre hinter denen hinterherhinken, die wir gerade abgegeben haben. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber grundsätzlich, Rigi, wenn wir gute Spieler haben, dann haben natürlich auch die Spieler das Interesse, sich sportlich weiterzuentwickeln. Und natürlich auch vielleicht mal in anderen Ländern, in anderen Vereinen zu spielen. Und mal ganz ehrlich, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass Spieler bei uns aus dem eigenen Bereich kommen, aus der Jugend, beim VfB sich etablieren und bis zu ihr, sage ich mal, Karriereende beim VfB Stuttgart spielen. Aber das sind so die Zeiten, die selbst beim Karl-Heinz Förster schon nicht mehr so waren. Ich meine, der ging auch ins Ausland und auch mit Rudi Völler und, und, und. Das ist vielleicht heute noch schneller und noch früher, dass Spieler wechseln. Und das ist auch extrem schwer, das irgendjemanden zu verübeln, weil jetzt hast du einen guten Spieler, der sich entwickelt und der Potenzial hat. Und dann kommt ein anderer, guter Verein, auch eine schöne Stadt, schöne Stadion, tolle Fankultur. Und dann sagt der Verein zu dem Spieler, komm doch zu uns. Du kriegst das doppelte Geld als in Stuttgart. Wir spielen attraktiven Fußball, tolle Stadt, schönes Stadion. und vielleicht noch sportlichen Erfolg. Und dann soll der Spieler sagen, nein, danke, ich verzichte auf mehr Geld, ich verzichte auf sportlichen Erfolg, ich bleibe lieber mein Leben lang in Stuttgart. Da kann ich jeden Spieler auferstehen. Und was dann natürlich noch hinzukommt, und das ist ein bisschen so die Krux an dem Ganzen, wenn du gute Spieler hast, die bei dir lange spielen, haben wir heute natürlich auch eine Situation mit den Beratern, die eigentlich, sorry, ich möchte das nicht despektierlich sagen, aber die nicht unbedingt immer großes Interesse haben, dass Spieler lange in einem Verein sind. Ja. Weil das hat sich heutzutage eingebürtet, dass natürlich Berater dann oft auch eine Hinvermittlung bekommen, wenn der zum Verein kommt. Dann kriegen die festes Geld, wenn der bei dem Verein spielt. Und die nächste Tranche gibt es dann erst wieder, wenn der geht, dann gibt es eine Wegvermittlung. Und wenn es da ganz viel hin und weg gibt, dann gibt es das öfters, als nur beim Verein zu spielen und das Geld zu bekommen. Und deshalb hat sich da eine Kultur eingebürgert, dass die Spieler leider nur noch relativ kurze Halbwertszeiten in dem Verein haben. Du hast vorhin bei den Gründen, warum man einfach ein hohes Transferplus erzielen muss, unter anderem den Stadionumbau aufgeführt. Hätte man beim Stadionumbau nicht auf die schwierige finanzielle Situation reagieren können und das Volumen zum Beispiel reduzieren können? Also gerade das Beispiel mit dem Tunnelklub. War das am Ende wirklich notwendig, da so viel Geld in diesen Stadionumbau zu stecken? Also es war auf jeden Fall notwendig, das Stadion umzubauen und zu sanieren, weil man muss wissen, wir haben in dem Bereich, in dem wir heute arbeiten, der ist von 1973. Das heißt, wir haben heute oder wir hatten heute schon Probleme, was Brandschutz anbelangt und wir hatten Auflagen, die EM-Spiele bei uns unmöglich gemacht hätten, die auch dann internationale Spiele und Finalspiele auch bei uns unmöglich gemacht hätten. Und dann gab es die Situation, einen guten Commitment mit der Betreibergesellschaft, mit der Stadt, zum Zeitpunkt für die EM-Investitionen zu tätigen und die Entscheidung, die trifft man ja auch Jahre vorher, weil man da beginnen dann die Planungen und alles und Ausschreibung und Vergabe und Bau und mal ganz ehrlich, da hat keiner damit gerechnet, dass dann Corona kommt, da hat keiner damit gerechnet, dass ein Ukraine-Krieg kommt mit Rohstoffmangel und da konnte auch keiner damit rechnen, dass wir dann beim Umbau feststellen, dass da bei Bauteilen, die von 1973 sind, gewisse Fundamente, die in den Plänen sind, in der Wirklichkeit nicht da sind und dann mehr Kosten, ein bisschen Zeitverzug angeplant haben, mussten und zu dem anderen ist das gerechtfertigt, da sage ich ja, also jeder Euro im Stadion, den wir reinsteigen, ist gerechtfertigt, weil wir machen das ja nicht nur für den VfB Stuttgart, wir machen das für die Menschen, die ins Stadion gehen und also ganz ehrlich, ich war immer der Meinung, wir haben eins der schönsten Stadien in Deutschland und ich freue mich jetzt schon auf die Fertigstellung, nächstes Jahr, dann haben wir für mich eines der schönsten in Europa und bestimmt auch eines der modernsten, ob jetzt mit Tunnel Club oder ohne, also ich bin der Meinung, wenn wir was machen und wenn wir was umbauen, dann müssen wir es richtig machen, dann nicht nur auf kleiner Flamme, für kleines Geld und nachher es bedauern, dass man es nicht besser gemacht hat, sondern ich finde es eine total richtige und wichtige Investition in den Standort, in das Stadion, in unsere Fans, in die Mitglieder, in die Menschen, in der Region, das kommt den nächsten, meinen Kindern, deinen vielleicht, den nächsten Fangenerationen zugute, die leben in einem klasse Stadion wie viele andere Vereine hätten dann gerne so ein Stadion und wie wir es da haben an dem Ort, wo der VfB Stuttgart groß geworden ist in Stuttgart, Bad Cannstatt und das finde ich die absolut richtige Investition und was noch dazu kommt, natürlich haben wir nachher auch eine bessere Vermarktungsmöglichkeit in diesem Bereich, im Businessbereich. Das heißt, wir können mehr Gelder generieren und wenn wir, dann müssen wir jetzt gar nicht sportlich erfolgreich sein, weil wir haben ja Gott sei Dank so viele VfB-Fans, unser Stadion ist ja immer voll, selbst wenn wir unter dem Abstieg spielen. Stell dir mal vor, wir haben noch sportlichen Erfolg, dann haben wir auch eine ganz andere Vermarktungsmöglichkeit dort auf der Haupttribüne, im Businessbereich, plus noch Veranstaltungen und da gehen wir dann auch nach unseren Plänen von der Zeit zwischen 8 und 10 Millionen Euro mehr Einnahmen jährlich aus. Das heißt, also wenn das mal ein paar Jahre läuft bei so einer Investition in eine Immobilie, da sind wir relativ bald dann auf einem guten Weg. Glücklicherweise ist der VfB Stuttgart in der vergangenen Saison nicht abgestiegen. Was wäre denn gewesen mit Hinblick auf diesen Stadionumbau, wenn der VfB in die zweite Liga hätte gehen müssen? Wir hätten das Stadion natürlich genauso umgebaut. Wir haben ja Verpflichtungen, wir sind ja die eingegangen auch mit der Stadt, für die EM. Die EM wäre ja trotzdem gekommen. Ja klar. Wir hätten es trotzdem umbauen müssen. Natürlich wäre das nochmal eine andere finanzielle Situation geworden. 50 Millionen Umsatz. Ja, also ca. 40 Millionen, die uns dann flöten gehen in der zweiten Liga, die auch nicht ersetzt werden. Insofern sind wir natürlich froh, dass es so kam. Das gibt uns einen anderen Handlungsspielraum und größere Planungssicherheit. Aber natürlich wäre das nicht schön gewesen. Auch sportlich nicht, klar. Was traust du denn der Mannschaft in diesem Jahr zu? Also gerade mit Hinblick auf Abstiegskampf müssen wir wieder bis Mai zittern oder hast du da Vertrauen, dass Sebastian Hoeneß uns diesmal ein bisschen früher retten kann als in der Relegation? Also ich habe absolutes Vertrauen in Basti und in Sebastian Hoeneß. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, aber auch in alle drumherum, also hinter dem Team auch. Also egal, ob es jetzt Günter Schäfer, Peter Reichert, selbst unser Meusche als Zeugwart. Man merkt, dass wir so eine richtig gute, positive Stimmung haben. Natürlich auch geschuldet den tollen Spielen. Aber auch die Rahmenbedingungen. Alle wissen, okay, Porsche kommt wieder an Bord. Stadion wird nächstes Jahr fertig. Also sportlichen Erfolg haben. Wir haben sechs Punkte. Also ich wünsche es uns allen, dass wir möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Natürlich wird auch mal wieder eine Situation kommen, wo wir vielleicht auch mal ein, zwei Spiele verlieren. Aber ansonsten, das passiert, das ist ganz normal. Aber ich wünsche mir das vor allem für den Verein, für unsere Mitglieder, für die Fans, auch in der Kurve, die das verdient haben, mal nicht zu zittern, aber natürlich auch für unsere Mitarbeiter. Kurz noch zu den VfB-Frauen. Die wollen wir ja natürlich nicht außen vor lassen. Das erste Saisonspiel steht in gut einer Woche am 17. September an 15 Uhr zu Hause gegen Titelaspirant, kann man schon sagen, Herrenberg. Also da geht es gleich mal richtig mit dem Knaller los. Diesmal erfolgt der Saisonstart nicht im Schlienz oder auf Platz 1, so wie in der vergangenen Saison, sondern an der Hafenbahnstraße. Warum ist das eigentlich in dem Jahr anders als im vergangenen Jahr? Weil ich fand das eigentlich ganz charmant, als die Mädels in Cannstatt anfangen durften. Da muss ich ein bisschen wissen. Also es wird definitiv, Rikki, wird es noch verschiedene Spiele auch im Schlienz geben. Was wir aktuell natürlich haben und das ist immer ein großer Aufwand für uns, nicht zu unterschätzen, wenn wir im Schlienz spielen, dann müssen wir unheimlich viel Werbebanden umhängen, verdecken, andere aufhängen und das ist ein Riesenaufwand, weil es ganz andere Partner und Sponsoren sind bei unseren Mädels zum Teil, als wenn unsere zweite Mannschaft dort spielt und das ist einfach ein großer Aufwand und das hat es halt zum Saisonstart nicht geklappt, aber es wird zu anderen Spieltagen ganz sicher klappen. Wie sieht denn grundsätzlich euer Plan aus, um mit den Frauen mittelfristig dann in der Frauenbundesliga anzukommen? Weil das ist ja das Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe. Natürlich, klar. Also wir haben jetzt wieder ein paar gute Zugänge bekommen. Ich hoffe auch ganz ehrlich, dass wir dieses Jahr vom Verletzungspech verschonen bleiben. Das war ja auch extrem im letzten Jahr bei uns. Einfach an, sorry, ich muss dich unterbrechen, aber das ist wirklich eine herausragende Verpflichtung. Jana Beuschrein, die man geholt hat aus Köln, also da könnt ihr euch wirklich auf Bundesliga-Fußball in der vierten Liga freuen. Also die ist wirklich herausragend, die Dame. Absoluter Leistungsträger. Aber auch die, die da sind, also Anja Selensky und, und, das sind alles Top-Spieler, muss man ehrlich sagen. Aber mit Sascha Glas haben wir noch jemanden verpflichtet, der in Köln bewiesen hat, dass er es kann und das dann bei uns auch, sage ich mal, zeigen wird. Also da glaube ich, haben wir gemeinsam und vor allem auch, was man sieht, dass Alex als Vorstandsvorsitzender dahinter steht. Und da merkt man einfach, wenn du intern jemanden hast, dem das Thema wichtig ist, der das ernst nimmt, dann guckt, dass solche Spielerinnen zu uns kommen, dann guckt, dass jemand mit dieser Erfahrung, wie Sascha Glas zu uns kommt, dann tut es uns gut und dann ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir dann auch sportlichen Erfolg haben. Aber auch dort, Rikki, lass mich das sagen, bedauere ich das manchmal so ein bisschen, dass viele da jetzt nach einem Jahr, also wir haben jetzt ein Jahr, Mädchen- und Frauenfußball bei uns, dann sofort sagen, ah, kein sportlicher Erfolg, ihr seid nicht sofort aufgestiegen. Mal ganz ehrlich, wir haben 20 Jahre lang darüber gesprochen, ob wir es überhaupt haben. Und jetzt kritisieren wir im ersten Jahr, dass wir nicht sofort aufgestiegen sind. Das ist manchmal auch, da fällt einem so ein bisschen die Bodenhaftung. Da muss man eher nach einem Jahr sagen, okay, wir haben es verstanden, das ist kein Selbstläufer, Bodenhaftung, wir nehmen es ernst und versuchen im zweiten Jahr, das besser zu machen. Man kann ja davon ausgehen, nur weil wir zur VfB Stuttgart sind im Brustring, dass dann alles von alleine läuft. Der verpasste Aufstieg lag ja unter Umständen auch daran, dass ihr wirklich, oder wir viele Verletzungen hatten, gerade bei den Frauen. Da bin ich beim Thema Infrastruktur. Also wenn ich mir das so anschaue, wenn ich in Obertürkheim bin, habe ich schon das Gefühl, dass man gerade in diesem Bereich Infrastruktur noch eine Menge nachholen muss. Wie kommt ihr diesbezüglich voran? Also wann können die Frauen zum Beispiel mal mit einem neuen Kunstrasenplatz rechnen? Oder wann ist der Rasenplatz, den es ja auch gibt, aber der, glaube ich, aktuell nicht bespielbar ist, vielleicht mal wieder so in Schuss, dass man zumindest mal darauf trainieren kann? Kriege ich auch. Das ist natürlich ein absolutes Dauerthema. Wir haben ja rund um unser Klubzentrum auch zu wenig Plätze. Wir haben zu wenig Plätze für unsere Jugend, für das NLZ, zu wenig Plätze für die zweite Mannschaft, zu wenig Trainingsplätze für die erste Mannschaft. Und ja, wir haben auch das Problem, dass wir dort natürlich einen Kunstrasenplatz haben. Und natürlich wünsche ich mir, zumindest für die erste Mannschaft, auch für die anderen, dass sie einen guten Rasenplatz zur Verfügung gestellt bekommen. Aber das sind alles Sachen, da müssen einmal die Flächen müssen da sein, das heißt, da müssen auch andere mitmachen. Das Zweite ist, da müssen dann auch die Investitionen zur Verfügung stehen. Und da stecken wir halt gerade doch relativ viel in den Stadion rein und bei dem Platz in Unterdrückheim, der uns ja auch nicht gehört. Da müssen auch noch andere mitmachen dann. Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen, was die aktuelle sportliche Situation bei den Frauen und bei den Herren angeht. Jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen auch über Vereinspolitik reden. Und ich dachte mir, so als Einstieg, blicken wir mal zurück auf die Mitgliederversammlung 2021, die ja am 18. Juli stattfand damals. Du wurdest mit 92,25% Ja-Stimmen im Amt bestätigt. Es hieß damals, die Fans haben ihren Verein zurückgewonnen nach der Mitgliederversammlung. In den Jahren zuvor verlor der Verein aus meiner Sicht etwas ganz Wichtiges. Das war nämlich die Bindung und das Vertrauen der Fans. Und das Präsidium und der Vereinsbeirat konnten viel von diesem verlorengegangenen Vertrauen wiederherstellen. Aber man merkt schon, dass es jetzt wieder beginnt, etwas zu rumoren. Gibt es denn Fehler, die du irgendwo siehst, die ihr jetzt als Gremien irgendwie gemacht habt, die jetzt diesen Stimmungsumschwung irgendwie begründen? Also ich glaube, dass es in dem Jahr mit diesem außerordentlichen Ergebnis ganz viel auch von der Euphorie getragen war mit dem Spiel in Köln. Nee, Moment, 2021. 2021? Ja, das war deine Wiederwahl. Das war als Corona noch wütete und wir, glaube ich, nach Ewigkeit mal wieder ins Stadion durften. Das war was ganz Besonderes, muss ich nochmal dazu sagen, weil wir ja da wochenlang nicht ins Stadion konnten, monatelang nicht ins Stadion konnten. Und dann gab es die MV, wir durften wieder rein und das war ein herausragender Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Stimmt, das war die Ausnahmesituation, als wir eine Sondergenehmigung bekommen haben, um deine Mitgliederversammlung in Präsenz stattfinden zu lassen. Das wurde noch lang diskutiert, ob man es jetzt digital abhalten muss. Genau, aber der Wunsch war bei uns allen, wie bei den allermeisten Mitgliedern, die kommen, dass es in Präsenz stattfindet. Und es wurde ja auch herausragend angenommen. Es waren viele Leute da und wie gesagt, die Stimmung war eigentlich herausragend. Ich weiß, dass der Vertikalpass damals sogar schrieb, das ist Fugtopia, und die bezogen sich damit auf die beinahe schon irritierend ungewöhnliche harmonische MV. Das kennen wir ja gar nicht beim VfB Stuttgart, muss man sagen. Und ja, ich habe dir ja gesagt, du wurdest mit einem überragenden Ergebnis bestätigt und nicht nur du, sondern auch deine Präsidiumskollegen, Rainer Adrion, mit 95 Prozent Ja-Stimmen gewählt, Christian Riedmüller mit 96 Prozent Ja-Stimmen. Also ihr habt von uns Mitgliedern einen Vertrauensvorschuss erhalten. Der Vereinsbeirat wurde sehr homogen besetzt, muss man sagen. Und in dieser guten Atmosphäre war eigentlich alles angerichtet, um gestalten zu können und den Verein voranzubringen. Und meine Frage ist im Endeffekt, wie blickst du denn jetzt auf diese letzten zwei Jahre zurück? Welche deiner Agenda-Punkte konntest du denn umsetzen und welche gesteckten Ziele wurden denn erreicht? Also natürlich freue ich mich nach wie vor über so ein Ergebnis. Das ist ja außerordentlich für alle. Das spiegelt natürlich die gute Stimmung der Mitgliederversammlung wider. Aber das sieht man natürlich auch, dass es bei uns oder vielleicht allgemein im Sport, wo es um Emotionen geht, relativ schnell hoch und auch relativ schnell runtergeht. Da wird dann manchmal aus Nichtigkeiten werden dann Katastrophen gemacht und das wurde vielleicht auch dann zu sehr gefeiert, muss man auch ehrlich sagen. Die Realität aber, wenn ich jetzt... Gefeiert? Wie meinst du das? Also die Katastrophen, die gefeiert wurden? Wenn man sagt, jetzt haben wir unseren Vereinen zurück und alles wird gut und wenn man ein gutes Wahlergebnis hat, das hat ja nichts miteinander zu tun. Aber wenn ich so für mich, Riki, zurückblicke, ich kam 2019 zum VfB Stuttgart, damals nach einer abgebrochenen Mitgliederversammlung, wo wir uns bundesweit blamiert haben als VfB Stuttgart, mit einem Präsidenten, der dann über Facebook zurückgetreten ist, was grundsätzlich auch nicht gut ist für den VfB Stuttgart, mit einem gespaltenen Verhältnis zwischen EV und AG, mit, sag ich mal, ja, keiner guten Kommunikationskultur zu unseren Mitgliedern und zu unseren Fans. Also das war wirklich ein Graben und dann habe ich mich damals 2019 dem VfB zur Verfügung gestellt und wenn ich für mich zurückblicke, dann, wenn mir einer 2019 gesagt hätte, Klaus, pass auf, du kommst schon in die 2. Liga, er steigt auf, er bleibt in der Bundesliga, er steigt nicht mehr ab, während du da bist. Die 2. Mannschaft steigt auf, ihr schafft es nach über 20 Jahren Mädchen und Frauenfußball zu etablieren, ihr schafft es Parasport noch auszubauen, im EV. Ihr schafft es, den Vorstand neu zusammenzusetzen mit guten Personen, ihr schafft es, den Aufsichtsrat zu konsolidieren und neu zusammenzusetzen. Ihr findet einen Partner hier aus der Region, aus Zuffenhausen mit Porsche, der neben Mercedes bei uns einsteigt. Ihr kriegt eins der schönsten Stadien in Europa und noch so viele andere positive Sachen, die über Stiftung gehen und alles, was wir gemacht haben, ich sage, das hätte ich 2019 sofort unterschrieben. Sofort. Also das mit dem zugeschütteten Graben, das finde ich schon auch wichtig, fand ich wirklich bemerkenswert, wie schnell das dann auch ging, weil 2019 war es ein gespaltener Verein, muss man einfach so sagen. Und du hast halt gemerkt, 2021 sind wir wieder als Mitglieder gemeinsam und entschlossen bei dieser Mitgliederversammlung erschienen, haben ein klares Votum abgegeben, wie wir in Zukunft diesen Verein sehen möchten, wie er geführt werden soll. Also das kannst du dir definitiv auf die Fahnen schreiben, das fand ich schon sehr gut. Wir alle. Ich habe dich jetzt persönlich gefragt, was ich aber auch noch anführen möchte, was ich nämlich auch richtig gut fand, sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass der Parasport mehr in den Fokus gerückt wurde. Sowas finde ich natürlich auch wichtig. Und dass ihr es geschafft habt, mit dem Fanausschuss wieder ein Verhältnis hinzubekommen, das sich doch sehr von dem unterscheidet, wie es vor deiner Amtszeit war. Also ich denke, das kann man auch noch aufführen. Stimmt. Es gab früher die Situation, ich habe es gar nicht so direkt selber mitbekommen, hat man mir erzählt, dass es dann einen Zeitpunkt gab, an dem dann unser Fanausschuss, der bei uns in der Satzung verankert ist, sich überhaupt nicht mehr bei uns auf dem VfB Stuttgart Gelände getroffen hat. Und das finde ich total schade. Warum? Zu viel Vorbehalte gegen den handelnden Personen im Verein zu der Zeit. Okay. Und heute sind wir... Sorry, ich muss nochmal nachhaken. Ging das jetzt explizit vom Fanausschuss aus oder wollte sich vom Verein auch keiner mehr mit den Leuten treffen? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich weiß vom Fanausschuss, dass die mir mal mitgeteilt haben, Klaus, wir freuen uns, dass ihr jetzt immer wieder gern gesehene Gäste bei uns seid. Also das heißt, Alex und ich sind eigentlich regelmäßig Gast bei uns im Fanausschuss. Wir können da Themen ansprechen, die können bei uns Themen ansprechen. Das heißt nicht, dass dann alles flutscht und alles besser wird. Aber wir wissen das dann zumindest, können es mitnehmen und können dann intern versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Auch umgekehrt. Ja, also da ist ganz wichtig, dass man natürlich ja kommuniziert miteinander. Der Dialog in den Dialog tritt. Und diese Situation gab es, als ich kam, nicht so. Und da bin ich schon, muss ich sagen, wirklich stolz drauf. Ja, und auch wenn ich andere Sachen anschaue, wenn ich gucke, also wir haben jetzt nicht Champions League gespielt, wir haben nicht den schönsten Fußball, wir waren zweimal kurz vorm Abstieg und haben trotzdem einen beträchtlichen Mitgliederzuwachs. Aber das ist schön. Das ist eine schöne Identifikation mit dem Verein, wo man sagt, okay, wenn man einen sportlichen Erfolg hat, dann zum Karten geht und Champions League, dann rennen die alle die Tür ein. Aber in nicht so guten Zeiten dann so viele Menschen für den Verein zu gewinnen, zu aktivieren, da können wir alle drauf stolz sein. Aber auch dort, Rikki, nochmal, einer alleine macht gar nichts. Auch in Stuttgart-Bad Cannstatt nicht. Auch wenn der sich als erster demokratischer Vertreter der Fans Präsidenten nennen darf. Ja, dem muss es gelingen, andere anzustecken, mitzunehmen und für den EV sich einzusetzen und zu kämpfen. Und das auf allen Ebenen. Und das ist natürlich nicht immer bequem. Und da tritt man natürlich manchmal auch Menschen auf die Füße. Ja, und natürlich sagt dann der eine oder andere, da fühle ich mich jetzt nicht mehr wohl und gehe dann. Natürlich gibt es dann auch offene Rechnungen und natürlich werden dann oft auch Vorwürfe von außen reingetragen, die dann auch oft unsportlich sind, haltlos oder einfach gelogen sind. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, gehen wir da drauf ein, nehmen wir das sofort an und machen eine große Stellungnahme, Mitgliedermailing, Homepage, Presseveröffentlichung oder sagen wir manchmal auch, nee, da stehen wir drüber. Also wenn du mich jetzt fragst, was würden wir, was können wir, was könnte ich besser machen, dann ist eigentlich ein Punkt immer ganz vorne und das ist eigentlich das Thema Kommunikation. Das ist das Thema Kommunikation, Information, frühzeitig die Mitglieder mitzunehmen, die Fans mitzunehmen. Ja, Rigi, das ist gar nicht so leicht manchmal. Also wir haben jetzt hier ein Format, da freue ich mich drüber, dass wir das haben, weil das ist nochmal ein neuer Kommunikationskanal. Ja, ansonsten... Ja, aber, sorry, ich muss dich unterbrechen, weil es sind ja ganz einfache Dinge, die man kommunizieren kann, bevor sie zum Beispiel an die Presse weitergereicht werden beziehungsweise sind das so Sachen, nehmen wir jetzt mal die Neubesetzung im Vereinsbeirat. Da kriege ich jetzt als Mitglied kurz vor der Mitgliederversammlung die Namen präsentiert. Ich weiß nichts über den Auswahlprozess, ich weiß relativ wenig über die Kandidaten. Wieso gelingt es dem Verein nicht, die Mitglieder draußen da mehr mitzunehmen und mit einzubinden und vielleicht mal Wasserstandsmeldungen abzugeben, den Prozess zu erklären, an ausgewählte Kandidaten schon mal vorzustellen, grundsätzlich vielleicht auch mal das Profil, nach dem man eigentlich sucht für neue Vereinsbeiräte, irgendwie sei es nur auf der Homepage mit den Leuten zu teilen. Also ich beschäftige mich ausgiebig mit dem VfB-Stuttgart und trotzdem gehe ich jetzt in diese Wahl und kenne eigentlich die zu Wahl stehenden Vereinsbeiräte kaum. Richtig, das liegt daran, dass wir 85.000 Mitglieder bald haben und ich glaube, da kennst du die wenigsten davon. Ja, richtig, aber du musst... Ich gebe dir ja komplett recht. Also bei der Vereinsbeiratsnachwahl, die wir jetzt haben, hatten wir unglaublich wenige Bewerber. Aber liegt das nicht vielleicht genau auch daran, dass keiner so richtig weiß, was wird eigentlich von mir verlangt? Oder was muss man mitbringen? Wir haben jetzt seit über fünf Jahren Vereinsbeirat. Also wenn sich bei uns einer im Vereinsbeirat von Vereinsbeirat bewirbt und nicht weiß, was der Vereinsbeirat macht, dann weiß ich nicht, ob das überhaupt der richtige Bewerber ist. Mal ganz ehrlich. Also der Vereinsbeirat ist auf jeder Mitgliederversammlung, der Vereinsbeirat ist bei dunkelroten Tischen, der Vereinsbeirat ist auf unserer Homepage präsent. Also man kann mit dem Vereinsbeirat Kontakt aufnehmen, man kann sagen, du, was macht dir? Die drei Säulen sind bekannt. Also wenn einer sagt, ich bewerbe mich da, aber ich weiß gar nicht, um was es geht, dann weiß ich schon nicht, ob das der richtige Kandidat ist. Dann gebe ich dir recht. Es ist schon wirklich so. Und wir haben nachher auch das Problem jetzt gehabt, dass wir extrem wenig Bewerber hatten. Aber das ist eher so ein Zeichen und das sehen wir eigentlich überall, dass sich immer weniger Menschen, ich weiß nicht, ob es gesellschaftliches Problem ist oder nach Corona, ehrenamtlich für was engagieren. Also ich kann es ja sagen, wir haben für die eine Position hatten wir zwei Bewerber und für die andere war es vier. Und von den vier haben wir uns unserer Meinung nach zwei Besten ausgesucht und bei der anderen Position die beiden, die zur Verfügung standen. Dass dann von den beiden einer noch ein Rückzieher macht, weil einem dann einfällt, dass er weit von Stuttgart weg wohnt und es dann nur einem Kandidat übrig bleibt, das ist bedauerlich. Aber war es nicht mal so gedacht, dass zum Beispiel auch der Vereinsbeirat proaktiv auf mögliche Kandidaten zugeht und dann zum Beispiel Leute davon zu überzeugen oder versucht zu überzeugen, als Vereinsbeirat zu kandidieren? Boah, Rigi, das ist ja total kritisch, weil, also einmal möchte ich gar nicht, dass ein Gremium sich selber darum bemüht, wer in so einem Gremium kommt. Das sieht dann immer so wieder nach Federless Wirtschaft aus. Ich persönlich auch kann das sagen. Also ich habe keinen Kandidaten angesprochen, gebeten, sich für ein Vereinsbeirat oder für irgendwas zur Verfügung zu stellen. Weil wenn der sich dann nur zur Verfügung stellt, weil ich den anspreche, oder weil er angesprochen wird, dann ist das eh schon falsch. Also der muss ja intrinsisch selber wollen und sagen, ich möchte mich dort engagieren und nicht nur, weil jetzt zwei, drei zu mir kommen, mich begnien, dass ich das bitte machen soll. Nicht begnien, nicht begnien. Aber vielleicht kriegst du es manchmal gar nicht so sehr mit, dass es da ein Gremium gibt, das vielleicht genau für dich das Richtige ist, um vielleicht auch erstmal in die Gremienarbeit so ein Stück weit reinzukommen. Und also natürlich ist der Vereinsbeirat, klar, bei mir und bei vielen Fans, die sich jetzt hier den Podcast anhören, ist der natürlich präsent. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil der VfB-Fans wirklich nicht so 100 Prozent weiß, was dieser Vereinsbeirat eigentlich für eine Funktion hat. Das glaube ich dir richtig. Aber wir haben ein allgemeines Problem, dass wir, also ich merke das ja, ich bin auf den sozialen Medien, und ich kriege ja extrem viele Anfragen auch und da merke ich manchmal, hm, okay, derjenige weiß nicht mal den Unterschied zwischen Vereinsbeirat und Präsidium oder dann, dem ist ganz klar der Unterschied zwischen Aufsichtsrat und Vorstand oder dann macht man den Unterschied nicht zwischen EV und AG. Das ist dann die Frage, wo fängst du da an mit der Kommunikation und wo hörst du auf? Das eine mit, wie langweilst du damit und der andere sagt nachher Danke für die Information. Frag doch mal bei dem nach, der die Ausklärung so gut erklärt hat mit diesem Trick für den Video. Vielleicht kann der euch da weiterhelfen. Aber lass mich noch was zum Thema Kommunikation sagen, Riki, weil es mir wichtig ist. Und zwar, also wir hatten, und das ist wirklich ein Punkt, den nehme ich auch mit, Kommunikation kann man wirklich besser machen. Müssen wir auch besser machen. Wir haben auch so ein bisschen das Problem bei uns im EV. Ich meine, wir haben jetzt anderthalb Mitarbeiter im EV, 1,5 Mitarbeiter im EV. Da ist kein Rechtsanwalt, kein Steuerprofi, kein Kommunikationsmensch mit dabei. Das heißt, alles, was wir brauchen im EV, holen wir uns in der AG. Aber wenn AG-Themen wichtig und vielleicht manchmal wichtiger sind, dann fallen wir hin und wieder hinten runter, was bedauerlich ist. Darüber müssen wir schon mal sprechen. Und was uns natürlich, und auch mir passiert ist, auch im letzten Jahr, dann, was mir vorgeworfen wurde, im Herbst letzten Jahres, zu wenig Präsent, zu wenig kommuniziert zu haben und, und, und. Ich glaube, das muss ich kurz ergänzen, nicht nur zu wenig Präsenz, sondern was die Leute dann oft, gerade auf Twitter, so unterstellen, war, wenn es was Gutes zu vermelden gibt, wenn es positiv kommunizierte Nachrichten gibt, dann ist der Präsident sozusagen da und gibt sich als Fan-Präsident, wie es dann so oft beschrieben wird. Aber wenn es mal scheiße läuft, dann hörst du von ihm nichts. Ja, aber das ist im Fußball immer so. Also wenn es, gehen wir kurz zum Fußball, wenn es im Fußball gut läuft, sagen alle Präsident, halt dich raus. Und wenn es im Fußball schlecht läuft, heißt es Präsident, du machst nichts. Also du kannst es nicht richtig machen. Das ist relativ schwer, das ist einfach so. Zum Thema Kommunikation, muss ich auch sagen, ja, letztes Jahr im Herbst, stimmt, war ich vielleicht nicht ganz gesundheitlich auf der Höhe. Das hängt mir auch nicht in die große Glocke. Dann kommt noch dazu, beruflich noch stark eingebunden und dann vielleicht nicht so kommuniziert, wie sonst üblich. Okay, lasse ich mir vorwerfen, stimmt, nehme ich mir zu Herzen, versuche ich zu ändern. Aber, was ich auch sagen muss, ich bin glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ich hoffe, ich weiß es richtig, der einzigste Präsident in der Bundesliga, der in den sozialen Medien vertreten ist. Also mich kann man eigentlich fast immer erreichen, als Fan und als Mitglied. Man kann sich bei mir melden, man kann sich bei mir melden, einen relativ kurzen Draht zu mir bekommen, wenn man denn das möchte. Da bin ich glaube ich auch keiner, der da nicht Termine anbietet oder sich mit jemandem unterhält, sondern komplett offen bin. Und trotzdem haben wir natürlich manchmal auch die Situation bei uns im Verein, vor allem wenn es dann sportlich nicht gut läuft. Dann sitzen wir auch zusammen und überlegen, was machen wir denn jetzt. Und dann heißt es natürlich auch intern, okay, Schulterschluss, Schulterschlusstrainer, Mannschaft, Sportverantwortliche, Vorstand, Aufsichtsrat, Präsidium, Präsident, auch Vereinsbeirat. Keine Nebenkriegsschauplätze. Wichtigen Themen sind Sport. Und da hatten wir nachher ein paar Monate, wo wir gekämpft haben, wo sind wir? Erste Liga, Zweite Liga, Relegation, 92. Minute und, und, und. Und das stimmt. Da halten wir uns dann auch bewusst mit Kommunikation zum Thema Vereinspolitik auch zurück. Das machen wir. Und das ist akzeptiert. Dann muss dann er in Sebastian Hoeneß mehr sagen, dann muss in Fabian mehr sagen, vielleicht in Alex, vielleicht ich dann als Aufsichtsrat, wenn es um sportliche Themen geht. Aber das ist dann auch mal eine Situation, das hat sich für uns in dem Jahr gegen Köln bewährt, dass wir Ruhe im Verein hatten nach innen. Und das hat sich auch dieses Jahr wieder bewährt. Ich meine, da hat euch Sven natürlich einen Rücken frei gehalten, muss man auch sagen, weil er herausragend kommuniziert hat. Sven hat eine überragende Kommunikation gemacht, muss man ehrlich sagen. Sven hat uns als Verein und als VfB Stuttgart hervorragend vertreten und repräsentiert. Da kann man wirklich nichts sagen. Das geht, glaube ich, ganz schwer besser zu machen. Ja, also das sehe ich auch so. Lass uns kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das sich nochmal auf die 2021 MV bezieht. Und zwar einen Tag nach dieser Mitgliederversammlung trat das langjährige Aufsichtsratsmitglied Wilfried Porth zurück. Er stand damit zu seinem Wort, denn soweit ich weiß, kündigte er im Vorfeld an, dass er bei deiner Wiederwahl den Aufsichtsrat verlassen werde. Kannst du mal kurz umreißen, warum es dieses große Zerwürfnis zwischen Porth und dir damals gab? Also man soll ja eigentlich nicht nach hinten irgendjemand, aber ich möchte es auch gar nicht. Also auch nichts Schlechtes über Wilfried Porth. Es war natürlich schon so, dass das inhaltliche Themen waren. Ja, ganz klar. Auf der einen Seite ganz stark dann AG-Themen, die wichtig waren und den Präsidenten, dem ganz stark EV-Themen wichtig waren. Und ich glaube, letztendlich hat sich dann dort nicht der Präsident, sondern der EV mit seinen Themen durchgesetzt. Und das hat dann zu dem Ergebnis geführt. Das ist nur konsequent, das kann man niemandem vorwerfen. Okay, verstehe ich. Lass mal so stehen. Wenn wir gerade schon bei ehemaligen Aufsichtsräten sind, du hast Bertram Sukk 2022 das Vertrauen entzogen. Er galt als Fanvertreter im Aufsichtsrat. Dazu habe ich gleich ein paar Fragen. Erstmal, was qualifiziert einen denn zum Fanvertreter? Also wer bestimmt, wer die Fans vertreten soll? Macht das der Fan-Ausschuss? Also da möchte ich erstmal dazu sagen, also ich habe Bertram Sukk nicht das Vertrauen entzogen. Okay. Es war so, dass wir zu dem Zeitpunkt, wie beim Vorstand, wie beim Trainer, wie beim Sportdirektor, die bestmögliche Zusammensetzung im Aufsichtsrat wählen wollten. Das heißt, wir sind da neutral rein, haben uns genau überlegt, welche Bereiche brauchen wir, wo brauchen wir Anknüpfungspunkte, in welche Branchen, in welche Regionen, zu welchen Menschen, zu welchen Personen und haben dann auch gezielt natürlich auch Menschen angesprochen. Und natürlich geht es dann nach Qualifikationen, nach Kontakten, nach Netzwerk, nach Erfahrungen, die jemand einbringt. Und nicht umsonst haben wir heute, sage ich mal, einen top zusammengesetzten Aufsichtsrat. Und ganz zum Schluss geht es natürlich auch darum, dass man natürlich auch Frauen integriert in den Aufsichtsrat. Und wir haben einen neuner Aufsichtsrat und wenn da mehr als eine Frau drin sein soll, dann sind halt nur sieben Männer drin. Und wenn ich heute zurückblicke, muss ich sagen, wir haben einen top zusammengestellten Aufsichtsrat. Also wirklich mit Peter Schimmermann, Stellvertreter von Daimler oder von Mercedes, wirklich einen absoluten Finanz- und Controlling. Papst möchte ich das nicht sagen, aber es geht in die Richtung. Mit Franz Reiner, einen, den ich total schätze, weil er wirklich seine Meinung ganz klar äußert und schon unheimlich lange bei uns im Aufsichtsrat ist, sehr viel Erfahrung hat und echt eigentlich immer sehr, sehr wertvoll ist, weil er schon viele Sachen mit durcherlebt hat. Wir haben eine super Ergänzung mit Alexander Kleger als SAP-Chef Europa zum Thema Digital und IT. absolute Koryphäe. Wir haben mit Tobi Röschel, jemand, der auch absolut sportaffin ist, der aus Herrenberg kommt, wo unsere Mädels dann spielen, der bei Jako arbeitet. Der Klappow von Jako, haben wir mal gesagt. Der Klappow von Jako, genau. Eigentlich Rudi Sprügel, den ich ganz herzlich grüße, auch die ganze Familie, Sprügel von Jako. Auch Tobi Röschel, der echt über die Tätigkeit bei Jako natürlich auch Kontakt zu ganz vielen anderen Partner und Sponsoren und auch Vereinen hat, der da Sportkompetenz reinbringt. Dann natürlich auch eine Beate Beck-Deharde, die ganz eng zum Thema Stiftungsrat in Berlin unterwegs ist, aus Mittelstand kommt, hier aus der Region im mittleren Neckarraum. Dann eine Tanja Gönner, die uns natürlich auch ein Stück weit durch die politische Vergangenheit und heute als Chefin beim BDI ganz andere Türen aufmachen kann. Also wir haben da wirklich nach Kompetenzen geschaut und haben dann nachher festgelegt, das ist eigentlich für uns der bestmögliche Aufsichtsrat und auch dort die Situation so, dass wir ja im EV mit den drei gewählten Präsidiumsvertretern, das heißt sowohl Christian Riedmüller, Rainer Adler und meine Wenigkeit ja im Aufsichtsrat sitzen und zum Thema Fanvertreter, also wir sind gewählt von den Mitgliedern und wir sind im Aufsichtsrat. Wir sind definitiv keine Fanvertreter. Wir sind auch nicht gewählt als Fanvertreter und wir haben auch keinen Prozess, der irgendjemand zum Fanvertreter legitimiert. Also ich weiß, dass zum Beispiel unser voriger Präsident, als er den Aufsichtsrat zusammengestellt hat, einen als Fanvertreter ernannt hat. Also wir haben heute auch nirgends irgendwo eine Geschäftsordnung oder irgendetwas, wo drinsteht, wie der Fanvertreter sich denn definiert, wie der gefunden wird. Und dass es jetzt der eine Fanclub war, das war es so, das hat jemand anders entschieden, aber ich kenne ja auch die Fragen dann von 399 anderen VfB-Fanclubs, die sagen, warum der Vorsitzende aus diesem Fanclub und warum nicht einer von uns, was ja berechtigt ist. Absolut. Also da muss man eher mal... Das ist ja genau meine Frage. Ja, genau, 100 Prozent. Also im Endeffekt, wenn ich das richtig verstehe, wurde halt vom damaligen Präsidenten beschlossen, Bertram Suck ist der Fanvertreter. Genau, korrekt. Ohne Absprache mit einem Fan-Ausschuss. Ich war zu dem Zeitpunkt ja nicht da, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Nee, kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, was die Auswahlkriterien waren zu dem Zeitpunkt, deshalb kann ich nichts zu sagen. Weil das Ding, warum das so wichtig ist für uns Mitglieder, ist natürlich, dass 2017 versprochen wurde, dass im Aufsichtsrat immer mindestens ein Fanvertreter sitzt. Wer hat das versprochen? Wolfgang Dietrich auf der Mitgliederversammlung versprochen? Ja, das war halt eine zentrale Aussage damals. Auf der Mitgliederversammlung versprochen? Jetzt nagell ich mich nicht fest. Ich meine, er hat es auf der Mitgliederversammlung auf jeden Fall wiederholt. Es kann auch sein, dass es bei einem der Formate war, die im Vorfeld gespielt wurden. VfB im Dialog hieß das, glaube ich. Es kann auch sein, dass es da gefallen ist. Richtig, da habe ich immer ein Problem damit. Wir haben so viele, VfB ist 130 Jahre alt, mündliche Überlieferungen, die nirgends dokumentiert sind, die in keiner Satzung stehen, in keiner Geschäftsordnung und, und, und. Und irgendwann kommt jemand und sagt, es hat uns aber ein Präsident vor, ich weiß nicht, fünf Jahren bald oder noch schlimmer, vielleicht vor zehn Jahren versprochen. Da sage ich, sorry, auch als Präsident. Okay, dann muss der Präsident das aber einhalten. Also ich kann jetzt nicht unbedingt immer alles einhalten, was einer irgendwo mal in einem Radiointerview oder in der Zeitung versprochen hat. Also wenn das dann so ist, dann muss das bei uns auch dokumentiert und festgeschrieben sein. Und ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Fan davon. Also wenn wir das haben oder hätten, dann muss man nur den Prozess klar machen. Das heißt, wie sind die Kriterien? Was muss er für Anforderungen mitbringen? Wie sieht die Wahl aus? Gibt es da wieder eine Auswahl, die Qualifikationen? Wer bestimmt ihn dann zum legitimierten Fanvertreter? Und ist das dann jemand, der aus den offiziellen Fanclubs kommt? Ist das dann jemand aus den Ultras? Ist das jemand, der dann auch von den Rollys kommt? Oder haben wir dann unterschiedliche Fanvertreter? Also ich glaube, das wird extrem spannend, das zu diskutieren. Und mal ganz ehrlich, ich nehme das gerne mit, wir können das mal bei uns im Fanausschuss mal diskutieren und vielleicht dann irgendwann dann auch mal einen Satzungsänderungsvorschlag machen, wie bei uns ein Fanvertreter bestellt wird. Wie stark ist denn jetzt im Aufsichtsrat die Meinung der Fans repräsentiert? Also wer übernimmt sozusagen die Sicht der Fans und Mitglieder im Aufsichtsrat? Ganz stark. Also wir haben wirklich mittlerweile im Aufsichtsrat nicht nur, dass es Rainer Aden und Christian Riedmüller und meine Person sind, die ja absolut EV-Interessen haben, sondern natürlich auch Beate Beck-Deharde, Tanja Gönner und Alex Klege und auch Tobi Röschel, die absolut auch die EV-Belange im Blick haben. Und da kann man gar nicht so böse sein, wenn dann noch die Mercedes-Seite mit reinbringt und dann die AG-Sichtweise hat. Und das ist oft immer so ein bisschen ein Problem für, was heißt Problem? Das ist so ein natürlicher Spagat. Das heißt, wenn ich als Aufsichtsrat-Vorsitzender im Präsidium oder mit dem Vereinsbeirat mich treffe, dann muss ich immer gut überlegen, ich kann da nicht immer 100% EV sein, weil ich muss immer noch 20% AG im Hinterkopf haben. Ich darf im Vereinsbeirat, im Präsidium und auf einer Mitgliederversammlung ja nichts entscheiden, was mir noch in der AG, im Aufsichtsrat und im Vorstand negative Auswirkungen hat. Das ist oft schwer, wenn du am Tisch Menschen hast, die nur EV-Denken haben. Und der Umkehrschluss ist oft schwer auch im Aufsichtsrat oder im Vorstand. Wenn du da drin sitzt als Aufsichtsratsvorsitzender, solltest du 100% an die AG denken. Aber du kannst nur 80% an die AG denken, weil du weißt, du hast ja noch den Präsidentenhut auf. Wenn du dort was entscheidest und beschließt, was nachher negativ ist für den EV, weißt du genau, du gehst jetzt hier raus und es fällt dir morgen als Präsident auf die Füße. Deshalb ist es ganz schwer, bei ganz vielen Entscheidungen das richtig zu machen. Das ist wie, wie wenn du mich fragst, wer hat Recht mit dem Unternehmen, mein Mitarbeiter oder der Kunde? Dann sage ich, Riggi, es kommt drauf an. Ich dachte immer der Kunde eigentlich. Nein, es kommt drauf an, nicht immer die Kunden haben recht, machen wir mal die Mitarbeiter recht. Und das ist im EV und der AG genauso. Und das ist einfach, ich sage nicht schizophren, aber das ist ein Stück weit gespaltene Persönlichkeit und da muss man beiden Rollen gerecht werden. Und das innerhalb und auch nach außen. Und das macht es oft schwer, da ganz klar dann zu kommunizieren, weil das ist schon ein großer Spagat oft. Aber vielleicht nimmst du das mal mit und dann könnt ihr das im Fanausschuss diskutieren, ob es da Bedarf gibt. Weil, wie gesagt, gerade so diese Stoßrichtung, es wurde mal versprochen, dass eben im Aufsichtsrat auch die Fanmeinung populär vertreten sein muss, das hört man eigentlich relativ häufig, muss ich sagen. Und deswegen finde ich es eigentlich auch persönlich sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen und das eben mal zu diskutieren, gerade im Fanausschuss. Hat man denn heute das Gefühl, dass die Fanmeinung im Aufsichtsrat nicht vertreten ist? Ja, also ich wüsste jetzt nicht durch wen. Durch mich? Ja, schon, aber du hast es ja gerade eben erklärt, dass du natürlich dann auch nochmal andere Dinge berücksichtigen musst. Und wenn du wirklich jetzt als Fanvertreter sozusagen im Aufsichtsrat sitzt und einfach wirklich nur die Meinungen der Fans, Mitglieder, wie auch immer, mit in den Aufsichtsrat trägst, bist du natürlich nicht ganz so davon abhängig, was die AG zum Beispiel entscheiden möchte oder so. Ja, aber Ricky, der gute Mensch hat genau dasselbe Problem. Der sitzt dann im Aufsichtsrat der AG, muss dort für die AG entscheiden und muss es dann im EV nachher seinen Fans erklären. Das ändert gar nichts dran. Ja, ich finde es ganz reizvoll, jemanden mit dabei zu haben. Das ist eine spannende Aufgabe. Ja, das glaube ich. Das wird mit Sicherheit dann auch Kontroversen geben, aber davon lebt ja auch so ein Verein, muss man sagen. Ja, ganz ehrlich, genau, die Vielfalt macht es. Und das in allen Organen und Gremien. Und das finde ich gut, diese Diskussionskultur, die haben wir und das tut uns gut, absolut. Ja, finde ich auch. Also ein anderes Thema nochmal, es gab die Befürchtung, dass wir 2021, oder anders, ich fange anders an, 2021 hatte ich so das Gefühl, dass wir alte Seilschaften abgesetzt haben, ein Stück weit. Ja, wir haben einfach neue Strukturen geschaffen. Ich habe gerade davon gesprochen, dass wir die Gremien sehr homogen besetzt haben. Jetzt gibt es Vorwürfe in deine Richtung, dass wir neue Seilschaften schaffen würden. Was entgegnest du solchen Vorwürfen und kannst du diese Sorgen nachvollziehen und vielleicht sogar entkräften? Also ich glaube, dass es oft auch von außen so reingetragen wird, so dargestellt wird. Also ich möchte gar nicht sagen, dass wir alte Seilschaften haben und jetzt neue Seilschaften, da möchte ich mich komplett gegen verwehren. Es wurde ja auch so ein bisschen diskutiert, muss man jetzt den Vereinsberat und das Präsidium bei der Auswahl der Kandidaten für den Vereinsberat, diese Zirkelbezirke auflösen. Die es aber gibt. Die es gibt und die wirklich unglücklich sind und da sage ich ganz ehrlich, ja, die muss man auflösen. Und wir haben ja jetzt momentan auch wirklich ein paar gute Vorschläge, die zu Satzungsänderungen führen können. Ich finde nur, dass die Vorschläge momentan noch nicht so sind, dass sie komplett sauber durchstrukturiert sind und dass man sie sofort in die Satzung reinschreiben kann. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, wie auch bei einer Gesetzgebung, dass man da lieber zweimal überlegt, bevor wir jetzt einen Schnellschuss machen, nach einer Satzung drin haben. Wir haben das schon mal gemerkt bei diesem berühmt-berüchtigten, ich sage es jetzt, das ist ein März-Paragraf, wo man dann im Nachhinein gemerkt hat, hat man vielleicht über das Ziel hinausgeschossen, was auch gefährlich ist. Kurz zur Erklärung, der März-Paragraf schließt aus, dass ein Mitarbeiter der AG gleichzeitig ein Amt im e.V. innehaben kann. Ganz genau, ganz genau. Und wo man da auch gemerkt hat, okay, selbst eine ehrenamtliche Tätigkeit für irgendjemand wird dann kritisch gesehen. Zu den Saalschaffen kann ich nur sagen, die gibt es nicht. Die kann man auch nicht unterstellen. Das Einzige, was man mir unterstellen kann, es gibt einen Menschen im Vereinsbarat, das ist André Bühler, den ich schon vorher kannte, bevor ich zum VfB kam. Und das war's. Alle anderen lernten wir dann kennen in der Zusammenarbeit. Und zum Thema Zirkelbezug zwischen mir und dem aktuellen Vereinsbarat kann ich alle auch die Angst nehmen, weil wir haben eine Satzungsänderung, dass der VfB-Präsident, der amtierende Präsident, sich automatisch wieder, wenn er den möchte, für die neue Amtszeit nominieren kann. Das heißt, ich bin gar nicht abhängig vom Vereinsbarat, muss mich da jetzt bei keinem Nominierung oder bei irgendetwas liebkind machen. Ich kann da wirklich komplett neutral für den VfB entscheiden. Und ja, diese Zirkelbezüge muss man auflösen. Das sollte so nicht sein. Aber das ist nicht nur, dass der Präsident, der Wahlausschussleiter für den Vereinsbarat nicht sein sollte. Für das Gremium, die vielleicht die anderen Präsidenten aussucht, muss man auflösen. Und genauso kritisch sehe ich auch, dass die beiden Säulen im Vereinsbarat bei der dritten Säule, die zu besetzen ist, mitbestimmen. Aber das sollte aufgelöst werden. Und da gibt es ganz sicher gute Lösungen, gute Ansätze jetzt, die man noch verbessern kann. Und da freue ich mich drauf, wenn es dann so kommt. Lass uns mal auf den Sommer 2022 blicken, der ja durchaus positiv verlief, muss man sagen. Ja, also es gab die Last-Minute-Rettung gegen Köln, die löste Euphorie aus. Also ich glaube, es gab kaum einen VfB-Fan, der sich nicht auf die neue Saison freute. Das einzige Thema, das ja schon recht früh für Unruhe sorgte, war der auslaufende Vertrag des damaligen Sportdirektors Sven Mislintat. Viele VfB-Fans hätten sich gewünscht, dass der Verein mit ihm weitergearbeitet hätte. Wie war grundsätzlich dein Verhältnis zu Sven? Gut. Also ich habe mich immer gefreut, wenn ich ihn sehe. Und Sven hat den VfB, habe ich es ja vorher kurz angesprochen, Ricky, der hat den VfB vorbildlich nach außen präsentiert. Auch alles, was er über seine Kommentare und was er außen gegeben hat, war klasse für den VfB Stuttgart. Ich habe es ein bisschen bedauert, muss ich ehrlich sagen. Wir als Präsidium und als Präsidialausschuss hätten ja ganz gerne gehabt, dass er bei uns Sportvorstand wird. Sven Woltz hat es abgelehnt. Also ihr habt ihn konkret gefragt? Ja. Weil er bestreitet das ja. Ja, ich wundere mich, ehrlich gesagt. Weil das war nicht nur bei mir persönlich, sondern vom gesamten Präsidialausschuss. Wir haben ihn gefragt, ob er sich es vorstellen kann, bei uns Sportvorstand zu werden oder es nicht einmal, sondern es mehrfach. Vielleicht hat er es vergessen oder weiß nicht genau. Was hat er denn angeführt als Begründung? Nein, nein. Er ist zufrieden mit seiner Tätigkeit und Position und sieht keinen Grund, das zu verändern. Okay. Muss man ja auch akzeptieren. Ja, klar. Ganz ehrlich. Dann kam die Situation des Vertrages und da hat Alex, da wird ihm Alex ja oft unterstellt, der hätte oft Zeit gespielt oder wollte nicht mit Sven verlängern. Also das sehe ich nicht und das kann ich auch nicht unterstellen. Und trotzdem kann es bei uns passieren, dass jemand einen Vertrag bekommt und sagt, nee, den nehme ich nicht an. Das ist einfach so. Das passiert beim Spieler, das kann beim Trainer passieren, das kann beim Sportdirektor passieren, das kann beim Vorstand passieren. Das kann man nie ausschließen. Und das ist bei Sven passiert und dann, wenn er jetzt in Amsterdam ist, ja, ich wünsche ihm von Herzen alles erdenklich Gute. Wir haben, glaube ich, das Glück gehabt, dass wir mit Fabian Wohlgemuth jemanden gefunden haben, der das Tagesgeschäft nach innen und dem Transfer das sehr gut weggemacht hat und momentan für uns einen tollen Job macht. Aber grundsätzlich der Prozess der Vertragsverlängerung, hätte man da nicht irgendwie frühzeitig für Klarheit sorgen können, weil wenn es jetzt an einzelnen Paragrafen oder Positionen im neu angebotenen Vertrag gescheitert ist, die wären ja theoretisch vielleicht schon im Sommer. Also ich weiß gar nicht frühzeitig, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wann Alex in den Prozess eingestiegen ist als Vorstand. Es hieß ja letztes Jahr, sorry, dass ich unterbreche, hieß es ja, wir wollen, also zunächst hieß es, man ist in Gesprächen, dann hieß es irgendwann, man möchte die Gespräche auf die WM-Pause verschieben und du hast halt einfach gemerkt, okay, Sven Missentat ist ja dann auch schon proaktiv an die Öffentlichkeit gegangen, hat bei Sky gesagt, eigentlich müssten wir mit mir schon längst verlängert haben, etc. Also er hatte offensichtlich das Anliegen, dieses Thema zu beenden und der Verein selbst hat dann noch nicht reagiert. Also ich weiß nur die Sichtweise, dass man damals versucht hat, in verschiedenen Terminen die Sache zu besprechen und zu klären und die Termine sind nicht entstanden und waren nicht möglich. Okay, das ist natürlich auch eine Aussage. Dann lass uns auf die MV 2022 blicken, die lief erneut sehr harmonisch ab, muss man sagen. Das besondere Highlight dieser Veranstaltung war dann die Präsentation der neuen Berater des Vorstands. Unter großem Applaus, muss man sagen, wurde Sami Khedira und Philipp Lahm vorgestellt. Außerdem wurde Christian Gentner als Leiter Lizenzspielerabteilung und Kakao als Markenbotschafter des VfB präsentiert. Jetzt muss man sagen, der Applaus ist längst vorbei, Sami ist nicht mehr Berater. Was bleibt denn von diesem Highlight im Nachhinein übrig? Also wie konnte Sami und Philipp dem VfB helfen? Also es war natürlich so, als wir mit Alex den Vorstandsvorsitzenden besetzt haben, wussten wir, dass wir einen haben, der in der Regel auch Sportvorstand in Köln war und das Thema mit begleitet hat. Aber relativ früh dann schon zu uns gesagt hat, pass auf, ich mache das gerne mit, aber wir müssen irgendwann mal die Situation klären. Sportvorstand, ja, nein und auch die Frage natürlich dann bei uns drei Vorstände oder vier. Und das hängt natürlich auch immer dann mit der Liga, Zugehörigkeit, ich sage mal, wenn man in der ersten Liga schon einen größeren Spielraum hat, tut man sich auch leichter als Aufsichtsrat mit der Entscheidung mit vier. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Wir haben dann Alex gebeten, mach es interimsweise mal mit. Alex hat dann darum gebeten, okay, ich würde mir gern aber dann noch zwei Berater an die Seite nehmen, die der Aufsichtsrat wusste und auch zugestimmt haben. Dann haben wir gesagt, warum zwei? Und da war die ganz klare Aufteilung, dass Sami, der aus Stuttgart kommt, bei uns im NLZ war, im Jugendbereich, alle Mannschaften, glaube ich, durchlaufen hat, relativ nah am VfB dran ist, öfters hier ist und im Alex dann auch öfters vor Ort mit Rat und Tat zur Seite steht und Philipp mit seiner Beratung dann bei uns relativ stark im NLZ eingebunden war und so eher die Außensicht hatte. Ich weiß, Philipp wird oft vorgeworfen, der ist nie in Stuttgart, nie bei Spielen und nie zu sehen. Ja, das war auch nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe war der Blick von außen auf den VfB Stuttgart, auf unsere Jugend, auf unseren Übergangsbereich, auf unser NLZ, auf die Trainer und eine neutrale Einschätzung aus der Distanz abzugeben. Und Sami hatte genau das Gegenteil, nah dran zu sein, zu sprechen mit den Menschen, sich ein selbes Bild zu machen, Eindruck zu machen und beides zusammen, glaube ich, hat von Alex super funktioniert. Warum konnte man das so nicht kommunizieren? Also so klar? Gute Frage. Also es gibt eigentlich keine Antwort darauf. Man hätte es einfach machen können. Man hätte es einfach machen können. Sven Wisslend hat, ich möchte mal auf ihn kurz zu sprechen kommen, soll insbesondere über die Personalie Christian Gentner nicht gerade glücklich gewesen sein. Er wurde in diese seinen Arbeitsbereich betreffende Entscheidung nicht mit einbezogen, nach allem, was man so hört. Was ist deiner Meinung nach damals schief gelaufen? Also wieso ist das nicht erfolgt? Wieso hat man nicht mit dem Sportdirektor darüber gesprochen, dass jetzt praktisch nochmal ein Bindeglied, so hieß es ja, zwischen Trainer und eben Sportdirektor hinzugefügt werden soll? Also ich sehe das gar nicht so, weil ich weiß damals, ich war mit dabei, als es diese Pressekonferenz gab, die Kultpressekonferenz. Die Kultpressekonferenz. Ja, da kann man auch sagen, ich glaube, so rückblickend würden wir das wahrscheinlich so nimmer machen. Ja. Auch ganz klar, logisch. Das war, ja, das war so, wie es war. Aber zum Thema Sven, genau, und Gende, sehe ich das gar nicht so, weil ich weiß, dass Sven, glaube ich, am gleichen Tag oder am Tag danach, glaube ich, auch alle ganz herzlich dann auf den sozialen Medien mit VfB Stuttgart begrüßt hat und da war Gende auch dabei. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie Vorbehalt oder irgendwas gab. Ja, also ich kann es jetzt auch nicht am Ende auflösen, aber ich hatte immer so den Eindruck, dass er sich da schon gewünscht hätte, mehr mit eingebunden worden zu werden. Also es war ein bisschen schwierig von außen natürlich endgültig zu betrachten, aber ich verstehe natürlich auch, dass er sich dann auf den sozialen Netzwerken, sag ich jetzt mal, nicht dagegen positioniert, sondern natürlich die Leute begrüßt, die an sich ja nichts dafür können, dass sie jetzt beim VfB anfangen dürfen. Ganz im Gegenteil. Und ich weiß, ich habe das noch im Hinterkopf, dass Sven Missentat auch mal gemeint hat, natürlich können wir so jemanden brauchen wie Christian Gendner. Wir sollten natürlich auch wissen, was genau sein Aufgabengebiet ist. Das konnten wir jetzt inzwischen klären, aber damals schien das noch nicht ganz so klar. Deswegen meine Frage an dieser Stelle. Lass uns mal kurz auf den Herbst dann rüberschauen. Da überschlugen sich dann ein Stück weit die Ereignisse. Erst wurde Pellegrino Materazzo entlassen. Erst mal dazu richtige Entscheidung, der Meinung nach? Also verlasse ich es mal die Präsidenten-Sitz und setze die Fanbrille auf. Als Fan hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass Verino noch ein paar Spiele geben, vielleicht bis zur Hinterpause. Dann kam es nicht dazu. Sieben Wochen später wurde dann bekannt gegeben, dass der VfB Stuttgart und Sven Missentat beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen. Die Stimmung, gelinde gesagt, unter vielen VfB-Fans schlug dann nach dem Abgang von Sven schon in Wut und in Enttäuschung um. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Von dir hat man damals relativ wenig gehört. Du hast ja schon gesagt, vielleicht hat das auch mit gesundheitlichen Themen zu tun. Trotzdem, was hielt dich damals davon ab, präsenter zu sein und proaktiver zu kommunizieren? Sei es jetzt vielleicht dann auch nur über einen Tweet oder so? Gab es da keine Möglichkeit? Wahrscheinlich ist die Möglichkeit gegeben, aber es ist natürlich auch so, dass wenn bei uns ein Sportdirektor, der direkt dem Vorstand unterstellt ist, die Kommunikation mit dem Vorstand machen muss und der Vorstand muss kommunizieren. Wir haben auch so Kommunikationsleitfaden, dass natürlich, wenn es um den Vereinsbeirat geht, der Vereinsbeirat als Vorsitzende was sagt, wenn es ums Präsidium geht, der Präsident was sagt, wenn es um den Aufsichtsrat geht, meine Wenigkeit als Aufsichtsrat-Vorsitzender was sage, aber wenn es dann drunter geht um Mitarbeiter oder um Direktorenebenen, dann muss der Vorstand was sagen. Ich hatte damals das Gefühl, dass diese Unruhe vor allem daher rührte, dass jetzt keiner richtig verstanden hat, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Wir hatten einen klaren Weg, hinter dem konnten wir uns alle sozusagen committen. Du hast vorhin mal angesprochen, dass wir relativ viele Mitglieder hinzugewonnen haben. Ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass man gesehen hat, okay, beim VfB passiert was. Wir wissen, was wir zu erwarten haben. Der VfB hat seine DNA zurück. Das war definitiv auch ein Verdienst von Sven Wissenthal, Thomas Hitzesberger, die da einfach wieder einen Umstoß angestoßen haben letzten Endes und den VfB aus meiner Sicht wieder auf den richtigen Weg gebracht haben. Was ist denn der VfB weg und die DNA? Aus meiner Sicht steht der VfB für guten Jugendfußball, ganz klar. Ein Stück weit für Fankultur. Wenn ich jetzt rein aufs Sportliche gucken möchte, dann ist es die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Wir spielen furchtlos und treu. Das will ich auf dem Platz sehen, nicht ängstlich und scheu, was wir dann unter anderen Trainern häufig gesehen haben. Ich möchte, wie gesagt... Dann warst du vom Zorniger-Fußball begeistert. Natürlich. Der war nur sehr unerfolgreich und das war ein bisschen schade, weil das Spiel an sich war natürlich Spektakel pur. Aber manchmal ist es dann auch der Mittelweg. Genau, die Balance dazwischen, die muss der Stuttgarter weg sein. Ohne jetzt einem Ex-Trainer zu nahe treten zu wollen. Aber zum Beispiel den Fußball, den wir unter Bruno Labbadia gesehen haben, der lässt sich, ich möchte mal vorsichtig sagen, schlecht vermarkten. Und dann ist mir natürlich so ein Fußball, den wir dann unter Pellegrino Matarazzo gesehen haben, den wir jetzt unter Sebastian Hoeneß sehen, den wir auch unter Tim Walter stellenweise gesehen haben, den kaufe ich mir lieber an. Und dann bin ich auch eher mal bereit, eine Niederlage zu fressen. Wenn ich da sehe, da sind junge Spieler auf dem Platz, die sich zerreißen, die da mal einen Fehler machen, alles gut und schön. Wenn ich da Leute auf dem Platz sehe, die das Doppelte von dem verdienen, was unsere Spieler jetzt verdienen, aber am Ende keine Leistung bringen und dazu auch noch, ich sage mal, wenig Spektakel auf dem Platz zelebrieren, dann tue ich mich ein bisschen schwer damit. Und VfB DNA ist für mich eben genau das. Junger Fußball, dynamischer Fußball, ohne Angst, nach vorne, das ist für mich der VfB Stuttgart. Und natürlich am Ende irgendwann auch mal erfolgreich. Aber das haben wir auch schon vor. Thomas Hitzelsberg hat uns für den Mitteltag gespielt. Ja, lange Zeit aber nicht. Also lange Zeit stand der VfB für relativ biederen Fußball, uninspirierten Fußball. Da gab es dann schon so Phasen, da konnte ich mich überhaupt nicht mit dem, was da auf dem Platz passiert, irgendwie identifizieren. Weder mit den Spielern noch mit den Trainern. Und das kam dann wieder ein Stück weit zurück. Es kamen neue Charaktere hinzu, vielleicht auch mal Spieler, die man jetzt gar nicht so groß kannte, die jetzt nicht irgendwie schon ihren Karriere-Höhepunkt hinter sich hatten. Und das fand ich eigentlich das Spannende. Das ist ja jetzt immer noch da. Also wir haben ja immer noch interessante Spieler. Was du beschreibst, haben wir genau heute. Ja, ja, klar. Aber angestoßen wurde es damals eben unter Thomas Hitzesberger, unter Sven Missentat. Und das fand, glaube ich, der Großteil der Fans schon sehr, sehr reizvoll. Und auch deshalb kann ich mir vorstellen, sind viele wieder Mitglieder geworden oder eben erst mal dann eingetreten in dem Verein. Siehst du es anders? Nö, also ich gehe da komplett mit. Also wenn ich mir noch wünschen dürfte, wenn du sagst, den Weg der jungen Wilden, dann wünsche ich mir noch den Weg der eigenen jungen Wilden. Natürlich, dass möglichst viele aus unserem eigenen NHZ bei uns spielen. Ja, warum klappt das denn nicht? Ja, also ganz ehrlich, wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Ganz ehrlich, natürlich. Er diskutiert doch bestimmt darüber. Ja, natürlich. Ich meine, gut, du sitzt im Präsidium mit einem der absolut renommiertesten Jugendtrainern im deutschen Fußball zusammen, Rainer Adrian, der wird ja da Theorien haben, warum es nicht klappt. Ja, aber die Frage, guck mal, die muss man anders nochmal stellen. Jetzt haben wir junge, gute, talentierte Spieler bei uns aus dem NHZ, die im Profibereich mittrainieren. Ja. Die im Profibereich bei uns bereits mitgetrainiert haben unter Rino Matarazzo, nicht gespielt haben. Dann kam Bruno Labbadia, also ein anderer Trainer, mittrainiert haben, nicht gespielt haben. Dann kommt Basti Hoeneß, mittrainieren und nicht spielen. Und jetzt fragst du mich, warum die nicht spielen. Jetzt müssen wir die drei Trainer fragen, warum sie der Meinung sind, alle Jugendspieler, die bei uns mittrainieren, nicht in den Profibereich zu integrieren. Also entweder haben alle drei deinen Fehler oder schlechten Blick auf die sportliche Leistungsfähigkeit des Spielers, was ich nicht glaube. Vielleicht sind sie einfach noch nicht so weit, dass sie da spielen. Also muss man im NHZ noch härter arbeiten und vielleicht ja Dinge optimieren? Das kann man immer, ganz ehrlich. Also wenn du mich heute fragst und so als Analyse im NHZ, wir haben mit Thomas Krücken da wirklich einen super Mann, der da strategisch arbeitet, der uns jetzt leider verlässt, auch zum großen Verein, in eine tolle Liga, muss man sagen, kann man bedauern, aber da kann man ihm auch nur gratulieren. Wir haben vielleicht so ein bisschen Probleme im NHZ im Übergangsbereich. Das heißt so in der Betreuung unserer Jungtalente. Das heißt, wir haben wirklich viele Nationalspieler, die bei uns in allen möglichen U-Nationalmannschaften spielen und dann im Übergangsbereich dann bei uns entweder es nicht schaffen, hängenbleiben oder wechseln. Ist natürlich auch der schwerste Schritt, muss man sagen. Natürlich, das ist der schwerste Schritt. Vom Jugend hin zum Seniorenbereich, das ist... Absolut. Da muss man auch wissen, Ricky, bei uns von 100 Jugendspielen, also wenn es zwei schaffen, ist das eine tolle Quote. Einer wäre normal. Also es ist nicht normal, dass jeder da durchmarschiert und dann im Profibereich spielt. Gibt es denn, weil wir vorhin über Wege gesprochen haben, gibt es denn so einen Plan, der uns Fans aufzeigen kann, wo der VfB in fünf bis zehn Jahren stehen soll oder gibt es den eher nicht? Natürlich gibt es den. Kannst du den reisen? Also ich meine, das ist ja jetzt schon der nächste Schritt, wenn wir jetzt daran denken, dass wir ganz gerne einen Sportvorstand für uns vorstellen und den ganz gerne hätten, weil das ist ja eigentlich dann die Klammer der Sportvorstand, der bei uns die Klammer zwischen NLZ, also Jugendarbeit, genau diesen Übergangsbereich, wo wir gerade ein bisschen Schwäche haben, hin zweite Mannschaft, Profibereich und Mädchen- und Frauenfußball. Und das ist die Klammer, der eigentlich bei uns dieser sportliche Konzeptionator sein muss, der die Spielphilosophie, die VfB-DNA, im VfB-NLZ-Übergang, zweite Mannschaft, Profibereich, Mädchenfußball, integriert und sicherstellen muss, dass darunter dann Sportdirektoren, Trainer, U-Trainer, Profitrainer auch so arbeiten. Und das ist genau die Position, die wir jetzt eigentlich besetzen wollen. Kannst du dazu mal was sagen? Also welches Profil sucht ihr da konkret beim Sportvorstand? Genau das, was ich gesagt habe. Also wenn wir jemanden haben oder jemanden finden, der NLZ-Jugenderfahrung hat, der Erfahrung hat im Übergangsbereich, mit zweiten Mannschaften umgehen kann, aber auch im Profibereich, dort international am besten oder national Erfahrung mitbringt, Mädchen, Frauen, Fußball nicht fremd ist, der frei ist, der zu uns kommen möchte. Das kommt natürlich noch mit dazu. Ganz genau, der frei ist, der zu uns kommen möchte und auch noch den wir bezahlen können, dann glaube ich, haben wir einen Top-Kandidaten und da sind wir glaube ich auf einem ganz guten Weg. Also wir haben, um die Frage dann vielleicht vorwegzunehmen zum Thema Sportvorstand, wir haben als Aufsichtsrat alle Hausaufgaben gemacht, die Kriterien sind klar, was wir uns gerne wünschen. Das ist das Ei des Kolumbus, die Eierlegende Wollmichsau, was wir gerne alles hätten. Wir wissen genau, das werden wir so nicht bekommen, nicht finden oder nicht bezahlen können. Also müssen wir gucken, welche Menschen sind auf dem Markt und das beginnt jetzt, dass wir uns dann gucken, die Transfer periodisch eh vorüber. Der Einfluss auf irgendwie Transfers ist nicht notwendig, deshalb wir haben jetzt noch ein bisschen Ruhe, uns da jetzt den Markt zu screenen und zu gucken, mit wem sitzen wir zusammen, wen sprechen wir an, wen können wir uns vorstellen, wer ist verfügbar, wer kommt, wen können wir zahlen. Arbeitet ihr bei der Suche nach einem Sportvorstand jetzt eigentlich auch mit Headhunter-Agenturen zusammen? Nein, derzeit noch nicht. Was wir jetzt gemacht haben, Ricky, war Kriterien, unsere Anforderungen, Hausaufgaben gemacht und jetzt geht es auch um diese Entscheidung, machen wir die nächsten Schritte, machen wir sie selber, lassen wir sie machen, das wird jetzt dann in den nächsten Tagen entschieden. So von außen betrachtet, muss ich sagen, zäumt ihr ja schon irgendwie bei der Besetzung des Sportvorstands das Pferd von hinten auf. Also du hast jetzt einfach einen Sportdirektor und einen Trainer und jetzt sucht ihr nach dem Chef für diese beiden. Habt ihr da irgendwie keine Sorgen, dass dadurch neue Probleme entstehen und der nach Mislintats Abgang eingeschlagene Weg jetzt vielleicht nochmal in den Stock geraten könnte, wenn dann ein Sportvorstand dazukommt? Ricky, ich sehe es nicht so, dass wir das Pferd von hinten aufzäumen, weil es ist natürlich so, wenn du mit Sven Mislintat einen Sportdirektor verlierst, der ganz stark im operativen Geschäft, Kaderplanung, Spieler drin ist, dann musst du die Position ersetzen. Dann kannst du nicht sagen, jetzt stellen wir mal die Sportdirektorensuche zurück und kümmern uns erst um NLZ oder um den Sportvorstand. Ihr hättet ja schon im März 2022 einen neuen Sportvorstand präsentieren können, als Alexander Werder dann interimistisch das erstmal übernommen hat. Genau, aber da war bei uns auch die Diskussion, in welcher Liga sind wir? Wollen wir vier Vorstände oder drei? Und wir haben zu Alex gesagt, du pass auf, du kommst aus Köln, setz die neutrale Brille auf, guckst sie an, nimm dir Berater zur Seite und gib dann mit den Beratern gemeinsam eine Einschätzung bei uns im Aufsichtsrat ab, wie du das siehst. Brauchen wir einen Sportvorstand? Wenn ja, in welche Richtung, mit welchen Kompetenzen, Kriterien und 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 genau die Zeit haben wir uns genommen. Aber natürlich hätten wir da relativ schnell irgendjemanden als Sportvorstand integrieren können oder einstellen können, das wäre schnell gegangen. Aber ob das dann die richtige Entscheidung für den VfB wäre, das weiß ich nicht. Insofern bin ich der Meinung, wir haben das ohne Zeitdruck komplett richtig gemacht. Wir haben im komplett neuen Vorstandsteam und dem Vorstandsvorsitzenden die Zeit gegeben, sich das in Ruhe anzuschauen, eine Einschätzung abzugeben, die tagtäglich da nah dran sind und nicht nur ein Aufsichtsrat, der sich alle zwei, drei Monate trifft in Sitzungen, um dann Sachen zu besprechen, nah dran, sich das anzuschauen, gute Berater an die Seite gestellt, die es neutral einschätzen und aus dem Gesamtbild dann die Situation, ja okay, es macht Sinn, dass wir uns vom Sportvorstand Gedanken machen und auch unter welchen Kriterien, die wir sehen und dann die Überlegung jetzt, wie wir jetzt weitergehen mit der Suche selber oder mit Agenturen. Ich kann das natürlich nachvollziehen, dass du die Besetzung des Vorstands schon davon abhängig machst, in welcher Liga du spielst. Aber hättest du jetzt zum Beispiel schon im Januar, Februar, März, April 2022 gewusst, der VfB steigt nicht ab, du holst dir einen Sportvorstand und steigst ein Jahr später ab, kannst du den ja auch nicht wieder abberufen. Also das heißt, eigentlich kann die Liga-Zugehörigkeit jetzt ja nicht am Posten des Sportvorstands. Nee, der war auch nicht nur eine Liga-Zugehörigkeit. Da war wirklich dann auch der Punkt mit dran, dass wir einen komplett neuen Vorstand hatten und gesagt haben, guckt euch das mal an, das neue Vorstandsteam, was empfehlt ihr? Ja, aber gerade beim Thema Sport, ich meine, das ist halt das Wichtigste. Ja, aber Alex bringt ja die, also mal ehrlich, wir haben jetzt keinen Sportvorstand, also wir haben schon lange keinen Sportvorstand. Ja, aber Thomas hat ja natürlich, Thomas Hitzesberger, der das ja auch in Personalunion gemacht hat, der hat ja natürlich schon eine andere Sportkompetenz, würde ich jetzt behaupten, als Alexander Werle. Weiß ich nicht, also vielleicht hat Thomas Hitzesberger sicher mehr Sportkompetenz, wenn es um Spielfighter und um Spieler geht, aber ich glaube, in der Administration. Als Vorstand hat, glaube ich, Alex Werle mehr Kompetenz, weil er das einfach viel länger in Köln schon selber gemacht hat. Da gebe ich dir recht. Aber es geht mir um die sportliche Perspektive, also um einfach dann, ja, Kaderzusammensetzung, natürlich dann auch die Position des Sportdirektors, die Position des Trainers, NLZ-Leiter, das sind natürlich Dinge, da glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, Aber Rigi, diese Sportkompetenz mitzubringen. Wir haben die Sportkompetenz, da kann ich dich total beruhigen. Also die Sportkompetenz haben wir im Brasilien und im Aufsichtsrat mit dem Rainer Adrian, der sehr viel Erfahrung hat. Die Sportkompetenz im NLZ bisher mit Thomas Krücken. Wir haben Sportkompetenz mit drin. Der geht jetzt halt. Der geht es leider. So, und im Aufsichtsrat hast du halt auch nur einen. Genau, aber wir haben Sportkompetenz, wir haben einen Trainer, der Sportkompetenz hat, wir haben einen Fabian Wohlgemuth, der Sportkompetenz hat, der Alex, der Sportkompetenz hat, wir haben einen Gende noch, der Sportkompetenz hat mit drin. Und wir haben noch Scouts bei uns, die Sportkompetenz haben. Moment, ich muss jetzt noch wieder unterbrechen. Die sind ja alle nicht für die mittelfristige Planung zuständig. Also zum Beispiel Fabian Wohlgemuth, der muss aus meiner Sicht eher kurzfristig denken, weil der muss dafür sorgen, dass der VfB Schöckert in diesem Jahr nicht absteigt. Ein Sportvorstand denkt aus meiner Sicht viel mittelfristig. Strategisch. Ja, strategisch und mittelfristig. Der muss strategisch und langfristig denken. Gerne langfristig, aber soweit das im Fußball halt möglich ist. Was ich damit sagen möchte, Regis, also ich sehe momentan da überhaupt kein Problem, weil die Jungs, die das bei uns momentan machen, egal ob ich jetzt Alex, Fabian oder Basti nehmen, Gente oder die Scout, die haben bei der Transferperiode bewiesen, dass sie einen super Job machen. Warum sollen wir es ganz schnell irgendeinen Sportvorstand einstellen? Also wichtig ist doch, dass wir nachher jemanden haben. Wir haben ja unterschiedliche Direktionsbereiche, der diesen Direktionsbereich NLZ mit betreuen kann, der, also unser Leiter NLZ, Thomas Grücken, hat nur die Brille fürs NLZ. Wir haben momentan niemanden, der sich um den Übergangsbereich kümmert, um unsere Jungtalente. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Überbau drüber, der sich um das NLZ, Direktor NLZ kümmert, um den Übergangsbereich, um den Bereich Sportdirektor, also Profibereich. Fabian Wohlgemuth hat gerade die Brille auf, ausschließlich Profibereich. Das ist so, das ist sein Job. Und natürlich noch Mädchen und Frauen Fußball. Das heißt, darüber brauchen wir jetzt einen, der die strategische Sportkompetenz für den VfB sicherstellt über Jahre am besten. Und auf der Suche sind wir gerade. Die haben wir seit Jahren nicht. Also das hat auch Thomas Hittelsberger nicht gemacht. Auch das hat er das nicht gemacht. Ja, seine Aufgabe war es ja auch nicht, der Sportdirektor muss man sagen. Und deshalb sind wir jetzt, haben wir den Entschluss gefasst, nach einem Jahr unserem Vorstand, Einschätzung, Sichtung, Mitberatung zu sagen, wir müssen uns eigentlich in die Richtung entwickeln. Und jetzt haben wir die Diskussion, drei oder vier Vorstände. Wenn wir es uns finanziell leisten können, können wir ja auch vier Vorstände vorstellen. Bis wann können wir denn mit einem neuen Sportvorstand rechnen? Muss mir jetzt nicht das genaue Datum sagen. Wir haben ja gar keinen bisherigen alten. Naja, wir haben einen aktuellen, das ist Alexander Werder, aber wann kommt sein Nachfolger sozusagen? Also ich denke im Herbst. Im Herbst wird er kommen. Das klingt ja eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Noch mal ganz kurz, weil wir es gerade angerissen haben, Thema Aufsichtsrat und Sportkompetenz. Siehst du es nicht so, dass die Sportkompetenz da ein Stück weit vernachlässigt wird im Aufsichtsrat? Dass das nicht reicht, wenn du nur einen im Aufsichtsrat sitzen hast, der Sportkompetenz mitbringt? Nein. Wir haben mehrere im Aufsichtsrat, die Sportkompetenz haben. Ich habe es vorher auch mal kurz erwähnt. Wir haben einen Tobi Röschel mit drin, den man nicht unterschätzen darf zum Thema Sportkompetenz. Und mit Rainer Adröschel haben wir einen drin, also ganz ehrlich, der hat sehr viel Sportkompetenz, der kann sehr gut argumentieren und zum Schluss geht es uns um Argumente. Und da müssen das ja nicht viele sein, die die gleichen Argumente austauschen, sondern es ist einer, der überzeugende Argumente hat. Ja, aber es hilft schon, wenn du unterschiedliche Sichtweisen auf diverse Themen hast. Ja, natürlich, aber das haben wir ja. Also wir haben unterschiedliche, im Aufsichtsrat haben wir wirklich so einen großen Mix, dass wir da unterschiedliche Sichtweisen mit unterschiedlichen Ausprägungen und Kompetenzen haben. Und klar hat Rainer Adröschel die meisten zum Thema Sport. Hören die anderen dann auch auf ihn, letztendlich. Aber er muss sich auch überzeugen, ganz ehrlich. Und das ist ja auch gut so. Und nur weil da ist, also wenn da jetzt, sage ich mal, neun sportaffine Aufsichtsräte wären, das wäre auch, was ist das? Ja, das ist natürlich das andere Extrem. Da ist ja das Risiko, Riki, wieder, dass dann wieder der Aufsichtsrat beim Vorstand mitspricht oder dann runter, dann sogar am Sportdirektor oder dann noch schlimmer mit dem Trainer. Also da bin ich schon ganz froh, dass wir da eine klare Zuordnung haben, dass der Basti als Trainer einen super Job macht, der Fabian dabei ist, der Alex dabei ist, der Gende unterstützt. Und wenn es dann sportrelevante Sachen gibt, die dann vielleicht auch mal in den Präsidialausschuss kommen, wo Rainer Adrien mit drin sitzt, oder wenn es ganz wichtige Sachen sind, die zustimmungspflichtig sind im Aufsichtsrat, dann im Aufsichtsrat natürlich dann auch Sport präsentiert werden und von Rainer Adrien dann auch mit der Einschätzung dem Gesamtaufsichtsrat zugutekommt. Also ich glaube, ich würde mir halt wünschen, dass du neben der konservativen Herangehensweise noch mal was Moderneres mit dabei hättest. Was sagst du das? Also jetzt nehme ich mal einen Namen, den schmeiße ich einfach mal rein, weil es für mich einer der besten Spieler war, die je beim VfB-Score gespielt haben, das ist Matthias Sammer. Wenn du jetzt so einen Typen noch mit dabei hättest, dann hast du eine Diskussion, die ich jetzt in Sachen Sportkompetenz auch ernst nehme. Also wenn da Matthias Sammer sitzt, der sich mit Rainer Adrien über die strategische Ausrichtung, die sportliche Ausrichtung des VfB unterhält, dann bin ich mir sicher, dass am Ende was Gutes dabei rauskommen kann. So, jetzt hast du einen Rainer Adrien da sitzen. Ich kann mir vorstellen, dass die anderen Aufsichtsräte und Aufsichtsräteinnen da mit großen Augen sitzen, wenn er anfängt, weil er hat natürlich so viel zu erzählen und so viel Ahnung. Da traust du dich vielleicht auch manchmal gar nicht raus mit deiner, ich nenne es mal Laien-Sicht, gerade was das Sportliche angeht. Ich weiß es nicht, ich war ja noch nie dabei bei einer Aufsichtsratssitzung. Ich kann nur sagen, wir diskutieren da kontrovers über alle Themen, egal ob Sport oder Finanzen. Und das muss und soll ja auch so sein. Aber ich finde es lustig, dass du Matthias Sammer erwähnst. Ja, natürlich würden wir uns freuen, wenn Matthias Sammer sich zur Verfügung stellen würde und am besten noch zusammen mit Jürgen Klopp. Ja, das wäre natürlich herausragend. Stimmt es eigentlich, dass ihr mal mit Jogi Löw über einen Posten im Aufsichtsrat gesprochen habt? Wir sind mit Jogi Löw eigentlich seit Jahren im engen Austausch. Ich meine, du siehst schon, der ist jetzt extrem oft bei uns im Stadion, da freuen wir uns auch drüber. Der ist absolut VfB-affin und jetzt wahrscheinlich sogar öfters bei uns im Stadion als als Bundestrainer. Hat er mehr Grund dazu jetzt? Ja, auch dort versuchen wir natürlich solche, nicht nur wie Semmi oder auch Jogi Löw bei uns einzubinden. Und wir haben jetzt den ersten kleinen Schritt begonnen. Das heißt, er ist bei uns Teil der Stiftung oder Stiftungsrates im Kuratorium und das tut uns gut. Und wir wünschen uns natürlich, dass jeder, der VfB auf wenig Kompetenz hat, die uns zur Verfügung stellt. Das war bisher bei Jogi noch nicht so. Lass uns mal kurz über Bruno Labbadia sprechen. Wir müssen einen kleinen Cut machen, weil ich bin von meinem Weg so ein Stück weit abgekommen. Aber das muss ich unbedingt noch anführen. Denn du sagtest bei einem Interview am Rande des Junior Cups im Januar 2023, dass Bruno der richtige Trainer zur richtigen Zeit sei. Wie bewertest du denn jetzt die 119-tägige Amtszeit von Bruno Labbadia? Ich weiß, das ist eine fiese Frage. Nein, überhaupt nicht fies. Die ist total ehrlich und die bewegt wahrscheinlich viele. Also ich kann nur sagen, zum damaligen Zeitpunkt habe ich das gesagt und zum damaligen Zeitpunkt stehe ich da 100 Prozent dazu. Natürlich im Nachhinein schaut man sich das an und sagt, hätte man vielleicht auch anders machen können. Aber ich weiß ja, was da damals noch als Alternativen verfügbar waren zu dem Zeitpunkt. Kannst du welche nennen? Nein, natürlich nicht. Ich muss es versuchen. Und dann überleg schon natürlich, was hat die größte Wahrscheinlichkeit? Und nur mal, weil einer da war und vielleicht... Warte, sorry, ich muss das fragen. Bitte. War Sebastian Hülis damals schon ein Thema? War ich nicht, hab ich gesagt, ich sage nichts zu. Nein, aber guck mal, warte, anders, anders. Jetzt hast du jemanden, du bist in einer kritischen Situation, du hast nicht die große Auswahl an Trainern, also uns laufen ja die Trainer zu, auch nicht finanziell. Das heißt, dann musst du überlegen, wen gibt's denn, wer kann uns denn wahrscheinlich am besten helfen? Dann hast du einen Trainerkandidaten wie Bruno Labbadia, den ich menschlich total schätze, wirklich, ganz feiner Typ. Dann hast du einen Trainerkandidaten wie Bruno Labbadia und dann guckst du dir das an, der war selber Spieler, der war Trainer, der war in mehreren Vereinen, der hat in mehreren Vereinen erfolgreich gearbeitet, der war schon in Stuttgart, das war auch kurzfristig dann für uns eine Verpflichtung, wo wir gesagt haben, Mensch, jemanden zu holen, der schon in Stuttgart war, tut sich leichter mit der Integration, ist schneller im Verein, kennt die Mechanismen, das Umfeld und und und, der hat wenig Eingewöhnungszeit eigentlich und dann waren das alles Kriterien, wo wir gesagt haben, das können wir uns vorstellen, die Mannschaft kann drauf hören, der hat Fußballahnung und dann kam es komplett anders und da gehört aber auch dazu, dass wir am Anfang Spiele hatten, ob die es jetzt schön oder nicht schön waren, die waren knapp, da waren blöde Tore dabei, da haben wir mal dumm verloren, mal unnötig in den Rückstand geraten, späte Tore, Bremen und und und, was natürlich im Rino auch nichts nützte. Nein, auch im Rino natürlich nicht und das bedauere ich dann auch von Bruno Labbadia und wenn man heute dann sieht, wie wichtig in Giroud, also Gerasi für uns ist einfach, ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn der verletzt wird oder irgendwas. Wir hatten die Situation bei Bruno Labbadia. Es hat ja kein Spielglück und noch einen Top-Stürmer, der glaube ich fast zehn Spiele oder neun zumindest, nicht zur Verfügung stand und der ist für uns eigentlich momentan nicht zu ersetzen und Bruno hat das Spielpech plus einen fehlenden Stürmer und dass man es im Nachhinein sagt, das war eine unglückliche Entscheidung, Fehlentscheidung, also grundsätzlich möchte ich und es tut mir leid, möchte ich Menschen nicht als Fehler bezeichnen, es war vielleicht eine Fehlentscheidung. Ja, man bezieht ja, wenn man von einem Fehler spricht, das nicht auf die Person an sich, sondern die Entscheidung, die getroffen wurde, die würde man als Fehler bezeichnen. Aber dann guck dir mal diesen Fußball mal grundsätzlich an. Guck mal, jetzt haben wir die Situation, Rino hat bei uns nicht funktioniert, Sven hat sich damals dann durch die Empfehlung gegeben, wir müssen uns jetzt vom Trainer trennen, wir als Präsidialerschuss haben auch den Sven gehört, haben uns dann vom Trainer getrennt. Also das mitgetragen, muss man ja so sagen. Genau, Sven hat die Entscheidung getroffen, und gesagt, okay. Und ihr habt es mitgetragen. Ich weiß, wir haben da nur trefflich auch diskutiert. Ja, natürlich. Ich habe es mitgetragen. Am Ende habe ich es mitgetragen. Ich hätte da vielleicht, ja, ich habe es mitgetragen. Ja. Okay. Heute ist Rino in Hoffenheim Trainer. Wer war vor Rino in Hoffenheim Trainer? Ja, da war. Basti. Da kamen noch mal, da kamen noch mal wenige dazwischen, aber ich weiß noch, was die los ist. Aber Basti war in Hoffenheim Trainer, hat nicht funktioniert. André Breitenreiter war noch das. Zum Beispiel. Dann hatten wir einen letzten Spieltag in Stuttgart. Und ich stehe da unten und denke, wie cool ist dieser Fußball eigentlich? Da stehen beide Mannschaften, die um den Abstieg kämpfen, also bei uns war es ein bisschen mehr wie bei Hoffenheim, die um den Abstieg kämpfen. Dort ist unser Trainer, bei dem bei uns nicht funktioniert, als der Retter auf der Bank. Und bei uns sitzt der Trainer als Retter auf der Bank, der dort nicht funktioniert hat. Und beide kämpfen in der gleichen Situation mit unterschiedlichen Vereinen gegen den Abstieg. Herzlich willkommen im Profifußball. So ist manchmal Fußball. Und man sieht dann, dass es funktioniert bei Sebastian. Und man sieht, dass es bei Reno funktioniert. Und es ist oft ganz schwer zu erklären. Also ich kann es ja nicht erklären. Das könnte ich. Na ich als Laien-Sicht. Ich habe mir gedacht, wenn du Bruno Labbadia holst, was macht Bruno Labbadia in so gefährlichen Situationen? Er versucht, eine klare Achse zu bilden. Setzt vor allem auf erfahrene Spieler, etablierte Spieler, die jetzt vielleicht nicht komplett durch die Decke gehen, leistungstechnisch, aber immer so eine solide Leistung abrufen. Und auf die setzt er dann, Disziplin, Laufstärke etc. Dann gucke ich unseren Kader an. Sehr junger Kader, sehr wilder Kader, um das mal so zu sagen. Da habe ich natürlich erstmal schon Bauchschmerzen bekommen, ob das Profil von Bruno Labbadia auf das unserer Mannschaft irgendwie passt. Und relativ schnell hat sich ja herausgestellt, dass es irgendwie dann doch nicht so 100% funktioniert hat. Seien es jetzt äußere Umstände oder seien es vielleicht die Trainingsmethoden. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber man hat relativ schnell gemerkt, okay, so richtig flutscht es jetzt doch nicht. Und natürlich, im Nachhinein kann ich jetzt sagen, das hat man ja kommen sehen. Aber das war halt damals mein Eindruck, als ich gehört habe, Bruno Labbadia wird neuer Trainer. Das wird wahrscheinlich schwierig für den VfB, dachte ich mir, weil du eigentlich auch einen moderneren Trainer brauchst, der eben zu dieser sehr jungen Mannschaft, entwicklungsfähigen Mannschaft passt. Weil das konnte ich bislang bei Bruno Labbadia jetzt noch nicht so erkennen, dass er Spieler wirklich weiterentwickelt. Und klar, jetzt werden Leute Timo Werner ins Feld führen und Antonio Rüdiger und so weiter und so fort. Da kann ich jetzt sagen, okay, an die wäre wahrscheinlich auch keiner vorbeigekommen. Und trotzdem, Riki, lassen wir es positiv sagen, so Bruno Labbadia. Ich möchte es auch nochmal sagen, sollte Bruno Labbadia das jetzt hören. Ich schätze Bruno Labbadia. Er ist ein wunderschöner Mann, das muss man auch schon mal sagen. Das ist auch nochmal wichtig. Wage ich mich jetzt zu beurteilen. Und er hat eine hohe Fußballkompetenz, gar keine Frage. Nur ich dachte, damals ist es einfach, es passt nicht so hundertprozentig zwischen Mannschaft und Trainer. Also Bruno ist ein super Typ, ein super Mensch, das kann ich beurteilen. Das Sportliche könnte ich besser beurteilen, wenn ich jeden Tag auf dem Trainingsplatz neben ihm gestanden wäre und das immer gesehen hätte. Das ist eigentlich nicht der Fall. Aber was er definitiv gemacht hat. Wir diskutieren als Fans. Naja, okay. In dem Fall jetzt schon. Ja, gebe ich dir ja komplett recht. Also Stammtisch. Was er definitiv gemacht hat und was auch Basti dann geholfen hat, er hat wieder mehr Disziplin in die Mannschaft reingebracht. Und Fitness, konditionell. Von beidem hat dann auch Sebastian profitiert. Also ich muss ehrlich sagen, da hat er auch die Grundlagen geschaffen. Aber wenn es tatsächlich so ist, ist, dass nicht jeder Trainer und jede Mannschaft immer matcht. Das ist so. Aber ich wehre mich auch dagegen, dass man einfach immer einen Trainer aussucht, der zur Mannschaft passen muss. Also manchmal muss vielleicht auch die Mannschaft zum Chef passen, zum Trainer. Ja, das haben wir ja dieses Jahr schon ein Stück weit verfolgt, diese Strategie. Du hast ja ein paar Spieler geholt, die Sebastian Hoeneß sehr gut kennt und mit denen er gerne zusammenarbeitet und vielleicht geht das dann auch mal auf. Also da habe ich auch kein Problem damit. Trotzdem nochmal ganz kurz zu Bruno. Inwieweit warst du denn mit daran beteiligt, dass der VfB nach dem Unionspiel Bruno Labbadia entlassen hat? Und grundsätzlich, welche Einflussmöglichkeiten hast du überhaupt auf Personalentscheidungen der AG? Also bei dem Unionsspiel oder nach dem Unionsspiel, natürlich haben wir da intern drüber gesprochen. Und natürlich spricht man drüber, was passiert, wenn. Und bitte dann die Zuständigen, sich Gedanken zu machen, was mögliche Alternativen und Szenarien wären. Das ist unser Job. Und genau das haben wir gemacht. Und ein mögliches Szenario ist ja dann auch entstanden daraus. Ja, verstehe. Ich würde es nochmal ganz kurz aufgreifen, was wir gerade eben schon thematisiert haben. Da ging es nämlich darum, warum er zum Beispiel Alexander Werle im Nachhinein die Entscheidung pro Bruno Labbadia nicht als Fehler bezeichnen konnte. Ist das so grundsätzlich dann eine Kommunikationsstrategie, die der Verein fährt? Dass man sagt, okay, wir gehen jetzt nicht an die Öffentlichkeit und sagen, das ist ein Fehler, weil wir das irgendwie unangemessen finden? Also Rigi, wenn man Fehler macht, muss man auch eingestehen. Aber wir waren ja zu dem damaligen Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich meinte danach. Aber im Nachhinein, natürlich kann man sagen, man hätte immer anders machen können, anders machen müssen. Aber da muss ich auch sagen, ich weiß ja, welche Alternativen damals zur Verfügung standen. Und da war einfach für mich auch die Wahrscheinlichkeit nicht, dass es erfolgsversprechend ist als Bruno Labbadia. Du hattest noch Michael Wimmer. Ich habe keine Namen genannt. Nein, ich sage das jetzt. Achso, als Trainer bei uns. Ja genau, du hattest Michael Wimmer als Trainer, den hättest du ja auch weiter beschäftigen können, theoretisch. Und er hat ja auch Punkte geholt, zumindest gegen die direkte Konkurrenz. Und das ist ja eigentlich auch das, was du von ihm verlangen kannst. Also dass du in Leverkusen und in Dortmund gewinnst, das passiert nicht allzu oft. Und wenn, dann kotzen wir alle Konfetti, wie wir wissen. Also das wäre ja schon eine Option gewesen. Es war ja jetzt nicht so, dass man nur noch Bruno Labbadia zur Auswahl hatte. Ja, aber du sprichst ja die Fehlerkultur an. Also ganz ehrlich, natürlich machen wir Fehler. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir sie treffen, sind wir 100% sicher, dass es so richtig ist. Und im Nachhinein sagt man oft, oh, hätten wir anders, hätten wir so machen können, war eine Fehlentscheidung. Aber wenn man das merkt, diesen Punkt, dass man einen Fehler gemacht hat, dann muss man sie korrigieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Und benennen. Wir haben sie dann korrigiert. Und benennen. Wir waren davon überzeugt, dass es mit Bruno Labbadia klappt. Es hat nicht funktioniert. Warum auch immer. Ob jetzt Spielpech oder gute Spieler verletzt. Und dann haben wir korrigiert. Lass mich mal folgendes Zitat von dir vorlesen. Du sagtest nämlich, zwar in Bezug auf den Datenskandal im Mai 2021 folgendes. Statt Fehler einzugestehen, wurde alles versucht, um Dinge unter den Teppich zu kehren. Ich hoffe sehr, dass wir daraus gelernt haben und dass alle im Verein in Zukunft Fehler offen zugeben und die nötigen Konsequenzen daraus ziehen. Und wenn ich das jetzt mal darauf anlege, wie das mit Bruno Labbadia ablief, kann man natürlich schön die Frage stellen, warum Alexander Werle sich nicht in der Öffentlichkeit klar dazu bekannt hat, dass das halt ein Fehler war. Da müssen wir Alex fragen. Das ist richtig. Aber vielleicht hast du ja eine Antwort von ihm schon bekommen und kannst dir das mit uns teilen. Okay, lass uns auf die Gremienarbeit zu sprechen kommen. Das ist auch eine interessante Thematik, wie ich finde. Im Januar diesen Jahres gaben die Vereinsbeiräte Susanne Schosser und Martin Bitzer ihre sofortigen Rücktritte bekannt. In einem Statement erhoben sie schwere Vorwürfe an Beiratskollegen Rainer Adrion und auch an dich. Frau Schosser sprach zum Beispiel von unerträglichem, unprofessionellen, allein auf Macht, Absicherung, bedachten und diffamierenden Vorgehen wesentlicher Mitglieder der Gremien. Darüber hinaus beschrieb sie das Gremienumfeld als aggressiv und sprach den Gremienmitgliedern die programmierten Werte ab. Martin Bitzer berichtete in seinem Rücktrittsschreiben ebenfalls von unguten Umgangsformen und unterstellte, dass die potenziellen Satzungsverstöße von Schlecht, Bühler und Engels, da reden wir nachher auch nochmal drüber, instrumentalisiert wurden, um Vereinsbeiräte, die um Aufklärung bemüht waren, als Gegner des Präsidenten zu diffamieren. Das klingt jetzt überhaupt nicht nach vom Ich zum Wir, deswegen die Frage, was lief oder läuft denn hier genau schief? Also wieso gelingt es nicht, solche Themen wie mögliche Satzungsverstöße gemeinsam und im Sinne des VfB aufzuarbeiten? Also lassen wir aber noch kurz einen Schritt zurück machen und zwar, wenn da drin steht, dass beim VfB Stuttgart einer alles entscheidet, nämlich sagen, die Zeiten sind lang vorbei, es entscheidet das Präsidium gemeinsam, also wenn der Präsident sich was in den Kopf setzt und die anderen beiden Präsidiumsmitglieder sagen, das ist Quatsch, das machen wir nicht, dann wird es nicht gemacht. Also es gibt ja immer Präsidiumsbeschlüsse, die sind dann bindend. Zu dem Thema Rücktritte im Vereinsbeirat, kann man sagen, wir hatten an dem Wochenende vor den Rücktritten hatten wir eine Klausurtagung, für mich eine gut organisierte, betreute Klausurtagung, die über mehrere Tage ging und darin gipfelte, dass wir dann am Sonntagabend auch darüber diskutiert haben, genau mit den Vereinsbeiratsmitgliedern, ich glaube, die Frau Schosser war gar nicht dabei, aber der Herr Bitzer war dabei, darüber diskutieren, dass es natürlich üblich ist in der Gremienarbeit, dass es nicht immer zu einstimmigen Beschlüssen kommt. In der Vergangenheit, weiß ich, gab es Vorpräsidenten, da wurde immer alles einstimmig beschlossen, bei uns gibt es das nicht mehr. Man wird hin und wieder im Aufsichtsrat überstimmt, hin und wieder im Präsidium, aber auch im Vereinsbeirat. Aber das Wichtige ist dann, wenn alle Argumente ausgetauscht sind, wenn man dann den Beschluss gefasst hat, dann ist der auch bindend. Und dann sollte man sich auch diesem demokratischen Beschluss in diesem Gremium unterordnen und nicht nach außen sagen, na, ich war eh dagegen, ich hätte es komplett anders gemacht, aber die anderen haben mich alle überstimmt. Was ich an den Rücktritten total bedauere, muss ich ehrlich sagen, wir hatten eine tolle Klausurtragung, wir haben da lange über dieses Thema gesprochen, dass wir einheitlich auftreten müssen als VfB und wenn wir Beschlüsse in Gremien fassen, dass wir die dann auch gemeinsam vertreten, auch wenn wir überstimmt wurden. Also ich werde auch öfters überstimmt und werde nicht nach außen tragen, dass ich damit unzufrieden bin, sondern ich sage dann, ja, wir als VfB haben das so entschieden. In dem Fall hat sogar noch ein Vereinsbeiratsmitglied mir noch die Hand gegeben und gesagt, Klaus, tolle Veranstaltung, ich bedanke mich, freue mich auf die weitere zukünftige Zusammenarbeit. Ich weiß es noch wie heute, ich bin dann nach Hause gefahren, habe dann abends auf der Rückfahrt, glaube ich, mit unterschiedlichen Teilnehmern gesprochen und alle haben gesagt, was für eine tolle Veranstaltung, wie gut, schön, dass auch die Kollegen jetzt demokratische Mehrheitsbeschlüsse im Vereinsbeirat akzeptieren und ich habe mich echt richtig gefreut auf die weitere Zusammenarbeit. Und dann kam am Dienstag dann die Presse mit den Rücktritten und das stand dann in der Presse, bevor wir überhaupt darüber informiert wurden und das sieht nach außen alles andere als gut aus. Was ich mich halt frage, also du hast gerade eben beschrieben, okay, das ist ein demokratischer Prozess, da gibt es manchmal Mehrheiten und das muss man dann akzeptieren, das sehe ich eigentlich genauso wie du, du musst halt versuchen, wenn du jetzt im Vereinsbeirat einen Posten inne hast, Mehrheiten zu schaffen und dann kannst du eben Dinge durchsetzen, die jetzt in deinem Interesse... Ich sage dir gar nicht, Mehrheiten zu schaffen, sondern inhaltlich zu überzeugen. Wenn du schaffst, deine Kollegen zu überzeugen, dann schließen sie sich dir an. Richtig, und dann hast du die Mehrheiten, also das meine ich mit Mehrheiten schaffen. Nur was ich natürlich mit Interesse aufgenommen habe, war zum Beispiel der Vorwurf, dass Rainer Adrien gesagt haben soll, dass diejenigen, die den Standpunkt des Präsidiums nicht teilen, doch die Konsequenzen ziehen sollten. Das wurde zumindest mal so über die Presse gespielt. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass es derart... Ich weiß nicht, ob Rainer Adrien das tatsächlich gesagt hat. Und über dich hieß es... Grundsätzlich, Riki, eine Bitte, glaub nicht alles, nur was in der Zeit steht. Nein, nein, ich glaube nicht alles, was in der Zeit steht, aber ich will es ansprechen. Und denke dann, okay Klaus, ich lese das, ich kann mich nicht immer verteidigen, weil dann würde ich Internas rausgeben, aber ich war bei der Sitzung im Aufsichtsrat der Berlin, ich weiß genau, so war es nicht, wie es in der Zeitung steht. Aber kannst du erklären, warum das dann so gespielt wird? Naja, also... Welches Interesse hat man denn, außer dem Verein zu schädigen? Genau, das müssen wir die Menschen fragen, die das machen. Ja, wäre immer interessant. Du sollst sogar damit gedroht haben, dass wenn die Klausurtagung mit dem Ergebnis endet, dass man diese Satzungsverstöße nicht sozusagen beiseite legt. Es gab ja da auch ein Gutachten, muss man sagen, das belegt hat, dass die drei von mir vorgenannten Vereinsbeiräte eben keine Satzungsverstöße begangen haben. Und wenn man das nicht akzeptiert, verkürze ich jetzt einfach mal, dass du dann dein Amt niederlegen wolltest. Absoluter Quatsch. Habe ich niemals gesagt. Ich weiß gar nicht, wie jemand draufkommt. Das kam aber vom Bitzer. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie da jemand draufkommt. Das Schöne ist ja, wenn ich das dort gesagt hätte, da wären ja noch, sag ich mal, zehn bis elf Leute dabei gewesen. Das müssen ja noch andere gehört haben und nicht noch Martin Bitzer. Und ich weiß, dass von den anderen jeder mir gesagt hat, Klaus, das hast du nie gesagt. Also ich weiß es ja auch, ich habe es nie gesagt. Warum soll ich irgendjemand erpressen? Ja, aber warum sagt das jemand? Warum druckt das jemand? Das müsste man denen fragen, der es sagt. Das wäre mal interessant. Also vielleicht ist er ja am Sonntag bei der Mitgliederversammlung, dann kann man ihn direkt drauf ansprechen. Weil das finde ich halt schon interessant, weil am Ende, sage ich dir jetzt ganz ehrlich ins Gesicht, mir geht es ja nicht um die Person an sich, sondern der Verein wird dadurch beschädigt. Mit allem, mit allem, was von außen reingetragen wird, Ricky, wird jedes Mal der Verein geschädigt. Ist denn das Thema Satzungsverstöße endgültig geklärt? Für mich ja. Also, Ricky, ehrlich, es gab ein Gutachten, das uns zugespielt wurde, ein rechtliches, dass es zu Satzungsverstößen kam. Ein Gutachten, auf einer Basis, ohne Grundlage, der tatsächlichen Wirklichkeit und Verträge, aufgrund von Annahmen. Aufgrund von Annahmen wurden in diesem Gutachten dann die Annahme getroffen, dass es zu Satzungsverstößen kam. Nehmen wir ernst, geben wir bei uns in die Rechtsabteilung. Unsere Rechtsabteilung aber hat die Verträge und die tatsächlichen Tätigkeiten der beiden. Schaut sich dann die Verträge an, hat keine Annahmen, sondern es ist die Wirklichkeit und kommt dann zu der Einschätzung, nein, die Annahmen, die die gemacht haben, sind falsch, die Wirklichkeit ist so, es sind keine Satzungsverstöße. Wir als Präsidium sagen dann, danke für die interne Einschätzung unserer Juristen, eine Bitte, lass es noch von externen Juristen bitte überprüfen. Und dann kommen von externen Juristen, die in keiner Abhängigkeit zum VfB sind, auch die Einschätzung, ja, wir bestätigen das, das Gutachten aufgrund der Annahmen wäre so richtig, aber die Annahmen sind falsch, also das Gutachten falsch. Wir haben die Wirklichkeit, so sind die Verträge, wir bestätigen eure internen Juristen und dann hast du als Präsidium zwei rechtliche Einschätzungen, und die Beide dir sagen, nein, das sind keine Satzungsverstöße, dann kannst du als Präsidium nicht sagen, das ist ein Satzungsverstoß. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, wir haben ja zwei Einschätzungen, es ist kein Satzungsverstoß. Und das haben wir dann auch, und das ist auch so ein Thema, Riki, guck mal, das wurde letztes Jahr behandelt. Wir haben, ich weiß es nicht genau, ich habe alle Veröffentlichungen im Kopf, aber ich glaube, wir haben irgendwann im November letzten Jahres das veröffentlicht, dass es aus unserer Sicht, aufgrund unserer Einschätzung des Präsidiums, kein Satzungsverstoß ist. Also vor fast einem Jahr, November, fast vor einem Jahr. Niemand hat sich mehr darum gekümmert. Also ich sage dir ehrlich, also wenn ich selber in ein rechtliches Gutachten so viel Geld reinstecke, um dem VfB zu helfen, einen Satzungsverstoß zu finden, und der sagt mir noch, es ist kein Satzungsverstoß, dann muss ich doch auch konsequent zu Ende gehen und sagen, also ich bin der Meinung, ich habe es richtig und hier falsch, dann hätten wir uns ja verklagen können. Dann hätten wir eine gerichtliche Erklärung geführt, dann hätte sich jeder Richter die Annahmen in dem Gutachten und die Wirklichkeit angucken können und hätte dann wahrscheinlich das gleiche Ergebnis. Das hätten wir ja machen können. Aber wenn man das nicht macht, dann sage ich, dann ist das dem gar nicht mehr so wichtig. Und dann zieht man das kurz vor einer Mitgliederversammlung raus und sagt, jetzt gibt es Abwahleinträge gegen die beiden, weil das Thema ist noch offen. Da muss ich sagen, das ist schon sehr konstruiert, absichtlich mutwillig, negative Themen zum gewissen Zeitpunkt vor einer Mitgliederversammlung in Vereinen reinzutragen. Und das finde ich total schade, das ist unnötig. Mit dem Ziel, die Leute aus dem Vereinsbeirat zu verdrängen und dann mit eigenen und neuen Leuten zu besetzen. Ich weiß gar nicht, ob es dann um das Ziel geht, Menschen aus dem Vereinsbeirat zu entfernen oder andere Mehrheiten zu schaffen oder ob es wirklich nur darum geht, vielleicht persönlich jemanden zu schaden, von dem man enttäuscht oder der einem auf dem Fuß geht. Ich bin auch viel auf die Füße getreten. Immer im Sinne des VfB natürlich. Ja, das ist einfach so. Also ich weiß nicht, ob das persönliche Sachen sind oder ob es dann strategische Sachen sind, die man damit schaffen möchte. Okay, verstehe. Aber das schafft einfach immer Unruhe. Das ist total schade. Wie würdest du denn grundsätzlich die Zusammenarbeit in den Gremien beschreiben? Gut, muss ich wirklich sagen. Ich komme ja aus einer anderen Zeit, als ich 2019 zum VfB kam. Das war dann eher nur so keine Kommunikation mit Fanausschüssen und 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 Mitgliedern. Das war ein großer Graben. Also wenn ich das alleine für mich in den letzten fünf Jahren vergleiche, als ich kam und was wir heute haben, haben wir goldene Zeiten beim VfB. Ganz ehrlich. Das heißt aber nicht, dass alles gut ist. Das heißt nicht, dass es keine Diskussionen gibt. Das heißt nicht, dass wir immer alle an einer Meinung sind. Das ist normal, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Aber es gibt eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vereinsberat. Es gibt eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Präsidium. Es gibt eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit im Aufsichtsrat. Und es gibt eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Und, ganz wichtig, es gibt eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen EV und AG. Und dafür ist der Vorstand und das Präsidium in erster Linie verantwortlich. Und da muss ich sagen, wenn man das sieht, und da kann man gerne auch mal den Vorstand fragen, fragen mal den Alex, den Ruben oder den Thomas oder den Adi oder den Christian, wie die das sehen. Da muss ich sagen, ja, das ist eine andere Welt. Und das ist schön. Und das bedauere ich total, dass draußen dann diese anderen Sachen gespielt werden und das so aussieht, VfB-Katastrophe. Und nach innen, wir sagen, hey, wir sind noch nie so gut dagestanden. Also, du hättest gestern bei uns auf der Geschäftsstelle sein müssen. Es war ein großer Tag, es werden viele Pressevertreter, es ist eine harte Woche, sonntags Mitgliederversammlung, es gibt Vorgespräche mit der Presse. Und du läufst bei uns ins Haus und zwei Menschen Das ist schön. Da merkt man, okay, das funktioniert, das menschelt wieder, man kann miteinander Sachen besprechen, auch kritisch. Und da muss ich sagen, da stimmt leider das Außenbild zum Innenbild 0,0. Und warum ist das der Fall? Also warum gelingt euch das dann nicht, dieses Außenbild zu verändern? Ja, weil es einfach auch schwer ist in der Medienlandschaft, in der Presse. Wird ja nicht geschrieben, beim VfB ist alles super, beim VfB ist alles toll und und und. Sondern man freut sich über irgendeinen Skandal, über irgendwas anderes, über Vorwürfe, über Ermittlungen, Staatsanwaltschaft. Das tut mir leid, das ist ja leider nicht nur beim VfB so. Schau dir mal die Tagesschau an. Da werden auch keine positiven Meldungen vermeldet, sondern es ist leider immer nur, was mal wieder irgendwo passiert ist. Und deshalb auch nichts gegen Presse- und Medienvertreter. Das wird wahrscheinlich mehr gelesen. Das ist einfach so. Und dann, wenn dann, es mal angenommen, wir hätten jetzt einen Verein, der sportlich erfolgreich ist und alles ist ruhig. Die Pressevertreter würden mir leid tun. Wir kriegen die zwei Seiten jeden Tag voll. Die müssen ja froh sein, wenn irgendwo was passiert. Und wenn nichts passiert, wenn wir denen keinen Anlass geben, dass was passiert, ja dann werden die schon was finden, was man schreiben kann. Und da weiß ich ja, ich habe schon so viele Sachen gelesen, da denke ich, ich weiß gar nicht, was man mir schon alles vorgeworfen hat. Ich kann es gar nicht fassen. Wirklich, das ist unfassbar. Und ich nehme das dann auch nicht persönlich, weil ich weiß ja, da geht es ja nicht um Klaus Vogt. Da geht es ja dann entweder um das Amt, um das Präsidium oder um den VfB Stuttgart. Und das ist das, was mich dann ärgert. Weil da wird ja stellvertretend, wird ja der VfB immer angegriffen. Und stellvertretend werden ja dann auch immer die Mitarbeiter angegriffen. Und das tut mir einfach total leid. Du hast aus meiner Sicht im Präsidium drei sehr starke Persönlichkeiten. Du bist dabei, ist ja klar, Rainer Adrian und Christian Riedmüller. Wie läuft das da? Wie ist das Verhältnis zwischen euch, wenn ihr im Präsidium diskutiert? Sind das, ich sage mal, konstruktive Diskussionen? Oder geht es dann auch manchmal richtig zur Sache? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr drei zusammensitzt? So wahrscheinlich wie in jedem Profifußballverein, wenn mal die Emotionen hochgehen, dass man dann auch mal eine gute Streitkultur hat. Ja, ist ja auch okay. Ganz ehrlich, das muss ja auch sein. Aber man kann dann offen und ehrlich alles sagen. Und danach geht man raus, trifft die Entscheidung und sagt, okay, wir vertragen es da. Sprechen wir morgen nochmal ohne Emotionen drüber. Das ist so. Also es läuft dann für sich gut? Klar. Ja, logisch. Also wenn einer nur guckt, dann müsste mir jetzt eher einer sagen, welche wichtigen Entscheidungen haben wir nicht gemeinsam für den VfB getroffen? Dann müssen wir sagen, Alter, da gibt es keine. Wirklich nicht. Das hört sich gut an. Ja. Finde ich auch gut. Da müsste irgendwo was liegen geblieben sein oder irgendwas nicht gemacht worden sein. Ja. Dann müssen wir sagen, das ist ja nicht der Fall. Ich komme nochmal zu einem anderen Thema, das für Aufruhr sorgte. Ende März erschien im Netz ein pseudonymisierter Blogbeitrag mit der Überschrift Das System Klaus Vogt. In diesem Artikel wurden viele Vorwürfe gegen dich erhoben. Altbekanntes, wie zum Beispiel die Vorwürfe, die unter Port und Thomas Hitzesberger bereits kursierten, wurden zwar gerne wieder rausgeholt, aber dann doch nicht so richtig belegt, muss man gleich schon dazu sagen. Was bei mir aber hängen blieb, war der Vorwurf, dass ein Klima der Angst, Drohungen, Einschüchterungen von dir und anderen Vereinsvertretern geschaffen wurde. Was sagst du zu diesen Vorwürfen? Wahnsinn. Also ich muss grundsätzlich bei solchen Vorwürfen jetzt immer schon leider so ein bisschen schmunzeln, weil da wird man dann vom Robin Hood von Bad Cannstatt zum selbsternannten Fanpräsident, was ich nie gesagt habe, sonst auch das hat die Presse gemacht, jetzt zum System Klaus Vogt. Wir haben den Blog, haben wir uns ausführlich angeschaut. Ja. Seite für Seite, Vorwurf für Vorwurf uns angeschaut, weil wir natürlich auch dagegen vorgehen wollten. Was extrem schwer ist, weil es gibt wahrscheinlich diesen Ersteller nicht, des Blogbeitrages. Es gibt diese Seite in den USA, die gehostet wird. Wir haben alles dem Landgericht in Frankfurt zur Verfügung gestellt. Da wird ja vorgeworfen, ich hätte Verträge alleine unterschrieben und Mitarbeiter bedroht und, und, und. Und das Schöne ist dann, wenn man dann weiß, man kann dann dem Richter im Landgericht in Frankfurt dann den Vertrag zeigen mit dem Beschluss des Präsidiums, mit Unterschriften der Präsidiumsmitglieder und das Schöne ist dann, wenn man dann auch dem Richter dann zeigen kann, guck mal, hier gibt es sogar eidesstaatliche Versicherungen der Mitarbeiter, die anscheinend gemobbt wurden, dass sie nicht gemobbt wurden, dann, glaube ich, kann man den Bericht schon ganz gut einschätzen und auch alle anderen Punkte entschärfen und in Kräften und dann ist auch klar, dass dann vom Landgericht dann eine einstweilige Verfügung erlassen wird auf Unterlassung. Aber da haben wir das Problem, dass es anonym ist, dass es auf einer Seite in den USA ist, ohne Impressum, was auch gegen das deutsche Mediengesetz verstößt. Das heißt, wir können diese gerichtliche Unterlassung, die wir haben gegen diese Lügen, Verleumdungen, Falschaussagen und Beschuldigungen, niemandem zustellen. Und wir haben auch lange überlegt, ob wir dann diese Seite in den USA in Regress nehmen und dann denen diesen Beschluss des Landgerichts Frankfurt zustellen. Aber da wurde uns dann relativ schnell gesagt, dass das keinen Sinn macht, weil dann wird dieser Blockbeitrag dann auf einer russischen Seite oder auf einer chinesischen Seite wieder erscheinen. Insofern stehst du da eigentlich machtlos gegenüber, was so ein bisschen Kompliment bei diesem Blockbeitrag ist. Wir wissen, dass der großflächig der kompletten deutschen Medienlandschaft angeboten wurde, aber alle renommierten Medien, egal ob Kekker, Stuttgarter Zeitung, Frankfurter, Süddeutsche, Bild und und und, haben gesagt, nein, das ist für uns nicht seriös, was da drin steht. Könnt ihr diese Behauptungen belegen, es geht nicht und dann haben die darauf verzichtet und erst als alle Pressevertreter und Medien in Deutschland darauf verzichtet haben, darüber zu berichten, was denen prühwarm angeboten wurde, ist der Blogbeitrag auf die Homepage gekommen und dann versucht worden zu publizieren, was dann auch gelingt und man kann sich ganz schwer gegen wehren. Hast du dir grundsätzlich mal überlegt, ob du proaktiv dann vielleicht noch mit deinem Twitter-Profil oder auf Instagram oder vielleicht auch über die vereinseigenen Kanäle dich mit diesem Artikel auseinandersetzt und dazu was sagst oder war das ein Thema? Habe ich überlegt, aber das ist dann wieder in die Zeit reingefallen, als wir unseren internen Schulterschluss hatten und gesagt haben, Sport first, nicht absteigen, keine Nebenkriegsschauplätze und dann, ja, dann mache ich das auch, dann schlucke ich und denke, okay, ich weiß genau, da stehen so viele Lügen, Verleumdungen im Netz, wo viele Leute nicht wissen, dass sie falsch sind, ich einen gerichtlichen Beschluss habe des Amtsgerichts oder des Landgerichts und dazu eigentlich nichts sage mich nicht, wer, weil ich mich dazu committed habe, fünf VfB Stuttgart, keine Nebenkriegsschauplätze, Ruhe, Fokus, Sport, Sebastian, Fabian, Alex, nicht absteigen. Aber weil du sagst Ruhe, es ist ja genau das Gegenteil eingetreten. Ja, aber nicht von unserer Seite. Richtig, aber man hätte dann ja vielleicht für Ruhe sorgen können, indem man manche Dinge entkräftet. Ja, das mache ich ja jetzt hier heute. Ja, es war halt damals das große Thema, muss man auch sagen, mittlerweile interessiert das schon wieder keine Sache mehr. Also bei uns war es gar kein so großes Thema, ich weiß gar nicht, ob das nicht auch im Netz dann so ein bisschen auch wieder, mein Problem ist halt nur, es bleibt ja immer irgendwie was zurück. Also du merkst ja jetzt auch, dass teilweise Abwahlanträge damit begründet werden, dass in irgendwelchen Blockbeiträgen das und das mal in den Raum gestellt wurde. Und wenn das natürlich dann Begründungen sind, die dazu führen, dass sei es jetzt Vereinsbeiräte oder du als Präsident zur Abwahl stehen, dann finde ich es natürlich schon schwierig. Und da ist die Frage, ob man von Seiten des Vereins oder du ganz konkret da nicht hätte sich vielleicht, ja so, ich sage mal, in halb offizieller Art irgendwie zu Ende äußern können. Und wenn es auf Twitter gewesen wäre. Richtig, das ist so schwer. Wir kriegen, es kommen so viele Falschaussagen, Verdächtigungen, Verleumdungen rein. Da ist immer die Frage, springst du dann über jedes Stöckchen und nimmst du alles immer ernst und machst zu allem immer einen Kommentar oder sagst du bei manchen Sachen, okay, da musst du als Präsident auch souverän drüberstehen und ich weiß ja, dass es nicht richtig ist. Und das hätte man belegen können, das konnte keiner belegen. Die Richter haben sich das angeschaut und dann bin ich ja auch beruhigt. Das ist ja für mich schön zu wissen. Und wenn so ein Thema am Sonntag bei der Mitgliederversammlung kommt, kann ich das entkräften. Aber ich kann nicht entkräften, dass sich nicht wieder irgendjemand irgendwas einfallen lässt, der wieder versucht, dann Unruhe zu schüren und das zu versuchen, ja du hast recht, immer mit Schmutz zu werfen und in der Hoffnung, dass irgendwann irgendwo was hängen bleibt. Das werden wir nicht verhindern können und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Vereinen leider so. Vielleicht auch ein Stück weit ein gesellschaftliches Problem. Das hat, finde ich auch, Riggi, so ein bisschen durch die sozialen Medien hat es nachher auch extrem zugenommen. Ja, absolut. Also gar keine Frage. Bevor wir zur anstehenden MV kommen, will ich mit dir noch kurz über zwei Business-Deals sprechen, die in diesem Sommer einschlugen wie eine Bombe. Ende Juni wurde bekannt gegeben, dass Porsche als dritter Investor beim VfB einsteigen wird. Außerdem hat das Porsche-Tochterunternehmen MAP die Namensrechte am Neckarstadion übernommen. Das Ganze wurde dann als Weltmarkenbündnis betitelt. Fakt ist, durch den Einstieg von Porsche und MAP fließt dringend benötigtes Geld in die Kassen des VfB Stuttgart. Bisher kann man sich aber nur auf ein unterzeichnetes Grundsatzpapier berufen. Wann wird der Deal denn finalisiert und wann werden die erforderlichen Verträge unterschrieben? Wobei wir aber relativ früh, glaube ich, gesagt haben, dass wir das im Herbst dann fix machen. Also nach dem Sommer. Herbst heißt für uns, jetzt im September kommt die heiße Phase, jetzt wird es losgehen, alle Gesellschaften an den Tisch zu bekommen und die Verträge zu finalisieren. Das heißt, im September wird Das geht mir fest davon aus. Das hört sich doch schon mal gut an. Welchen Anteil hattest du denn an diesem Deal? Also wie stark warst du involviert? Also ich wurde relativ früh von Alex Werle im Herbst, Oktober, November informiert, dass er sich mit Porsche trifft, dass sie sich unterhalten zu verschiedenen Themen und dann immer wieder nachher auf dem Laufenden gehalten. Und ganz zum Schluss, wenn es dann um wichtige Themen geht, war ich natürlich als Aufsichtsratvorsitzender dann auch mit dabei. Aber initiiert hat das Ganze Alexander Werle in seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender. Ja, also der Start war, glaube ich, so eher in die Richtung, dass es die ersten Kontakte gab, die sich mal bei mir gemeldet haben. Dann habe ich das weitergegeben bei uns ans Marketing an Rovin Kasper. Rovin Kasper hat sich dann mit Porsche zusammengesetzt. Wir sind am Anfang, sage ich mal, davon ausgegangen, dass es sich rein um Sponsorung, Tätigkeiten handelt. Alex war dann ab Herbst bei den Gesprächen mit dabei und das hat sich dann im Laufe der Gespräche und der Zeit dann entwickelt zu mehr, zu Stadionnahme, zu Sponsoring, zu jungen Torwürfer-Talente und natürlich als Mitpartner neben Mercedes Investor beim VfB Stuttgart, was insgesamt eine klasse Entwicklung ist und dafür kann man echt von unserem Vorstand eigentlich nur den Hut ziehen. Du hast gerade Turbo für Talente angesprochen. Wie wichtig ist es denn Porsche, dass in Zukunft wieder die Talente aus dem eigenen NLZ kommen? Das ist natürlich genauso wichtig wie uns. Natürlich wollen wir gucken, dass wir nicht nur gute Jugendarbeit machen, sondern wenn wir gute Jugendarbeit machen, dass wir dann auch die Früchte davon im Profibereich tragen. Ganz klar, logisch. Verstehe. Du hattest ja selbst mal das Ziel, ein Mittelstandsbündnis als Investoralternative für den VfB aufzubauen. Kannst du mal erklären, warum es dazu eigentlich nie kam? Also nie kam, kann man gar nicht sagen, weil wir haben ja einen Mittelständler bei uns mit drin, jetzt mittlerweile mit Jako, die ein Prozent haben. Okay, MHP möchte ich gar nicht als Mittelständler bezeichnen, aber zumindest haben wir ein regionales Bündnis hinbekommen mit Mercedes, Porsche, MHP und Jako und es stimmt, wir haben ja noch ein paar Anteile frei für Mittelständler. Also insofern kann ich es gar nicht gelten lassen, dass es nie kam. Wir sind doch nicht zu Ende. Also ich kam... Aber es war mal anders gedacht, oder? Ja, ja, gut. Da kamen wir auch dazu, dass wir dann bei uns eine Corona-Situation hatten und wenn man dann an Unternehmen aus der Region denkt, die bei uns ganz stark Familienunternehmen geführt und geprägt sind, nach Corona auch nicht in Geld geschwommen sind, Mitarbeiter entlasten mussten, Einsparungen, dann kann man da zu so einem Zeitpunkt auch ganz schwer argumentieren, dass wir jetzt beim VfB investieren. Dann haben die eher Diskussionen mit dem eigenen Betriebsrat. Das kann ich auch verstehen. Aber wir haben da noch nicht abgeschlossen. Also wenn ich jetzt zurückgucke, ich kam, da hatte ausschließlich Mercedes 10% und jetzt in meiner Amtszeit wird irgendwann noch mal 10% veräußert an Porsche, 1% Jaco. Also wir haben noch 3,9 glaube ich übrig. Also ich bin zuversichtlich, dass wir dafür auch noch gute Partner finden. Wie schwer ist es denn, Mittelständler aus der Region vom VfB zu überzeugen? Sei es jetzt durch Sponsoring, Loge, was auch immer. Also ist das besonders schwer oder hat der VfB immer noch einen guten Neumund? Ne, wir haben echt einen guten Neumund. Also der VfB ist ein toller Verein und hat natürlich eine Strahlkraft, Traditionsverein, 130 Jahre, wunderschönes Stadion, tolle Stimmung und wenn es jetzt ganz ehrlich sportlich noch ein bisschen besser laufen würde, glaube ich, wäre es glaube ich noch deutlich besser und natürlich dann auch deutlich einfacher. Egal ob Sponsoring oder weitere Kleininvestoren. Na gut, dass wir jetzt Sebastian Hünnes haben, da geht es ja nur noch nach vorne. Und die gesunden Gerassi, bitte. Genau. Der andere, der kontrovers diskutiert wurde, war der des neuen Hauptsponsors, Winamax. Jetzt gleich mal eine fiese Frage von mir. Wie weit musstest du dich denn für die Zustimmung von dem von dir gegründeten und für Integrität und Nachhaltigkeit stehenden FC Playfair entfernen? Entfernen gar nicht, aber natürlich kam da der ein oder andere suffisante Kommentar aus der Ecke, den ich ja absolut nachvollziehen kann. Aber insofern nachvollziehen kann, weil ich natürlich aber auch die Rahmenbedingungen kenne. Und das ist dann immer, wenn man die Gesamtsituation kennt, dann schätzt man das anders ein. Von außen, Rikki, kann ich die Kritik von vielen Fans und Mitgliedern, die kann ich schon nachvollziehen. Absolut. Aber wenn ich die Innensicht sehe, und weiß, dass unser Vorstand einen Top-Job gemacht hat mit vielen Partnern und Sponsoren und ich weiß, dass sie auch einen guten Plan hatten für die Brust, der dann aus welchen Gründen auch immer dann nicht so geklappt hat, wie es geplant war, dann muss man eigentlich fast schon froh sein, dass es aufgrund der Kurzfristigkeit gelungen ist, noch so einen Partner zu solchen Bedingungen zu bekommen. Und wenn ich jetzt dann das für mich als Aufsichtsrat, als Vorsitzender anschaue und sage, Mensch, Ruven, Kasper, Alex und Thomas, ihr habt es geschafft, eine große Abhängigkeit vom Sponsoring von Mercedes auf drei Partner zu verteilen, also auf Brust, Ärmel und Trainingswehr und daraus noch mehr Geld zu machen, dann muss ich aus Aufsichtsratssicht jetzt sagen, wow, Hut ab, ihr habt es geschafft, Risikominimierung beim Sponsoring zu betreiben und finanzielle Verbesserung und das in einer Situation, wo viele noch knapsen und Schwierigkeiten haben, bessere Verträge, langfristige Verträge zu bekommen und das ist nicht, wo wir Champions League spielen. Also muss ich sagen, da kann ich unserem Vorstand gar nichts vorwerfen, die Fanbrille kann ich aber auch verstehen. Aber das heißt, du musstest dem Ganzen schon zustimmen oder wie bist du da involviert dann, was das Thema Hauptsponsor angeht? Genau, ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es natürlich dann die Situation, dass es, oder gewisse Beträge in einem Zeitpunkt, dass es zustimmungspflichtige Geschäfte sind und das kommt natürlich dann auch bei uns rein in den Aufsichtsrat und natürlich diskutieren wir darüber und da gibt es dann einen Beschluss, dass natürlich der Vorstand dann in die Richtung weiter verhandeln darf. Passt denn aus deiner Sicht ein Sportwettenanbieter zu den im Vereinsleitbild festgehaltenen Werte des VfB Stuttgart? Das ist immer schwer. Also bei den Werten, sage ich mal, das wird ja dann oft auch so ausgelegt, definiere die Werte. Wenn du jetzt sagst, du hast ein Unternehmen, das in Deutschland zugelassen ist, das sich nichts vorzuwerfen hat, alle Rahmenbedingungen und Vorschriften einhält, dann kann man dem Unternehmen per se nichts vorwerfen. Es ist in der Branche tätig, die nicht sehr, sage ich mal, populär ist. Das kann man so sagen. Ja, das ist so. Das kann man natürlich mit meinem Weinen in Auge als Mitglied und Fan betrachten. Das kann ich nachvollziehen. Aber jetzt, wenn du nochmal in die Rolle schlüpft, vom FC Playfair, wie hätte der das denn bewertet? Also der Klaus Vogt, der dem FC Playfair vorsteht, hättest du das anders bewertet? Diese Frage bin ich ja gar nicht mehr Gott sei Dank. Du hast ja auch Werte. Ja, habe ich. Aber ich weiß ja, was die Alternative gewesen wäre. Was wäre sie denn gewesen? Also gab es überhaupt andere Optionen beziehungsweise Alternativen für den VfB? Kurzfristig bessere keine. Okay. Also das heißt, sie wären finanziell schlechter gewesen oder die Brust wäre leer geblieben? Ja. Ja, das ist natürlich dann schon. Und nochmal, das Schlimme ja wirklich, also ich sage, unser Vorstand hat sich, das sieht jetzt nach außen nicht schön aus, wird leider von vielen negativ ausgelegt. Ich finde es, ehrlich gesagt, dass wir es geschafft haben, noch in der Kürze der Zeit so einen Partner zu solchen Bedingungen von VfB zu finden, da ziehe ich auch für Windermechs ein bisschen den Hut. Also ich weiß ja, dass es einen anderen Plan ja auch gab, der kurzfristig, warum er auch immer nicht geklappt hat, wo wir alle stolz drauf gewesen wären, aber wo wir keinen Einfluss hatten, dass sich das geändert hat. Und dann in der Kurzfristigkeit so eine Lösung zu präsentieren, also das finde ich dann schon, ehrlich gesagt, beachtenswert. Ich will nochmal ganz kurz das Thema Sportvorstand ansprechen. Wir haben es zwar vorhin schon umrissen, aber mir fiel das jetzt gerade noch ein und jetzt beziehe ich mich nochmal auf dieses Thema. Und zwar ging das Thema in den letzten Tagen schon wieder durch die Decke. Denn der Kicker, du wirst es gelesen haben, berichtete darüber, dass der sportliche Leiter des DFB, Juti Schatzi Alexu, bei uns hoch im Kurs stünde. Ich weiß, das ist jetzt ein harter Cut, aber kannst du dazu nochmal was sagen? Ich finde es total lustig, dass da schon wieder Namen kolportiert werden, nachdem wir unser Anforderungsprofil und Kriterien geschärft haben und noch überhaupt keine Agentur beauftragt haben. Aber ich glaube, das läuft halt heutzutage so. Okay. Und weil wir es vorhin auch schon mal davon hatten, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein, Thema NLZ-Leiter. Thomas Krücken scheidet aus, hinterlässt da eine große Lücke, die man irgendwie wieder schließen muss. Kannst du da vielleicht was dazu sagen, wie man diese Lücke wieder schließen möchte, bis wann man einen neuen NLZ-Leiter präsentieren möchte? Ja, aber auch glaube ich, hier sollten wir gucken, dass wir den besten NLZ-Leiter bekommen, den wir bekommen können. Und da bin ich glaube ganz zuversichtlich, dass wir mit Alex gemeinsam, der für die Position direkt zuständig ist, dann erst den Sportvorstand finden und dann den NLZ-Leiter. Das klingt gut. Am Sonntag steht die MV an. Los geht es um 13 Uhr. Das Stadion wird um 11.30 Uhr geöffnet und es stehen wichtige Entscheidungen an. Lass uns abschließend noch darüber sprechen. Übrigens, alle wichtigen Informationen zur MV entnehmt ihr bitte der am Dienstag verschickten ergänzenden Tagesordnung. Findet ihr in eurem E-Mail-Postfach und die, die keine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, kriegen es glaube ich postalisch zugestellt. Also ihr müsstet darüber inzwischen informiert worden sein. Denkt dran, es wird warm und wir sitzen auf der Gegengeraden. Also kalkuliert das mit ein, genauso wie, dass es relativ spät wird. Klaus, du hast vorhin gesagt 20 bis 21 Uhr. Also solltet ihr euch auf 19 Uhr zum Essen verabreden, vielleicht lieber nochmal darüber nachdenken. Also dann lieber das Essen absagen, nicht die MV. Es wäre wichtig, dass viele erscheinen. Der Zugang zur MV, das ist auch wichtig, erfolgt über den Fritz-Weiter-Weg, also über die Drehkreuzanlage D3, sprich hinten beim PSV. Also denkt daran, dass ihr nicht nochmal einmal komplett rum müsst. Ich weiß nicht, ob der Fritz-Weiter-Weg gesperrt ist am Sonntag. Also denkt schon mal dran, dass ihr praktisch von hinten ans Stadion herantretet und dann nicht irgendwelche großen Umwege in Kauf nehmen müsst. So, Klaus, es gibt zwei Abwahlanträge gegen dich. Was glaubst du, was führte denn dazu, dass du in den letzten Monaten an Sympathie bei den Mitgliedern einbüßen musstest? Also ich hoffe, dass ich nicht Sympathien bei den Mitgliedern angebüßt habe. Ich habe definitiv Sympathien bei den beiden Mitgliedern angebüßt, die die Abwahlanträge gestellt haben. Ich glaube, dass es in beiden Fällen eher persönliche Sachen sind, dass es gar nicht um die Tätigkeit als Präsident oder ums Präsidium geht, sondern dass es persönliche Sachen sind. Also bei dem einen Antrag geht es ja darum, dass quasi mir unterstellt wird, dass ich verantwortlich bin, dass es die Dunkelrot nicht mehr in Print gibt, sondern es nur noch digital. Aber das ist eine Entscheidung des Präsidiums. Das heißt, die Entscheidung trifft das Gesamtpräsidium zusammen. Und das haben wir einstimmig im Präsidium beschlossen, aus Nachhaltigkeitsgründen, damit es nachher nicht wieder ein Papierhammer pflegt und auch aus Kostengründen. Insofern hätte man, wenn man konsequent ist, dann einen Antrag stellen müssen, das Gesamtpräsidium zu entmachten, sage ich jetzt mal, oder abzuwählen. Das ist nicht passiert. Man hätte auch alternativ sagen können, okay, das Präsidium entscheidet das halt mal so. Mir ist das aber so wichtig, ich bringe jetzt einen Antrag auf Satzungsänderung rein, das in der Satzung dann verbindlich drinsteht, dass wir die Dunkelrot und somit die Mitgliederzeitschrift als Print verschicken müssen. Dann hat auch das Präsidium keine Chance mehr. Dann ist das satzungsrelevant. Hätten wir auch machen können, statt einem Abwahlantrag. Und was ich besonders bedauere, dass der Abwahlantrag in dem Fall von einem Mitglied bei uns kommt, mit dem wir eigentlich oft, häufig und viel in Kontakt sind, egal ob es an dunkelroten Tischen ist, ich kenne die ja persönlich, oder dann auch durch Schreiben, durch E-Mails und, und, und und wir da immer reagiert und beantwortet haben und, glaube ich, ganz, ganz wenig Mitglieder haben, mit denen wir, glaube ich, mehr kommunizieren als mit so einem Mitglied. Und da tut mir das dann persönlich leid, muss ich ehrlich sagen. Beim anderen ist dann eher so der Fall, dass dann wahrscheinlich so ein bisschen enttäuschter Aktivismus entstanden ist. Das sind ja dann auch verschiedene Personen, die den unterstützen, die sich alle schon mal bei uns beworben haben, für ein Vereinsbeiratsamt, entweder nicht nominiert oder nicht gewählt wurden und jetzt natürlich so versuchen, dann vielleicht indirekt eine freie Stelle zu bekommen, dass man sich in der größten Krise des VfB Stuttgart, in der wir uns gerade befinden, dann als Retter aufspielen kann, um da reinzukommen. Also die Krise, muss man dazu sagen, die von Ihnen herbeigeredete Krise, genau. Das muss man schon richtig formulieren. Also der VfB findet sich aktuell nicht in der großen Krise. Ganz im Gegenteil. Aber natürlich ist es auch so, guck mal, Rigi, ich bin demokratisch Vertreter der Mitglieder, der darf sich bei uns Präsident nennen als Erster. Ich habe immer gesagt, ich stehe in dem demokratischen Prozess, ich unterstütze ihn vollständig. Das mache ich in allen Organen und Gremien, auch wenn ich überstimmt werde. Dann vertrete ich diese Beschlüsse, egal ob, was es da geht. Bei den anderen Themen ist es natürlich so, dass wenn ich weiß, dass mir jetzt verschiedene Sachen vorwürfen, dem VfB zu schaden und, 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 denke ich, wie schade ist das eigentlich? Weil ich weiß, ich war mal alleiniger Kandidat für das Präsidentenamt, alleiniger, und habe dann diese Mitgliederversammlung abgesagt, weil ich alleiniger Kandidat wäre. Und man muss wissen, eine Mitgliederversammlung kostet uns eine halbe Million Euro. Also muss man sagen, da habe ich den demokratischen Prozess eigentlich eher angestoßen, dass es dann zwei Kandidaten zur Wahl gab, die dann auch gewählt wurden. Das finde ich total schade. Und trotzdem haben wir in unserer Satzung das Recht drin, dass jedes Mitglied diesen Antrag stellen kann. Und der Antrag ist übrigens frisch gerecht eingegangen, der ist begründet. Die Gründe, kann ich nicht nachvollziehen, sage ich ehrlich. Die kann man sich ja jetzt durchlesen in der Tagesordnung. Habe ich den Eindruck, das sind alles durchaus valide Punkte, die aber eher in eine Aussprache gehören und weniger in einen Abwahlantrag. Das ist mein Thema. Stimmt. Zumal bei einem anderen Abwahlantrag, wir auch frühzeitig ja versucht haben, Gespräche aufzunehmen. Und wenn dann leider die Gegenseite sagt, nee, wir wollen nicht sprechen und wenn dann sprechen wir nur über Juristen miteinander, bitte mit unserer Kanzlei, dann bedauere ich das total, weil dann kann man gar nicht in einem gemeinsamen Gespräch solche Punkte ausräumen. Das heißt dann, entweder möchte man es nicht und man möchte dann, dass man es auf einer Mitgliederversammlung platzieren kann, aber unterm Strich, wir haben das Recht in der Satzung drin, zwei Mitglieder haben das Recht angenommen und dann wollte ich auch nicht der sein, der sagt, okay, die sind für mich jetzt nicht gut begründet, nur weil es mich betrifft. Sag ich, nee, jetzt müssen dann die Mitglieder entscheiden. Ich lasse die Anträge zu, aber wenn sie gegen mich sind, natürlich ist das nicht schön und unangenehm, aber unterm Strich ist das demokratisches Recht gegen Mitglieds bei uns. Wichtige Info übrigens noch für euch, wer bezüglich der Abwahl von Klaus Vogt und natürlich auch von Marc-Nikolaj Schlecht und André Brüder von seinem Rederecht Gebrauch machen will, kann das selbstverständlich vor der eigentlichen Wahl tun. Also jeglicher Redebeitrag diesbezüglich wird vor der eigentlichen Abstimmung zu hören sein. Das ist richtig. Ganz genau. Wieso habt ihr euch denn für die jetzt kommunizierte Top-Reihenfolge entschieden? Die Reihenfolge hat einen ganz einfachen Grund und zwar, wir wollten relativ früh auf der Mitgliederversammlung wissen, welche Gremienmitglieder denn noch da sind. Also macht der Präsident weiter die Sitzungsleitung oder übergibt er sie an den Vizepräsidenten Rainer Adrion? Und auch von Marc-Nikolaj Schlecht und André Bühler wollten wir die Punkte früh klären. Und wir haben jetzt eigentlich so die Möglichkeit, weil die Trennung ist ja eigentlich die Regie, dass wir in dieser allgemeinen Aussprache allgemeine Themen haben. Das heißt, da Themen zur Amtsführung kommen. Mädchen, Frauen, Fußball, Finanzen, AG, Profifußball, alles Themen, die alle betreffen, die auf der Bühne sitzen. Allgemeine Aussprache. Weil nach der allgemeinen Aussprache kommt ja dann auch die Entlastung der Gremienmitglieder. Und diese Themen, die wir jetzt haben, die wir vorgezogen haben, sind persönliche Themen. Abwahl, Klaus Voigt hat nichts mit der allgemeinen Aussprache. Das sind persönliche Themen. Das heißt, dort werden die behandelt. Dort kann man sich zu Wort melden. Abwahl, Marc-Nikolaj Schlecht und André Bühler nichts mit der allgemeinen Aussprache. Betrifft die beiden. Haben wir separiert. Und allgemeine Aussprache dann für die allgemeinen Themen. Heißt aber auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel zur Abwahl von Klaus Voigt sprechen möchte, kann ich später auch noch mal bei der allgemeinen Aussprache sprechen. Also sprich, habe ich ein doppeltes Rederecht oder nur ein einfaches? Pro Tagesordnungspunkt hast du fünf Minuten Rederecht. Also ich könnte, ich übertreibe das jetzt mal komplett. Ich möchte zu deiner Abwahl was sagen. Ich möchte zu André Bühlers Abwahl was sagen. Ich möchte zu Marc-Nikolaj Schlechts Abwahl was sagen. Und anschließend möchte ich dann noch ein allgemeines Thema platzieren. Zu jedem Tagesordnungspunkt kannst du deinen Beitrag leisten. Also ihr habt das gehört. Wenn ihr reden möchtet, könnt ihr das tun. Ganz genau. Und alle Mitglieder hören das dann auch, bevor abgestimmt wird. So ist es richtig. Das ist schon mal ganz wichtig und ich finde auch ganz okay, weil im ersten Moment war ich auch ein Stück weit irritiert von der Tagesordnung, weil ich... Es kann der Eindruck in dem entstehen, dass man da keine Diskussion zulassen möchte. Genau. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Wir haben die Themen nur getrennt. Aber da auch wieder Kommunikation, man hätte es vielleicht dann anders kommunizieren können. Stimmt, hätte man vielleicht anders kommunizieren können, weil es könnte ja sonst passieren, dass in der allgemeinen Aussprache der erste Redebeitrag zu Marc-Nikolaj Schlecht, der zweite zu Mädchenfußball, dann kommt einer zu Hockey, dann kommt einer zu mir und das dann nach, was und wie viele Redebeiträge noch zusammenzufassen, ist relativ schwer. Deshalb haben wir gesagt, wir machen die Punkte separat. Allgemein, allgemein. Auch wenn die sozialen Netzwerke jetzt vielleicht kein Gradmesser sind, man kann schon den Eindruck gewinnen, dass die VfB-Mitglieder wieder gespaltener sind als noch vor ein oder zwei Jahren. Man kann jetzt vielleicht darüber diskutieren, wo genau dieser Spalt verläuft, aber es ist schon eine Spaltung wahrnehmbar. Woran liegen denn die Ursachen an dieser neuen Spaltung, deiner Meinung nach? Also ich sehe keine Spaltung. Muss ich auch nicht sagen, auch in den sozialen Medien nicht. Also ich glaube, dass die sozialen Medien grundsätzlich natürlich sehr kritisch sind, vielleicht auch nicht immer ganz fair, auch oft persönlich, aber das nehme ich oder das nehmen wir grundsätzlich auch sportlich. Insofern kann ich keine Spaltung erkennen. Also ich hatte jetzt erst eine Sitzung bei uns im Fanausschuss, die war mehr als harmonisch und da wurde mir auch nochmal, egal ob es OFCs oder Ultras oder unsere Rollifahrer und so, da glaube ich, haben wir eine unheimlich hohe Mitglieder- und Fanzufriedenheit. Das spiegelt aber, also auch die Kurve ist ja nicht die sozialen Medien. In den sozialen Medien glauben viele, es ist in die Kurve. Das ist definitiv nicht so. Das sind oft viele Einzelmeinungen, die natürlich dann oft geklickt und verteilt werden und dann einen Eindruck entstehen lassen, dass es so ist. Aber in meiner Wirklichkeit trifft mich das so nicht. Also wenn ich jetzt gucke, wie viele melden sich bei mir zum persönlichen Gespräch, wie viele schreiben mich an, wie viele E-Mails und und und, die total kritisch und Erfolg, das geht gar nicht. Also das gibt es nicht. Das persönliche Gespräch, das finde ich auch nochmal interessant. Also ich schätze das sehr, dass jetzt nicht nur du, sondern auch Vereinsbeiräte immer für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, dass man eben nicht nur diese Einzelgespräche führt, sondern diese Meinung, die einem dann entgegengebracht wird, vielleicht auf einer größeren Bühne diskutieren könnte? Natürlich in so einem Podcast ist es eine gute Möglichkeit. Wäre natürlich jetzt super interessant gewesen, wenn jetzt vielleicht noch Leute mit am Tisch säßen, die eine andere Meinung zu der ganzen Sache haben. Das können wir vielleicht auch mal mitnehmen für zukünftige Folgen. Aber gibt es nicht grundsätzlich irgendwie die Möglichkeit, dieses Gesprächsangebot einer größeren Menge zu unterbreiten? Also haben wir eigentlich. Also einmal ist es auf der Mitgliederversammlung, wo jeder wirklich seine Meinung sagen kann. Das ist ja das höchste demokratische Gut unseres Vereins, die Mitgliederversammlung. Und das andere, wir haben natürlich auch regelmäßig dunkelrote Tische, wo man dann auch direkt mit den Mitgliedern in Austausch gehen kann. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, noch über die soziale Medien mich anzuschreiben und Sachen zu fragen. Das geht auch jederzeit. Und wenn man sich dann sieht am Rande vom Spieltag, gibt es ja auch nicht. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wo man als Präsident Fan-nah ist schon greifbar und zur Verfügung steht. Wie schätzt du grundsätzlich so dein Standing unter den Mitgliedern ein? Kannst du das irgendwie greifen? Ich bin eigentlich schwer. Also ich hoffe natürlich gut. Ja, also... Also wenn ich zurückblicke, bin ich ehrlich gesagt stolz auf das, was ich und was wir alle gemeinsam beim VfB in den letzten fünf Jahren erreicht haben. Und ich hoffe, dass die Mitglieder das auch so sehen und wertschätzen und dann auch entsprechend am Sonntag abstimmen, einmal nicht zur Abwahl beitragen und andererseits uns entlasten dafür, für das, was wir gemacht haben. Nochmal zu den sozialen Netzwerken. Der Ton ist deutlich rauer geworden. Also jetzt nicht nur in Bezug auf den VfB Stücke, das merkst du allgemein. Also es ist ganz schwer, vernünftige Diskussionen zu führen. Was ich damit meine ist, dass man in eine Diskussion reingeht, ohne diese Diskussion gewinnen zu wollen, sondern offen zu sein für andere Meinungen und am Ende eigentlich, ich sag mal, zum Ziel hat, sich weiter zu entwickeln auch in dieser Diskussion und wie gesagt, andere Meinungen zuzulassen. Das hat sich deutlich geändert. Also wir haben ja in den sozialen Medien quasi keine Diskussionskultur. Ganz ehrlich, da gibt es Vorwürfe, Anschuldigungen, da geht es, ich möchte argumentativ gewinnen und du musst verlieren oder ich möchte dir Schaden zufügen. Das ist absolut so. Das ist zu bedauern. Was ich aber gut finde, dass am Rande der Heimspiele hingegen mittlerweile sich der Eindruck bei mir zumindest breit macht, dass man deutlich besser mit sehr gut informierten Fans und Mitgliedern diskutieren kann. Ist das auch dein Eindruck, dass man den Spieltag nutzen kann? Absolut. Finde ich ganz gut. Also ich sehe das ja auch, wenn ich hin und wieder, wenn ich scharf zeitlich, wenn ich vor dem Spiel nicht angebunden bin mit irgendwelchen Gästen oder Sponsormenterminen dann zum Becherpfand unterwegs bin, dann muss ich sagen, das ist echt einmal ein guter Austausch und wirklich, das ist eine tolle Diskussionskultur. Trotzdem habe ich nochmal eine Frage in diese Richtung. Wie gehst du denn grundsätzlich damit um, wenn du plötzlich als Präsident deines Herzensvereins mit Hass, Hetze und Verleumdungen konfrontiert wirst? Was macht das mit dir? Also ich persönlich versuche, ehrlich gesagt, das nicht persönlich zu nehmen und drüber zu stehen. Mich trifft es dann persönlich, wenn ich merke, dass es Menschen in meinem Umfeld betrifft. Also ich hatte schon eine Situation, als wir sportlich relativ schlecht auf dem Abstiegsplatz standen, da bin ich mit meiner Frau zum Becherpfand gelaufen und da kommen wenig Kommentare, aber so ein, zwei kommen dann und wenn dann deine eigene Frau zu dir sagt, du, ich gehe mit dir nicht mehr zum Becherpfand, weil ich möchte diese Kommentare nicht hören oder wenn du dann mit deinen Kindern im Wippzelt bist und die Kinder gehen dann eher auf fünf Minuten früherem Stadion, weil sie auf der Mercedes-Straße sich das nicht anhören möchten, was ich mir dann anhören muss auf dem Weg zum Stadion, dann trifft mich das eher mehr als mich persönlich. Ja, es ist natürlich für mich eigentlich schwer nachvollziehbar, dass wir ja unterm Strich alle große VfB-Fans sind und Mitglieder und eigentlich eine Leidenschaft teilen, die ganz besonders ist und dass man dann untereinander so miteinander umgeht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja, total schade. Ich verstehe zwar natürlich den Frust, auch ich kann davon ein Lied singen, dass du manchmal über die Stränge schlägst, aber ich glaube, wenn du wirklich im persönlichen Kontakt bist, sollte schon noch eine gewisse Etikette gewahrt bleiben. Ja, man kann ja was, man kann ja kritisieren, das ist ja in Ordnung. Ich nehme wirklich jede Kritik an, manchmal kann man dadurch ja was verändern, verbessern oder man erkennt dann zumindest die Möglichkeit, dass man dann kommunizieren oder was erklären kann, aber wenn es dann wirklich nur um Beleidigung geht und das ist dann schon schade. Aber gab es da für dich mal einen Moment, dass du gedacht hast, okay, das ist mir jetzt nicht mehr wert? Nein, bisher nicht. VfB ist mir so viel wert. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Die meisten, das muss ich auch noch kurz ansprechen, wissen das sicher, aber um Gremienmitglieder abwählen zu können, benötigt der eingereichte Abfallantrag eine 75-prozentige Zustimmung der anwesenden Mitglieder. Wie würdest du denn jetzt darauf reagieren, wenn dem Abfallantrag 60, 55 oder 52 Prozent der anwesenden Mitglieder zustimmen würden? Das ist eine gute Frage, da habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, beantworten kann ich das, wenn ich dann das Ergebnis sehe. Für mich wäre erstmal dann wichtig, unter welchen Rahmenbedingungen ist das Ergebnis zustande gekommen. Also es hängt auch ganz stark davon ab, wie viele Menschen sind bei der Mitgliederversammlung, wie ist die Stimmung, was waren Verrätebeiträge, waren es Punkte, die wirklich kritisch sind, die ich nachvollziehen kann? Oder waren das wirklich dann so Sachen wie Dunkelrot, nicht in Print und ich bin nicht im Vereinsberat und du bist schuld? Dann würde ich das vielleicht anders sehen. Aber das kann ich gar nicht sagen. Also ich würde erstmal, egal was passiert, würde ich das mal sacken lassen. Also du würdest nicht über Facebook zurücktreten? Ich hoffe nicht. Ich glaube nein. Gibt es eigentlich ganz konkrete Entscheidungen? Also das ist auch so ein Punkt, ich mache ganz ehrlich, wir haben, das würde dem VfB nicht gut zu Gesicht stehen. Also egal wie, also grundsätzlich selber wäre ich natürlich unglücklich. Ich mache das gerne, ich bin gerne VfB-Präsident, bin stolz darauf, in meinem Lieblingsversport, in meinem Lieblingsverein mitgestalten zu können und wenn ich zurückschaue, was wir gemacht haben, bin ich auch stolz drauf. Ja, aber ich muss gucken, wie die Mitgliederversammlung läuft und es wäre total schade, wenn man mit so einer Erfolgsgeschichte dann abgewählt werden würde, muss ich ehrlich sagen. Das würde mich eher traurig machen und es würde dem Verein schaden, weil man muss zurückgucken, wir haben jetzt fast zehn Jahre, ein Jahrzehnt Zeiten, in denen alle Präsidenten vorzeitig aus dem Amt ausgeschieden sind. Egal ob es Neuser war, egal ob zu Recht oder Unrecht, Bernd Wahler, Wolfgang Dietrich und wenn das jetzt auch so wäre, egal wie, ob selber oder abgewählt, dann würde mir das schon für den nächsten Präsidenten leidtun, weil das schadet dem Amt des VfB-Präsidenten und schadet dem VfB Stuttgart und insofern sollte man davor auch Achtung haben, dass wenn einer keine goldenen Löffel klaut, man ihm nichts Persönliches vorwirft, sondern dass es eine gute Amtsführung gibt und dass der VfB auch in diesem Bereich nicht einen WLAN-Abbruch, Rücktritt, über Facebook oder sonst irgendwas und wieder öffentlich sage ich mal nicht gut dasteht, das würde unserem VfB Stuttgart grundsätzlich schaden. Gibt es da eigentlich konkrete Entscheidungen, die du jetzt im Nachhinein bereust? Also gibt es da irgendwas, wenn du so darüber nachdenkst, über deine Amtszeit, wo du sagst, da habe ich Mist gebaut oder das hätte ich im Nachhinein vielleicht anders lösen können? Natürlich. Also es gibt ganz... Kannst du die benennen? Im Detail vielleicht nicht, aber was ich natürlich total bereue, ist, dass man ganz viele Punkte im Gespräch hätte ausräumen können. Aber das ist einfach extrem schwer, wenn man selber noch eingebunden ist im Unternehmen und nicht 100% sich um den Verein kümmern kann, kann man einfach nicht immer mit allen Vereinsbeiräten, Präsidium, Aufsichtsräten und Vorständen oder Mitgliedern das Gespräch suchen und sich die Zeit nehmen, alles ausführlich zu diskutieren, damit es keine Probleme gibt. Und das führt natürlich hin und wieder dazu, dass man natürlich manchmal auch eine Entscheidung trifft, wo man auf dem Weg zu der Entscheidung es nicht geschafft hat, alle mitzunehmen. Das ist nicht geschuldet, weil man das nicht will, sondern es ist dem geschuldet, weil man es zeitlich nicht hinbekommt. Und das ist sicher ein Punkt, wenn ich das ändern könnte und ich würde es hinbekommen, dass der VfB-Tag keine 24, sondern 48 Stunden hat, dann wäre das klasse. Aber das ist schwer zu ändern. Da fällt mir gerade was ein, weil du hast gerade gesagt, wenn man sich nicht 100% sozusagen auf diese Arbeit konzentrieren kann, dann ist es halt einfach schwer. Wurden denn in deiner Amtszeit die Vergütungen für Aufsichtsräte und Rätinnen, muss man ja sagen, und für das Präsidium und Vereinsbeirat erhöht? Ja, es wurde, also wir kriegen, kann ich ja sagen, das ist kein Geheimnis, als Aufsichtsrat hatten wir eine, was waren das? Das waren, glaube ich, circa 3.000 Euro, die wir bekommen haben im Jahr als Geldwertevorteil für die Karten. Wir dürfen ja im Ehrenbereich sitzen. Das wurde auf 6.000 Euro im Jahr aufgestockt, also 500 Euro im Monat für die Ehrenkarten, aber wie gesagt, Geldwertevorteil, den man versteuern muss. Und als Präsident kriege ich ja die 50.000 Euro abzüglich dem Kfz, das mir zur Verfügung gestellt wird, in einem Prozent Versteuerung. Bleiben da dann im Monat so ein bisschen mehr als 1.000 Euro übrig für den Präsidenten, für die Präsidententätigkeit. Und die Präsidiumsmitglieder, das heißt Rainer Adrian und Christian Riedmüller, bekommen 25.000 Euro abzüglich Auto. Da bleibt dann auch nochmal allzu viel übrig. Wäre aus deiner Sicht dann nochmal eine Aufstattestockung nötig? Nötig weiß ich nicht, aber ich glaube, sie wäre fair und angemessen. Egal, wer Präsident ist, der Aufwand, ich kann es jetzt einschätzen, ist schon groß. Und bei den Aufsichtsräten, da auch nochmal die Nachfrage, da steht ja auch eine Erhöhung im Raum. Nee, steht keine Erhöhung im Raum. Oder es wurde erhöht? Nein, nein, nein. Es wurde, wie gesagt, dieser Geldwertevorteil für die Kartennutzung, wurde von 3.000 auf 6.000 erhöht, das war es. Grundsätzlich kann man darüber natürlich mal nachdenken, wenn man einen Verein professionalisieren möchte, vielleicht auch vernünftige Aufsichtsratsvergütungen zu bezahlen, weil man damit natürlich auch die Möglichkeit hat, Aufsichtsräte zu bekommen, die man sonst nicht bekommt. Also ich weiß es ja, wir haben einen Aufsichtsrat zusammengesetzt, wir hatten ja Kriterien und da ist es gar nicht so leicht, auch für den Aufsichtsrat, das VfB Stuttgart, alle dafür zu begeistern, dass die sich dort zur Verfügung stellen, weil das sind ja in der Regel immer Top-Leute, die eh viel zu tun haben. Und so Top-Leute, die sich dann aussuchen können, nehme ich jetzt einen ehrenamtlichen Aufsichtsratsposten beim VfB Stuttgart ein mit dem Risiko, es gibt nichts und ich habe vielleicht das Pech noch, dass ich öffentlichen Schaden als Person oder mit meinem Unternehmen erleide oder verzichte ich da lieber und nehme einen anderen Aufsichtsratsposten mit 50.000 oder 100.000 Euro Vergütung ein. Also da gibt es dann Aufsichtsräte, die so und so entscheiden. Und deshalb auch hier nochmal bei dem Punkt, alle, die sich heute da zur Verfügung gestellt haben, alle höchste Achtung vor denen und ich weiß auch, dass wir Kollegen haben, gerade von Mercedes und Franz Reiner zum Beispiel, der auch selbst auf diesen Geldwertevorteil verzichtet. Also insofern ziehe ich da vor allem den Hut beim VfB Stuttgart, die im Aufsichtsrat, im Präsidium oder im Vereinsberat sich in ihrer Freizeit, Lebenszeit zur Verfügung stellen. Die machen das alle nicht des Geldes wegen. Ich muss nochmal oder ich will nochmal aus dem Spox-Interview von 2021 zitieren. Du sagtest damals, die Mitglieder sollen nach dem entscheiden, was geleistet wurde und was sie sehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Mitglieder zu wenig zu sehen bekommen, sprich, die Kommunikation könnte besser sein. Erstens mal, haben wir zwar schon darüber gesprochen, aber wie siehst du das grundsätzlich? Kommen die Erfolge, die ihr erzielt, also zum Beispiel Thema Grundlagenvertrag oder so, kommen die so zur Geltung, wie du das wünschst oder siehst du da noch Improvement? Verkaufen wir unsere Erfolge zu schlecht? Ich weiß es gar nicht. Also wir verkünden es ja. Ich glaube einfach, dass es mehr Spaß macht, über negative Sachen zu sprechen als über positive in der Öffentlichkeit. Aber ihr habt es ja selbst in der Hand. Aber wir selber schon. Wir kommunizieren ja. Wir haben einen Grundlagenvertrag jetzt angepasst. Toll für den Verein. Wir haben Mädchen- und Frauen Fußball kommuniziert, Parasport kommuniziert. Wir haben unvorstellbar, Ricky, bei mir hat sich sogar jemand beschwert, dass wir Porsche an Bord holen. Also solche Menschen gibt es ja auch. Also da verkündest du einen Erfolg und es gibt welche, die sind jetzt total kritisch. Also ich kann es manchmal gar nicht fassen. Aber natürlich kann man die Erfolge besser verkaufen. Aber da gibt es dann wieder die Menschen, die sagen, guck mal, die präsentieren sich jetzt hier nur Erfolge, was sie alles toll machen. Und die negative Seite, die blenden sie komplett aus. Also ich glaube, das ist immer so ein zweischnelliges Schwert. Und da kommt es ganz stark auf den Betrachter drauf an. Also will der die positiven Sachen sehen, dann sieht er sie auch. Und wenn er sie nicht sehen will, dann schaut er sich nur die negativen an und sieht nur die. Also weiß nicht, ob wir das immer beeinflussen können. Also ich wünsche es mir natürlich. Wir sitzen ja hier im Fanprojekt und gerade eben hatten wir eine kurze Pause. Braucht man einfach mal bei uns die Sonne hier ins Nacken scheint. Und da ist es mal ganz gut, kurz durchzuschnaufen. Und da gab es eine ganz interessante Frage, die ich jetzt ganz kurz hier mit reinnehmen will, von einem der Fanprojektmitarbeiter. Der fragte sich nämlich, Mensch, warum ist es euch eigentlich nicht gelungen, wenn ihr schon Porsche an Bord holt, Porsche auch auf die Brust zu holen? Oder zum Beispiel die Porsche Arena oder die Carrera Bahn aus dem Neckarstadion zu machen? Könntest du dazu was sagen? Ja, also ich glaube, da kann man schon Verständnis haben, wenn man zwei solche Weltmarken wie Porsche und Mercedes für den VfB gewinnt, dass sie dann nicht unmittelbar in direkten Wettbewerb treten wollen. Also ich glaube, das war relativ klar, dass es nur Mercedes-Benz Arena eine kleine Porsche Arena werden kann. Aber Carrera waren da schon gut, oder? Weiß ich nicht. Oder im HP Neckarstadion, wäre auch gut. Oder dann auf der Brust, Mercedes runter und Porsche drauf. Insofern glaube ich, dass es wirklich ganz gut abgestimmt war, zwischen den beiden Unternehmen das so zu machen und strategisch wahrscheinlich auch richtig. Jetzt komme ich noch auf ein paar Randthemen zu sprechen, die ich aber unbedingt dich noch fragen wollte. Zum einen im Mai diesen Jahres scheiterte der Versuch der DFL Anteile zu veräußern. Auch am Veto, muss man sagen, des VfB. Wieso habt ihr euch damals klar gegen diese Anteilsveräußerung positioniert? Ja, also wir haben uns mit dem Thema lang und auch wirklich ausführlich beschäftigt. Das waren ja drei Säulen, die das Fundament waren für diesen Investoren oder Einstieg, um da Kapital zu bekommen. Und für uns war einfach die Säule 1, wo es um die internationale Vermarktung, Digitalrechte und, und, und geht, absolut sinnvoll und richtig. Die hätten wir auch wirklich vollständig unterstützt, weil die dem Solidargedanken aller 36 Profifußballein zugutekommt. Säule 2 und 3 hätten wir und haben wir nicht unterstützt, weil die einzelnen Vereine zugutekommt und somit der Solidargemeinschaft der Bundesliga schadet. Das heißt, es werden verschiedene Vereine über Gebühr bevorteilt worden. Und das wollten wir nicht. Und wir haben das, das stimmt, ja. Es gab da eine DFL-Sitzung und es war zwar eine geheime Abstimmung, aber ich finde, oder wir finden, und da waren wir uns auch einig, dass es dazugehört, Diskussionskultur und seine Meinung zu äußern, auch wenn sie geheim ist, warum wir da nicht zustimmen konnten. Und das haben wir dort innerhalb der Sitzung auch kundgetan und ich glaube, das war genau richtig so. Und wenn die Diskussion neu aufgeht, also Säule 1, würden wir jederzeit Solidargemeinschaft aller 36 Vereine für die Bundesliga von deutschen Fußball unterstützen. Bei Säule 2 und 3, da sehen wir einfach Redebedarf. Ich glaube, ihr habt auch von eurem Gesprächsrecht Gebrauch gemacht. Das haben ja nicht alle getan, die dagegen waren, aber wer hat da für den VfB gesprochen? Ja, genau. Also tatsächlich habe ich zu dem Thema was gesagt. Das liegt mir auch besonders am Herzen, 50 plus 1, Mitglieder e.V., die Fußballvereine für eins getrieben sind, aber auch von Alex gestützt natürlich. Alex ist auch ein absoluter Verfechter von 50 plus 1 und ich glaube, von meiner Herkunft als Präsident war es einfach wichtig, das klar zu sagen und ich wollte nicht anonym mit Alex dagegen stimmen, sondern wir wollen offen unsere Meinung kommunizieren und sagen, warum wir dagegen stimmen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und Thema 50 plus 1 ist, denke ich mal, sowieso unverrückbar für euch. Absolut, also für mich unverrückbar. Und wie siehst du das grundsätzlich unter den Bundesliga-Vereinen? Gibt erodiert da was oder ist das eigentlich relativ gefestigt? Nee, ich glaube, das ist relativ gefestigt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das weiß ich nicht. Okay, das klingt spannend. Aber ich habe noch eine Frage und zwar grundsätzlich muss man sich ja schon Gedanken machen, wie die DFL ihr Produkt, also die Bundesliga, besser vermarkten kann. Dass da Optimierungsbedarf da ist, sieht man. Die Bundesliga, man kann jetzt darüber sprechen, wie attraktiv ist das eigentlich, wenn am Wochenende Hoffenheim gegen Heidenheim spielt. Ich möchte den Vereinen jetzt überhaupt nichts absprechen, aber es ist natürlich trotzdem anders, ob Samstag Nachmittag, ich weiß nicht, Hamburg gegen Schalke spielt oder Hoffenheim gegen Heidenheim. Siehst du da irgendwo Ansätze, wie die Bundesliga, ich sage es jetzt mal, sexier werden kann? Boah, ich weiß gar nicht, ob die Bundesliga sexier werden muss. Also wenn ich in der Bundesliga, und ich bin wirklich bei fast allen Auswärtsspielen und natürlich bei jedem Heimspiel dabei, muss ich sagen, also ich bin ein absoluter Fan und Kinderbundesliga auch nicht lieb ist. Und wenn man sieht, dass unsere Stadien voll sind, egal ob bei uns oder wo auch immer in der Bundesliga, ohne dass dort ein Ronaldo, Messi, MHP oder wer auch immer spielt, dann ist das eigentlich das beste Zeichen. Und das, obwohl wir auch in den letzten Jahren nicht die spannendste Liga hatten. Ja, also Serienmeister. Abstiegskampf war immer spannend, aber vorne nicht. Aber damit verkaufst du halt. Ja, aber es ist grundsätzlich, und das muss man auch sagen, also wenn man glaubt, dass man da nur mit viel Geld und Investitionen und Bundesliga-Rechte verkauft, dass man denkt, dass dann die Bundesliga attraktiver wird, das ist ein Trugschluss. Es gibt einfach auch noch andere Wettbewerbsvorteile für andere Länder. Wenn ich zum Beispiel, in England per se, die Vereine haben kein 50 plus 1, haben viel Geld zur Verfügung, haben das Glück natürlich auch, dass sie mit Englisch eine Weltsprache haben, wo relativ einfach zu vermarkten ist, weltweit. Das heißt, die Reporter in England kannst du überall, brauchst du keine Dolmetscher und gar nichts. Das ist ein Vorteil, den können wir als Deutschen nie schlagen. Und das Gleiche haben wir mit Spanisch. Spanisch ist auch eine Weltsprache, das in ganz vielen Ländern übertragen wird. Das heißt, die Spanische Liga kann schon relativ leicht internationalisieren. Ja, und jetzt komme ich mit Frankreich ums Eck als Kolonialmacht, die auch relativ viele Kolonien haben. Also da wird es schon schwer. Da müssen wir wirklich in der Bundesliga die besten Stadien, beste Stimmung, besten Spieler und dann am besten noch sollte Deutsch-Weltsprache werden, dann hätten wir es einfacher. Deshalb glaube ich, ist das nicht ganz fair, wenn man das jetzt vergleicht mit England, Frankreich oder mit Spanien. Da gibt es einfach andere Kriterien noch. Und deshalb dürfen wir uns auch mit denen nicht messen lassen. Wir müssen andere Alleinstellungsmerkmale als Bundesliga finden. Und da gehört für mich 50 plus 1, Fäne, schöne Stadien, gute Stimmung und auch guter Fußballer. Und auch guter Fußballer zu tun. Ja, definitiv. Es ist ja nicht so, dass bei uns irgendwie nur Krütze gekickt wird. Definitiv, definitiv, absolut. Also wenn du nicht mit Stuttgart gegen Freiburg oder mit allen drei Spielen eigentlich Werbung machen kannst für den deutschen Fußballer, dann weiß ich es auch nicht. VfB hat jetzt herausragende Spiele gezeigt zum Teil. Auf der anderen Seite dann natürlich auch gegen Leipzig ordentlich ein Eingeschenk bekommen. Aber was immer da war, war die Unterhaltung über 90 Minuten. Absolut. Und da kenne ich dann durchaus auch Partien aus anderen Ligen, die ich auch sehr intensiv verfolge. Da hast du, ich sage mal, so ein Spektakel nicht. Gibt es natürlich auch. Und beim VfB sah es auch schon mal anders aus. Haben wir gerade darüber gesprochen. Aber grundsätzlich bin ich dabei dir. Unsere Stärke sind eigentlich die Fans und sind die Fankultur, ist die Stimmung im Stadion und am Ende auch die Geschichten, die bei uns in Deutschland halt nur der Fußball schreibt. Aber das kann man schon mal mitnehmen. Gut, Klaus, das waren wirklich erkenntnisreiche zweieinhalb Stunden. Ich gucke hier gerade mal auf meine Uhr. Vielen Dank für deine Geduld, für deine Offenheit, muss ich sagen. Hast du denn noch was, was du den Mitgliedern des VfB Stuttgart vor dieser wichtigen MV mitgeben willst? Klar, natürlich. Also ich wünsche mir, dass möglichst viele Mitglieder zum Mitgliedervorsammlung kommen, dass wir die richtigen Entscheidungen dort treffen. Sonst bedanke ich mich, Riki, wirklich für die Zeit auch. Ich freue mich, wenn möglichst viele sich das dann anhören und anschauen. Was haben wir sonst noch vor? Wofür kann ich Werbung machen? Klar, natürlich. VfB Stiftung. Kommt aufs Weindorf. Kommt aufs Weindorf, wollte ich sagen. Genau. Kleine Information. Spoiler für Freitagnachmittag ab 17 Uhr. Versucht das Präsidium vollständig anwesend zu sein. Rainer Adrien hat schon zugesagt. Christian weiß noch nicht genau, ob er arbeiten muss oder kommen kann. Aber bekommt ihr vom Präsidium mal eine eingeschenkt? Dann bekommt ihr vom Präsidium das auf jeden Fall wertig zu kommen. Und ich glaube, wir geben dann anschließend den Staffelstab weiter an den Vorstand und das Präsidium wechselt dann von hinter der Theke vor die Theke. Und wir freuen uns einfach, wenn da viele Fans vorbeikommen. Und natürlich nicht nur am Freitag, sondern auch am Sonntag zur Mitgliederversammlung. Wir, also in dem Fall ich, würde mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video mit einem kleinen Daumen nach oben verseht. Hier den Kanal, das war auf Bistockert, abonniert. Und ihr könnt gerne kommentieren zu den ganzen Sachen, die wir hier jetzt diskutiert haben. Wie seht ihr es? Welche Themen hätte ich vielleicht noch ansprechen sollen? Welche Themen sollte Klaus mal adressieren? Ich gebe das dann unmittelbar weiter, Klaus. Also du darfst dann die Kommentare auch noch beantworten. Ich weiß nicht, ob du einen YouTube-Kanal hast. Dann kannst du direkt da drunter kommentieren. Wenn nicht, gebe ich es einfach so weiter. Nächste Woche veröffentlichen wir bereits am Mittwoch. Ich sage es nochmal. Dann werden wir natürlich gemeinsam mit Marc-Nikolaj Schlecht über die wichtigsten Entscheidungen der MV diskutieren. Wir wagen einen Ausblick auf den vierten Spieltag und somit auf die Aussatzpartie in Mainz. Sebastian ist wieder da. Es wird einfach nur herrlich. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Nochmal herzlichen Dank, Klaus. Und hoffentlich bis bald. Dankeschön. Bis bald. Bis dann. Ciao. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020